herzlich willkommen mein name ist michaela küfner menschenrechte als kompass in der kubelt 19 krise und als kompass aus dieser krise darüber wollen wir heute sprechen auch in einer pandemie gelten die menschenrechte national und international und diese wollen wir heute debattieren die vier nicht regierungsorganisationen die zusammen mit der nationalen menschenrechts institution dem deutschen institut für menschenrechte als organisatorin der veranstaltung fungieren haben dazu einen kompass beschrieben das ist ein dokument ein gemeinsames papier von amnesty international brot für die welt dem european center of constitution on human rights und der gesellschaft für freiheitsrechte und ist die basis für diese debatte heute zusammen mit dem deutschen institut für menschenrechte eine internationale menschenrechtsgemeinschaft im geiste das ist das was sie heute erleben werden aber auch politische akteure die sich unseren fragen stellen grundrechte menschenrechte sind nicht verhandelbar aber noch nie in der deutschen nachkriegsgeschichte mussten sie so abgewogen werden wie heute wir schauen uns jetzt mal im überblick an was wir heute an debatten haben werden zunächst wenn wir darüber sprechen wie kovid 19 als herausforderung für den rechtsstaat zu begreifen ist dann ab 14 45 das staatliche handeln in der pandemie diskriminierungsfrei gestalten da geht es um vulnerable gruppen wir sprechen über die gerechte beziehungsweise die ungerechte verteilung von impfstoff global aber auch national und ab 17 uhr werden sich dann politiker und politikerinnen es sind tatsächlich nur politikerinnen heute fragen an die politik stellen was sind die anforderungen sind sie dem gerecht geworden und was muss noch passieren im verlauf der folgenden diskussion hoffen wir dass wir da eine 360 grad sicht bekommen was noch besser werden muss was nicht eingehalten wurde und hierzu haben wir die vorsitzenden und kanzlerkandidaten aller parteien im bundestag angefragt die mit den hier vertretenden organisationen auch im austausch zu menschenrechten stehen die fdp und die konservative cdu csu haben leider abgesagt aber wir werden sprechen mit der linken parteivorsitzenden susanne hennig wilsoh der spd-vorsitzenden saskia esken und der grünen vorsitzenden und kanzlerkandidatin annalena baerbock all das ab 17 uhr und sie werden auch die gelegenheit haben ihre fragen zu stellen schicken sie uns einfach eine e mail an events at freiheitsrechte punkt de sagen sie uns wem sie eine frage stellen wollen und sagen sie haben uns am besten auch wer sie sind welche organisation sie vertreten damit wir ihre frage auch dementsprechend einordnen können und jetzt freue ich mich auf unser erstes fachgespräch dabei geht es um kurve 19 als herausforderung für den rechtsstaat noch bis zum 30 juni gilt hier in deutschland die epidemische lage von nationaler tragweite es könnte eine verlängerung geben diese epidemische lage ist die grundlage dafür dass es so etwas wie eine notbremse überhaupt geben konnte zwar gab es in deutschland nie so einen lockdown wie in frankreich oder in großbritannien aber zu bestimmten zeiten gab es sehr große einschränkungen wer keinen hund hatte konnte teilweise kaum vor die tür wenn er nicht einen guten anderen grund vorweisen konnte kindern wurde das recht auf bildung eingeschränkt oder verwehrt alte menschen in die isolation geschickt vielen nicht nur querdenkern ging und geht das alles zu weit nach fast anderthalb jahren pandemie fragen wir jetzt nach was hätte besser gemacht werden können und was kann die politik der gesetzgeber jetzt noch besser machen dazu kann ich jetzt sprechen mit zwei ausgewiesenen experten wir fangen an mit unserem zugeschalteten gast das ist der dr ulf bürmeier er ist der vorsitzende und legal director der gesellschaft für freiheitsrechte seit mehr als zehn jahren ist er auch richter des landes berlin derzeit beurlaubt und er macht auch einen podcast lage der nation der sich mit der schnittstelle von freiheitsrechten digitalen und der aktuellen politik befasst er sagt auch bei der pandemiebekämpfung müssen rechtsstaatliche grundsätze im zentrum stehen ein demokratischer staat muss auch in einer medizinischen notlage transparenz nachvollziehbarkeit verhältnismäßigkeit und demokratische legitimation seiner maßnahmen sicherstellen und ganz besonders freue ich mich dass ich auch jemanden hier im studio habe professor dr hans hofmann würde dem natürlich im grundsatz sicherlich nicht widersprechen er ist ministerialdirektor und abteilungsleiter der abteilung v staats verfassungs und verwaltungsrecht im bundesministerium des innern er ist außerdem lehrbeauftragter an der humboldt universität und er sagt die pandemie ist eine große herausforderung für den rechtsstaat sie vollzieht sich in den bahn des rechts und der rechtsstaat funktioniert meine erste frage würde ich an dr bürmeier richten in als eine der führenden deutschen menschenrechtsorganisationen fordern sie effizientes ich zitiere kohärentes und ein nachvollziehbares gesamtkonzept zur pandemiebekämpfung was hat ihnen da gefehlt ja ganz herzlichen dank erst mal für diese freundliche anmoderation herzlich willkommen allen teilnehmer innen in diesem live stream ich freue mich sehr dass viele menschen sich interessieren für die grund- und menschenrechtlichen fragen der pandemiebekämpfung aus sich der gesellschaft für freiheitsrechte ist zunächst mal festzuhalten dass die pandemie eben in den bahnen bekämpft werden muss die unser rechtsstaat vorgibt insbesondere unser grundgesetz und das bedeutet dass grundrechtseinschränkungen natürlich möglich sind dass sie sich aber stets am maßstab der verhältnismäßigkeit messen lassen müssen mit anderen worten sie müssen geeignet sein tatsächlich dem infektionsschutz zu dienen und sie müssen dazu auch erforderlich und angemessen sein und gerade bei der angemessenheit sehen wir große probleme weil die lasten der pandemie einfach auf unterschiedliche gruppen in unserer gesellschaft sehr unterschiedlich verteilt worden sind beispielsweise mussten kunst und kultur ganz besonders leiden während weite bereiche der wirtschaft weitgehend so weiterlaufen konnten als helbe ist corona nie gegeben denken wir an die bis zum schluss lückenhaften maßnahmen im arbeitsleben stichwort home office stichwort maskenpflichten in büros das ist ein problem aber es gibt auch viele vulnerable gruppen die bei der pandemie bekämpfung deutlich stärker belastet wurden als andere gruppen insofern würde ich dem eingangs zitierten satz von herrn hofern im grundsatz zustimmen der rechtsstaat hat in der pandemie aus meiner perspektive im großen und ganzen gut funktioniert es gab ausnahmen aber im großen und ganzen hat der rechtsstaat sich bewährt aber aus die politik hat doch die lasten wie wir finden nicht immer angemessen verteilt und das ist auch der grund warum wir als gesellschaft für freiheitsrechte in der endphase der pandemie noch mit einer verfassungsbeschwerde und einem eilantrag uns an das bundesverfassungsgericht gewandt haben das noch entscheiden wird über die über die verfassungsmäßigkeit der sogenannten bundesnot der eilantrag wurde leider abgelehnt aber ob dieses gesetz verfassungsmäßig ist damit gerade noch nicht entschieden das hat das recht ausdrücklich offen gelassen und da warten wir auf die entscheidung im sommer herr professor hofmann vielleicht gehen sie darauf direkt ein das ist natürlich ein noch laufendes verfahren aber gleichzeitig an sie kommt die herausforderung es braucht nationale maßnahmen sie sagen das war eine herausforderung für den rechtsstaat wie sieht die denn aus denn das ist ja eine untertreibung das ist ja historisch noch nie da gewesen so eine pandemie jedenfalls nicht in der modernen zeit unter diesem grundgesetz ich weiß nicht ob es eine untertreibung ist jedenfalls der begriff herausforderung der ist ja auch im titel dieser veranstaltung vorgegeben deswegen habe ich den gerne aufgegriffen und ganz zweifellos ist das eine herausforderung für die gesamte gesellschaft wie jeden einzelnen menschen aber auch für die staatlichen organisationen die verpflichtet sind auf diese situation auf diese epidemie auf diese pandemie zu reagieren und zwar muss der staat darauf reagieren sie wissen die grundrechte die ja die gesellschaft für freiheitsrechte das institut für menschenrechte alle diese organisationen die hier diese gute veranstaltung organisiert haben die diese vertreten alle diese rechte sind ja rechte die eigentlich gegen den staat gerichtet sind der staat darf die freiheitsrechte nicht beschränken jetzt ist aber dieses phänomen aufgetreten ein virus das heißt der staat hat diese grundrechtsbeschränkung letztlich gar nicht verursacht sondern das virus hat diese grundrechtsbeschränkung diese bedrohung für die menschen die bedrohung ihrer rechte aus artikel 2 ihrer gesundheitsrechte ihre körperliche unversehrtheit das virus hat dieses diese gefahr aufgebracht und dann ist der staat aufgrund seiner schutzpflicht die er für die menschen hat verpflichtet diese sache nicht laufen zu lassen etwas zu unternehmen maßnahmen vorzunehmen maßnahmen durch rechtsverordnung durch gesetze anzuordnen um die menschen zu schützen und zwar vulnerable gruppen sicherlich zu allererst alte menschen kranke menschen menschen in besonderen lebenssituationen und auch menschen die besonders lebensalter haben das eben auch eine bestimmte vulnerabilität mit sich bringt und innerhalb dieser pflicht des staates tier von der sich gar nicht befreien kann die erfüllen muss glaube ich hat unser staat in mehreren phasen versucht zu reagieren und immer angemessen dosiert zu reagieren immer auch flexibel zu reagieren man hat auch immer wieder maßnahmen befristet so dass sie von selbst ausgelaufen sind maßnahmen wieder gelockert es gab ja zwei bis drei phasen in dieser pandemie situation die wir erlebt haben die wellen genannt wurden von den fachleuten die politik die der bundestag die bundesregierung sind ja auch in diesen zeiten der darauf angewiesen gewesen dass fachleute rat geben dass wir evidenz basierte rechtssatzung betreiben können dass infektiologen immunologen sagen welche dinge wichtig sind und wie man sie vielleicht am besten bekämpfen kann und wenn man dieses gesamt dieses aufgaben und problemszenario sich betrachtet glaube ich dass wir angemessen dass der deutsche staat angemessen darauf reagiert hat nachträglich sieht man viele dinge natürlich doch klarer das ist im menschen im leben oft so dass man hinterher klüger ist und deswegen muss man garantiert auch das haben sich schon an moderiert ganz klar lessons learned prozess betreiben man muss gucken welche erkenntnisse muss man aus dieser krisenhaften zeit mitnehmen und vielleicht systeme verändern reaktionswege verändern die digitalisierung ist hier ein ganz wichtiges stark wort in der zusammenarbeit der behörden untereinander die reaktionsschnelligkeit verbessern diese lektion werden wir sicher noch machen müssen und müssen dann auch spätestens in der nächsten wahlperiode denke ich einige veränderungen vornehmen was ist denn die haupt lektion die sie aus dieser krise gelernt haben ich denke dass zum beispiel in der länder übergreifenden krisenbekämpfung etwas geändert werden muss wir haben ja in deutschland das system das für gefahren abwehr und zwar alle möglichen gefahren seien es kriminelle gefahren seien es gesundheitliche gefahren oder andere gefahren die länder zuständig sind das hat das grundgesetz so vorgegeben und die länder haben das auch sehr pflichtgemäß gemacht in den ersten monaten ersten eineinhalb jahren der pandemie und dann sind aber einige probleme aufgetreten und deswegen konnte man feststellen dass die katastrophenschutz reaktionen der länder die auf dieser krise vielleicht notwendig waren optimierbar sind bisher ist glaube ich nur ein einziges land bereit gewesen oder in der lage gewesen einen katastrophenfall zu verkünden und dadurch bestimmte rechtsinstrumente zur verfügung zu haben die eine krisenbekämpfung eine corona bekämpfung verbessern andere länder haben das nicht für erforderlich gehalten das ist deren ureigene entscheidungskompetenz aber der bund hat in diesem szenario nur begrenzte kompetenzen nur begrenzte grundrechtliche möglichkeiten macht vom vom grundgesetz verliehen bekommen nur begrenzt verliehen bekommen und das ist sicherlich eine möglichkeit die man verbessern muss dass bei jeweils länderübergreifenden lagesituationen seien es nun solche gesundheitslagen solche gefährdungen für die gesundheit der bevölkerung oder andere situationen da könnte man sich mehr vorstellen und mehr mehr vorstellen dass der bund stärkere möglichkeiten hat auch versorgungsgesetze zu betreiben dass man die versorgung mit medikamenten mit schutzinstrumenten schutzmitteln dass man das verbessern kann da werden sicherlich lehren gezogen werden aber da gibt es schon die ersten konzepte die auf dem markt diskutiert werden das ist kein ein offenes geheimnis herr dr bürmer der in minister horst seehofer hat kürzlich in der fhz einen artikel publiziert ein gastbeitrag und hat gesagt die grundrechte sind sicher wie sehr hat sie das erinnert an norbert blüm die rente ist sicher ja ich denke natürlich sind die grundrechte nicht als solche in ihrem bestand geführt das ist glaube ich ein ganz wichtiger punkt grundrechte sind auch zum beispiel durch corona beschränkungsmaßnahmen natürlich nie komplett aufgehoben worden sondern es handelt sich um einschränkungen von grundrechten und das ist mir noch mal sehr wichtig denn in der diskussion um lockerung zum beispiel ging es darum dass menschen ihre grundrechte wieder bekommen oder zurückbekommen das ist eine irreführende formulierung sondern der staat darf in grundrechte eingreifen das heißt er kann quasi den schutz von grundrechten ein stück weit zurück drängen aber er steht dabei natürlich unter der kontrolle der gerichte und das ist denke ich etwas was man gar nicht deutlich genug sagen kann in deutschland eben kann der staat nicht einfach so durch regieren sondern im gegenteil wir haben eine gewaltenteilung das heißt die judikative die rechtsprechung schaut dem staat auf allen ebenen sehr genau auf die finger und wir haben außerdem natürlich auch eine quasi vertikale gewaltteilung ist gerade schon angeklungen nämlich zwischen bund und ländern und im großen und ganzen ist es ja auch gut so dass die länder eben ihre ganz eigenen kompetenzen haben und dass sie schwerpunktmäßig zuständig sind für die gefahrenabwehr aber natürlich kann man schon beobachten dass in der pandemie bekämpfung die grenzen unseres grundgesetzes in einigen stellen doch ausgetestet worden sind ein bereich der mir besonders am herzen liegt ist der bereich der versammlungsfreiheit das ist also das grundrecht demonstrieren zu gehen ich möchte zwei sätze dazu sagen warum das so ein wichtiges grundrecht ist für eine demokratie die versammlungsfreiheit dient dazu seine politischen oder auch gesellschaftlichen auffassungen auf die straße zu können also ganz unmittelbar der öffentlichkeit präsentieren zu können ohne dass irgendwelche sozialen medien dazwischen treten ohne dass redaktionen dazwischen treten das ist quasi eine art möglichkeit unmittelbar einen zu wirken auf den politischen prozess auf die meinungsbildung der öffentlichkeit und das ist gerade deswegen so wichtig weil wir aus gutem grunde in deutschland zum beispiel bei wahlen fast überall eine fünf prozent würde haben das heißt also gerade neue überlegungen können sich im öffentlichen raum zunächst mal gar nicht so einfach gehör verschaffen das geht heute etwas besser mit social media aber trotzdem ist es nach wie vor nicht ganz einfach quasi neue ideen die sich gerade erst entwickeln tatsächlich einer breiten öffentlichkeit vorzustellen und da gerade dafür ist die versammlungsfreiheit wichtig und sie dient eben auch dazu dass menschen ihrem unmut luft machen können und deswegen haben wir als gesellschaft für freiheitsrechte mit großer sorge gesehen dass zum beispiel querdenkenden demonstrationen doch teilweise mit sehr harte hand angefasst wurden jedenfalls von seiten der versammlungsbehörden das mag zwar alles unsinn sein was auf die straße getragen wird wir teilen das inhaltlich überhaupt nicht aber es ist in einer demokratie einfach sehr wichtig dass auffassungen ganz unabhängig davon auf die straße getragen werden können ob man sie für plausibel hält das ist ja gerade dass das elementare recht auch kleiner minderheiten sich gehört zu verschaffen und quasi am öffentlichen diskurs teilzunehmen die versammlungsfreiheit steht in deutschland generell unter druck das muss man sehen nicht von seiten des bundesverfassungsgerichts im gegenteil das hat sich immer wieder schützend vor die versammlungsfreiheit gestellt aber ganz viele versammlungsbehörden gehen sehr restriktiv damit um für viele polizeibeamtinnen und beamten sind für menschen die sich versammeln eben störer das ich will das nicht verallgemein es geht natürlich nicht für alle aber wir erleben das immer wieder dass versammlungen sagen wir mal nicht gerade besonders freundlich angesehen werden und da glaube ich gibt es einfach noch etwas zu lernen in unserer demokratischen kultur allgemein versammlungen sind grundsatz etwas gutes und zwar selbst dann wenn man sie inhaltlich für falsch hält natürlich gilt das nur für friedliche versammlung ja natürlich müssen müssen auch menschen die eine versammlung durchführen sich an bestimmte spielregeln halten sie dürfen keine gewalt ausüben und natürlich müssen sie auch infektionsschutz auflagen einhalten und das ist natürlich wiederum der punkt wo sich der kreis schließt natürlich macht es oder kann es auch durchaus sinn machen eine demonstration im einzelfall zu verbieten nämlich dann wenn es plausible anhaltspunkte dafür gibt dass infektionsschutz auflagen nicht eingehalten werden und dem dem gemäß in große schäden für die öffentliche gesundheit zu befürchten sind also nicht jedes verbot einer demonstration ist ein solches falsch aber ich glaube generell würde ich mir eine versammlungsfreundlichere kultur wünschen in deutschland und vielleicht auch wenn man so will eine dissenzfreundliche kultur es ist einfach ein wert an sich in einer demokratie wenn ganz unterschiedliche ansichten öffentlich diskutiert werden können auch wenn sie noch nicht mehrheitsfähig sind um da vielleicht nur einen historischen vergleich zu ziehen die grünen als partei sind um die 40 jahre alt und ganz am anfang ja als als es quasi so eine ökologische bewegung in deutschland in erst in anfängen gab war die eben auch noch nicht im bundestag war nicht in den länderparlamenten aber es gab ostermärsche es gab friedensdemonstrationen es gab demonstrationen gegen den sogenannten sauren reden also da sieht man schon sehr deutlich dass solche sozialen bewegungen ganz am anfang eben die auch die möglichkeit brauchen auf die straße zu kommen um dann tatsächlich vielleicht gesellschaftlich auf dauerrelevant zu werden und wir wissen alle die grünen standen vor kurzem in der sogenannten sonntagsfrage auf platz 1 also sieht man sehr deutlich wie wichtig auch demonstrationen sein können um die politische kultur die spannbreite des diskurses zu verbreitern ja ganz auf platz 1 sind die grünen nicht mehr laut den wahren sie aber apropos gehör verschaffen ich wurde darauf hingewiesen dass die e mail für ihre fragen events at freiheitsrechte.org ist ich hatte fälschlicherweise dort de gesagt also bitte schicken sie uns gerne unter ihre fragen unter events at freiheitsrechte.org und sie wollten darauf eingehen antworten nehmen an dass sie das erwarten mag ich auch sehr gerne ich bin zwar kein polizeipsychologe aber ich würde mich wundern wenn polizisten störer demonstranten als störer betrachten das kann ich mir nicht vorstellen störer werden sie wenn sie gegen das geltende recht und dagegen die gesetze verstoßen wie sie richtig sagten aber man ja und das ist ja ein verwaltungsrechtlicher fachbegriff der störer der muss im verwaltungsrecht als objekt mit staatlichen maßnahmen aufgefangen werden da muss etwas geschehen und wenn menschen demonstrieren ihr demonstrationsrecht aus artikel 8 völlig zu recht und unbeschränkt das verfassungsgericht hat ja gesagt es darf keine pauschalen einschränkungen durch gesetze für versammlungen geben daran halten wir uns sehr strikt das kennen wir sehr gut wenn aber diese völlig berechtigten meinungsäußerung kollektiven meinungsäußerung ganz wichtig konstitutionell wichtig für unsere demokratie wenn die missbraucht werden wenn die nicht im rahmen der gesetze praktiziert werden dann muss der muss die versammlungsbehörde müssen müssen die ordnungs- und polizeibehörden einschreiten und dann müssen muss der störer dazu gebracht werden die störung zu beenden deswegen wird in solchen fällen werden durchsagen gemacht bitte legen sie masken an halten sie die hygienekonzepte ein oder werden sie eben wieder friedlich wenn demonstrationen nicht mehr gewaltfrei stattfinden können das ist ein ganz normales polizeifachliches reaktionsinstrument ein mechanismus und konflikt lösungsmechanismus und der ist sehr wichtig und gerade die ordnungsgemäße wahrnehmung dieses grundrechts zu gewährleisten und sie haben völlig recht dieses grundrecht ist besonders wichtig genauso wichtig ist allerdings auch oder nicht allerdings ist auch das grundrecht aus artikel 4 auch die religionsfreiheit darf genauso wenig durch den gesetzgeber eingeschränkt werden wie die versammlungsfreiheit aus artikel 8 in artikel 4 ist es schon im grundgesetz selbst angelegt das grundrecht hat keinen gesetzes vorbehalt das heißt es darf nur in abwägung wie sie richtig an moderierten abwägen ist ein ganz wichtiges thema in diesen zeiten darf nur in abwägung mit anderen grundrechten eingeschränkt werden und deswegen hat die bundesregierung ja einen gesetzentwurf im letzten oktober in den bundestag eingebracht den der bundestag auch beschlossen hat wo artikel 28 28a infektionsschutzgesetz geschaffen worden ist und da gibt es einen absatz einen eigenen absatz nur für diese beiden grundrechte für artikel 4 und für artikel 8 in dem drin steht dass in diese grundrechte durch maßnahmen zur infektionsschutz erst eingegriffen werden darf wenn keine anderen maßnahmen mehr erfolgreich sind also nur als ultima ratio situation dürfen diese beiden grundrechte beschränkt werden und so versuchen wir gerade diese beiden grundrechte auch zu schützen in diesen zeiten gut nun haben sie dargelegt dass das alles nach recht und gesetz passiert gleichzeitig hat ja keine andere als die bundeskanzlerin selbst diese pandemie als zumutung für die demokratie beschrieben können sie das dann auch so nachempfinden ich weiß ja auch nicht genau wie sie das gemeint hat ich würde aber vermuten dass sie gesagt hat dass es eine herausforderung ist so wie sie ja selbst in dem titeljahr ausweisen unsere demokratie basiert eben darauf dass wir maximale freiheit gewähren wollen dass wir auch in zeiten in denen es eng wird in den krisen in den katastrophen eintreten versuchen moderat zu reagieren angemessen verhältnismäßig zu reagieren es gibt ja auch staaten in dieser welt die haben auf diese epidemische oder pandemische situation ganz anders reagiert die haben ganze städte abgeriegelt über wochen und monate nun kann man sagen vielleicht war das sogar ein probates mittel denn es war ein sehr kurzer shutdown der möglicherweise das problem in kurzen zeiten gelöst hat allerdings entspricht das nicht unserem freiheitsmodell des grundgesetzes wir müssen auf diese situation moderater reagieren müssen immer die grundrechte einhalten müssen immer die funktionalität des rechtsstaats einhalten und müssen immer sehen dass die entscheidenden grundrechte nur mit minimal invasiven instrumenten beschränkt werden und deswegen haben wir es in solchen situationen naturgemäß schwerer als demokratie als parlamentarische repräsentative demokratie als elektorale diktaturen oder als totalitäre staaten die können in solchen situationen sehr viel leichter grundrecht einschränken wir sind beschränkt in unseren reaktionsmöglichkeiten der sind aber trotzdem froh dass wir diese einschränkungen haben wir müssen und das haben wir glaube ich auch in gewisser weise gezeigt dass wir auch mit diesen instrumenten so eine situation besiegen können deutschland ist inzwischen wenn sich heute mal die aktuellen zahlen angucken ich glaube das erfolgreichste impfland in ganz europa bis auf großbritannien die sind aber aus der union ausgetreten und deswegen konnten die ganz anders impfstoff bestellen wenn man das mal in die relation setzt deutschland hat versucht moderater zu reagieren ist aber trotzdem enorm erfolgreich inzwischen hat die höchsten impfquoten und hat auch die niedrigsten inzidenzen inzwischen herr bürmer können sie da den schmerz nachempfinden dass man mit mitteln eines freiheitlichen rechtsstaats nicht so effizient das muss man einfach so sagen eine pandemie bekämpfen konnte wie mit einem totalitären staat der sich nicht rechtfertigen muss ich würde ein hofmann jetzt auf gar keinen fall so verstehen wollen dass er quasi damit liebäugeln würde nein nein aber insofern insofern schmerz habe ich dann nicht wahrgenommen ich denke ganz im gegenteil dass sich unsere grundrechtliche ordnung an dieser stelle sehr bewährt hat wir haben nämlich gesehen dass wir jedenfalls die notwendigen maßnahmen auch auf der grundlage des grundgesetzes treffen können ganz im gegenteil glaube ich wird es eine aufarbeitung brauchen nach der pandemie wo wir dann genau hinschauen welche maßnahmen denn tatsächlich welche wirksamkeit gezeigt haben und welche maßnahmen vielleicht auch zu übermäßigen belastungen geführt haben ich habe eben schon kritisiert dass die bundesregierung insbesondere das berufsleben weitgehend ausgeklammert hat jedenfalls soweit es um wirtschaftsbetriebe gibt produzierendes gewerbe dass sie aber auf der anderen seite zum beispiel kunst und kultur aber auch dass die gastronomie sehr belastet hat da sehe ich eine deutliche schlagseite und es gibt eben auch eine ganze reihe von anderen gruppen in unserer gesellschaft die hier und dadurch unter die räder gekommen sind ich glaube da gehört zu einer vorbereitung unseres rechtsstaats auf eine hoffentlich nicht so schnell eintretende aber natürlich immer mögliche neue pandemie dass wir hier versuchen sensibel zu reagieren und darauf zu achten dass einfach weniger menschen gleichsam hinten runter fallen einen konkreten vorschlag möchte ich an der stelle noch mal unterbreiten und zwar geht es darum die unterrichtung der bundesregierung und auch der landesregierung über medizinische fakten das ist in dieser pandemie sagen wir mal häufig sehr auf eine sehr spontane weise passiert mit spontanen einberufen expertenrunden zum beispiel wo dann die ministerpräsidentinnen und die bundeskanzlerin informiert wurden von ausgewählten expertinnen und experten ich glaube da können dass dass da die wissensvermittlung aus der medizin hinein in die politik doch deutlich verbessert werden könnte ich glaube wir brauchen hier einfach ein experten gremium expertinnen gremium das in der lage ist quasi abgestimmte medizinische fakten zu vermitteln denn experten streitigkeiten in der bild zeitung glaube ich haben uns bei der pandemie bekämpfung nicht geholfen auch persönliche angriffe gegen expertinnen und experten waren aus meiner sicht eher schädlich denke ich brauchen wir eine bessere vorklärung der medizinischen fakten um dann tatsächlich auf dieser grundlage politische entscheidungen treffen zu können das wäre mir persönlich sehr wichtig und dann wäre eine andere frage wie wir zum beispiel auch die wirtschaftlichen lasten der pandemie noch besser verteilen können es gibt bestimmte gruppen die sehr hinten runter befallen sind ich kunst und kultur habe ich schon mehrfach angesprochen aber das gilt generell für alle menschen die zum beispiel als solo selbstständige tätig sind da gab es große probleme die hilfen die davon immer wieder versprochen worden sind teilweise mit sehr großer verzögerung ausgezahlt worden und insofern sind die belastung für die pandemie oder in der pandemie situation einfach sehr unterschiedlich gewesen das denke ich sollte sich auf diese weise nicht wiederholen da würde ich auch gleich noch mal sie dazu fragen wollen sport gehört ja auch thematisch in ihr ministerium hinein akzeptieren sie denn was viele wenn man leute auf der straße fragt werden die das bestätigen dass diese einschränkungen viel mehr in den privaten bereich hinein regiert haben als sie in wirtschaftsprozesse eingegriffen haben und wie diese gewichtung überhaupt zustande kam ich könnte mir vorstellen dass man darüber nachgedacht hat dass diese privaten einschränkungen von sie sprechen ja die sehr sehr viele menschen treffen die eben auch berufstätig sind und wenn man sie im privaten bereich einschränkt und im beruflichen bereich dann noch mal einschränkt also das produzieren der gewerbe von dem vorhin die rede war wenn man unternehmen dicht gemacht hätte dann hätte man diese menschen doppelt bestraft und hätte sie in privaten lebens in der privaten lebensführung eingeschränkt und hätte sie auch in der beruflichen lebensführung eingeschränkt deswegen hat man versucht auch hier home office hygienekonzepte abstandsregelungen im produzierenden gewerbe maximal durchzusetzen aber dennoch nicht diese unternehmen zuzumachen denn diese unternehmen sollen ja auch die produktivität hochhalten in gang halten und eine basis dafür bilden dass wir diese krise jetzt überwinden können dass wir aus dieser wirtschaftsrezession in die wir ja hinein gekommen sind unvermeidlicherweise hinein gekommen sind dass wir die überwinden können dass wir den laden wieder hochfahren können um mal so einen begriff zu benutzen dafür ist sind die ist die deutsche wirtschaft essentiell wichtig und auch letztlich um das geld für das wieder aufbauen zur verfügung zu stellen braucht der staat steuereinnahmen er braucht er bekommt sie von den unternehmen und er bekommt sie natürlich auch von den einkommensteuerpflichtigen mitarbeiterinnen und mitarbeitern deswegen musste man genau überlegen ob man dort doppelt angreift aber ich gebe natürlich recht ich bin selbst mitglied der in berliner theater gemeinde ich habe sehr sehr bedauert die kulturschaffenden die nicht arbeiten durften und nicht produzieren konnten nicht kreativ sein konnten wir haben zwar im grundrechtsbereich was diesen diese kunstfreiheit angeht die unterscheidung zwischen werkschutz und wirkschutz also das werk konnte jeder kulturschaffende nach wie vor theoretisch produzieren er konnte ein bild malen konnte ein lied komponieren in ihrem bereich ist es vielleicht nur beschränkt möglich aber der die wirkbarkeit das wirken der kunst ist eingeschränkt worden dass man damit auch geld verdienen konnte dass man ausstellen konnte dass man inszenieren konnte und aufführungen machen konnte das ist eingeschränkt worden und das muss natürlich möglichst schnell beendet werden und auch hierfür braucht man wieder viel geld und ich wollte noch mal kurz auf greifen wasser bürmer gesagt hat dass die gerichte ja auch eine ganz wichtige rolle spielen bei der funktionalität oder der frage wie hat deutschland diese krise gemeistert wir sprechen in deutschland oft von der von der staatsquote wie viel staat ist in unserem sozialen und gemeinschaftsleben drin und hier geht es ja darum wie hat der staat seine funktionen erfüllt und deswegen würde ich hier den begriff einer funktions erfüllungsquote aufgreifen der stammt gar nicht von mir aber ich würde ihn gerne aufgreifen inwieweit hat der staat seine funktions erfüllung hier bewiesen und der staat ist der gesetzgeber der deutsche bundestag die bundesregierung als exekutive und die gerichte die das alles kontrollieren und wir haben ja inzwischen eine vielzahl von vielen tausend gerichtsverfahren die eingeleitet worden sind gegen diese grundrechtseinschränkungen nur ein ganz ganz kleiner teil dieser gerichtsverfahren hat dazu geführt dass die grundrechtseinschränkungen für rechtswidrig erklärt worden sind über 90 99 98 prozent ungefähr aller gerichtsentscheidungen waren so dass die gerichte gesagt haben diese maßnahmen die die bundesregierung in einem entwurf vorgeschlagen hat und die der bundestag dann beschlossen hat entsprechen unseren grundrechtlichen standards die entsprechen der rechtsstaatsqualität die wir entwickelt haben die eine der höchsten in der ganzen welt ist ich bin sehr froh dass diese gesetze diese prüfung bei unseren gerichten weitestgehend bestanden haben und das bundesverfassungsgericht als höchstes gericht in deutschland hat ja eben gerade diese notbremsenregelung die die letzte große regulierung hoffentlich in diesem bereich war durch einige entscheidungen die schon gefällt worden sind die auch die klage die die gesellschaft für freiheitsrechte eingelegt hat die verfassungsbeschwerde das gericht hat alle diese beschwerden bisher nicht durchgehen lassen nicht stattgegeben und hat damit gesagt diese maßnahmen sind angemessen und sie sind notwendig gewesen um die pandemie in den griff zu bekommen wobei die notbremse natürlich auch eine reaktion darauf war dass man durch politischen konsens nicht mehr weitergekommen ist und dann den gesetzgeber und das parlament auch gebeten hat natürlich da jetzt neue grundlagen zu schaffen aber ich würde Herrn dr bürmer ja noch mal fragen wollen vielleicht an am beispiel des pfingstwochenendes wo viele demonstrationen auch verboten wurden auch des des bundesverfassungsgerichtsurteils im april wie haben sich denn ihrer meinung nach die justiz in deutschland bei der frage freiheitsrechte geschlagen ich habe eben schon mehr vorangedeutet dass aus meiner sicht der rechtsstaat sich im großen und ganzen bewährt hat ich teile da auch die einschätzung von den hofmann dass es tatsächlich nur wenige entscheidungen waren die maßnahmen für rechtswidrig gehalten haben dann allerdings auch wiederum mit guten gründen denken wir zum beispiel an isolierte beherbergungsverbote also jetzt die notbremse enthält ja auch wieder dass das denke ich grundrechtlich völlig berechtigt gewesen aber isolierte beherbergungsverbote im letzten herbst die haben nicht standgehalten wofür es gute gründe gab und auch einige übertriebene einschränkungen zum beispiel der versammlungsfreiheit ich möchte aber noch einen punkt konkretisieren ich hatte eben ja gesagt wir hätten uns als gff striktere regeln fürs arbeitsleben vorgestellt und damit war natürlich nicht gemeint dass wir fabriken schließen wollten das ist überhaupt nicht der punkt wie das eben anklang sondern ganz im gegenteil wir hätten uns gewünscht dass wenigstens maskenpflichten oder die möglichkeit zum home office konsequent durchgesetzt worden wäre genau das war nicht der fall selbst die bundesnotbremse enthält hier noch hintertüren die offen sind wie scheunen so dass es arbeitgebenden immer noch völlig frei steht jedenfalls im ergebnis nicht nicht der jure aber im ergebnis ob sie ihre mitarbeitenden ins büro zwingen oder nicht und das halten wir für sehr problematisch ich möchte aber noch auf einen weiteren punkt hinweisen der quasi so den bereich der pandemie festigkeit unseres gemeinwesens betrifft und das ist insbesondere die vorbereitung im bereich der infrastruktur da liegen mir vor allem zwei dinge am herzen das eine ist die bildungsinfrastruktur das andere ist die digitale infrastruktur die corona pandemie hat hier schonungslos offen gelegt dass wir in deutschland mit dem ausbau zum beispiel von breitband verbindungen katastrophal zurückliegen mindestens um ein jahrzehnt wenn nicht zwei jahrzehnte gegenüber anderen europäischen ländern da haben die bundesregierung der letzten 15 jahre völlig versagt und das hat zum beispiel dazu geführt dass homeschooling in deutschland unglaublich problematisch war aber es natürlich sind auch unsere schulen nicht gut vorbereitet gewesen auf die pandemie stichwort luftfilter die eben bis heute weitgehend fehlen stichwort homeschooling konzepte zum beispiel und es zeigt einfach dass wir in deutschland an den falschen stellen regeln regulieren oder auch nicht regulieren stichwort breitband ausbau hier überlassen wir es den providern wo sie leitungen ziehen wollen und wo nicht es gibt nach wie vor keinen rechtsanspruch auf einen die auf einen glasfaser anschluss zum beispiel und ich denke der bund lässt auch die länder doch sehr weit geht im stich wenn es um die finanzierung von bildungseinrichtungen geht natürlich ist das die bildungshoheit der länder aber der bund ist einfach finanziell ganz anders aufgestellt und die länder dürfen hier nicht weiter sparen aber der bund muss ihnen auch unter die arme greifen also wir sehen hier sehr deutlich dass corona einfach ein krass querschnittsthema ist wir können es nicht beschränken nur auf die frage ob es zum beispiel eine ausgangssperre gibt wir können es nicht beschränken auf maskenpflichten sondern oder auf andere freiheitsbeschränkungen sondern wir müssen darauf schauen wie unser gemeinwesen insgesamt aufgestellt ist und ungerechtigkeiten und defizite zeigen sich quasi unter so einem corona stresstest besonders deutlich und das gilt natürlich eben auch für besondere belastung wirtschaftlich schwächerer menschen in unserer gesellschaft und ich denke hier sehen sehe ich große hause hausaufgaben für die nächste bundesregierung aber auch für die landesregierung in deutschland dass sie insbesondere im bildungsbereich einfach deutlich mehr investieren müssen sowohl in digitale bildungskonzepte als auch in infektionsschutz in schulen generell stichwort luftfilter aber es gibt natürlich noch viele andere maßnahmen die man da treffen kann denn mal ganz ehrlich corona ist natürlich aus einer infektionsschutz perspektive jetzt wird quasi der super gau gewesen aber es gibt ja auch sonst in jedem winter erkältungskrankheiten es gibt grippe-grippe-epidemien und insofern gibt es allen grunden dafür sich generell gedanken zu machen über einen besseren infektionsschutz gerade auch im bildungsbereich herr dr bürmer ich würde gerne noch mal kurz nachfragen wir haben jetzt eine frage aus dem publikum bastian stiebe als jurastudent er fragt sie haben wiederholt die bedeutung von versammlungsfreiheit betont wieso ist die gff erst diesen april bei der bundesnotbremse auf dem klageweg aktiv geworden und nicht schon gegen das bundesweite pauschale versammlungsverbot zum jahreswechsel oder die pauschalen versammlungsverbote im ersten bayerischen lockdown das ist eine frage von bastian stiebe also wir als gesellschaft für freiheitsrechte haben sämtliche grundrechtseinschränkungen in der pandemie sehr genau beobachtet wir haben zum beispiel auf unserer homepage eine sogenannte corona frq also frequently asked questions so eine art frage antwort katalog aufgeschrieben und dabei alle maßnahmen genau analysiert wir hatten dabei insbesondere auch die versammlungsfreiheit und deren einschränkungen sehr genau im blick und gott sei dank war es aber so dass die maßnahmen die hier getroffen worden sind die wir für übertrieben gehalten haben jeweils sehr kurzfristig aufgehoben worden sind teilweise innerhalb von zwei drei wochen und deswegen gab es da für die gff gott sei dank dann nicht mehr die notwendigkeit tatsächlich einzuschreiten bei der bundesnotbremse haben wir das anders bewertet weil da einfach kein ende absehbar war und haben da ja auch von wenigen tagen mit einem eilantrag reagiert das war wie gesagt bei der bei den einschränkungen der versammlungsfreiheit gott sei dank nicht erforderlich und das wäre aus meiner sicht tatsächlich wieder auch ein schönes beispiel dafür dass übertriebene einschränkungen in unserer gesellschaft dann zum einen öffentlich breit kritisiert werden gerade die zu weitgehenden versammlungsverbote haben ja auch in der presse fast einhellig widerstand gefunden und zum anderen hat da eben auch der rechtsstaat funktioniert in der weise dass gerichte einzelne versammlungsverbote ja auch aufgehoben haben also jedenfalls die pauschalen wie sie zum beispiel eine wahl in bayern gegolten haben und insofern bin ich da persönlich eigentlich ganz glücklich darüber wie der rechtsstaat reagiert hat noch schöner wäre es natürlich wenn die verordnungsgebenden in bund und ländern von vornherein auf übertriebene maßnahmen verzichtet hätten aber wie gesagt deswegen habe ich die versammlungsfreiheit jetzt auch in meinen beiträgen hier so nach vorne gestellt weil ich sie als ein grundrecht wahrnehme dass natürlich der kritik der herrschenden gewidmet ist das ist quasi die kernaufgabe der versammlungsfreiheit und deswegen gerade bei den menschen nicht immer ganz oben im kurs steht die zurzeit an den hebeln der macht oder der verantwortung für herr professor hofmann hätte ich auch noch eine frage herr dr christ aus berlin schreibt aber das muss ich ein bisschen einordnen der gesundheitsschutz sei ausdrücklich nicht als grundrecht im grundgesetz installiert wobei ich jetzt mal widersprechen würde das ist ja artikel 2 recht auf körperliche unversehrtheit aber ich denke grundsätzlich ist die frage warum gesundheit über alles gestellt wurde und grundrechte wie die menschenwürde und das demonstrationsrecht deswegen eingeschränkt wurden aus welchem grund sollte dies gerechtfertigt sein sollten nicht im grundgesetz verankerte grundrechte stets bestand haben und unverletzlich sein aber es ist eigentlich eine abwägungsfrage dass das in der abwägung dieser grundrechte auch in den vorlagen die sie ja auch erarbeitet haben war der gesundheitsschutz da immer ganz oben weil das wird hier so empfunden das ist alles schlicht erstmal in summe das verstehe ich als zustimmende äußerung letztlich denn wir haben tatsächlich immer versucht die grundrechte abzuwägen gegeneinander der staat ist das nennt man grundrechts determinierte schutzpflicht der staat muss weil er die grundrechte der menschen schützen muss sie vor dem virus schützen dafür muss er aber in andere grundrechte eingreifen und diese grundrechte die dann miteinander kollidieren den muss er in abwägung bringen und muss überlegen wie weit ist es erforderlich um menschenleben zu retten infektions geschehen zu verhindern dass menschen krank werden dass alte menschen krank werden junge menschen egal welche menschen krank werden welche einschränkungen kann ich dafür verantworten um das zu verhindern und das ist eine sehr schwierige frage die eigentlich nur ein einzelfall situation entschieden werden kann deswegen hat der bundesgesetzgeber versucht gar nicht so starre die maßnahmen vorzugeben wenn sie sich erinnern wir haben im grunde drei phasen erlebt im letzten frühjahr als die pandemie losging ist im infektionsschutzgesetz relativ wenig geändert worden da ist ein paragraf 5 gemacht worden der die epidemische lage nationaler tragweite festgestellt hat da muss der bundestag entscheiden wir haben hier eine epidemie lage eine pandemie lage und aufgrund dieser feststellung sind besondere grundrechtseinschränkungen möglich und welche grundrechtseinschränkungen hat der bundesgesetzgeber aber gar nicht vorgegeben sondern er hat auf das föderale system des grundgesetzes bauend gesagt die länder sind dafür zuständig die länder sind für die gefahren abwehr zuständig auch für die abwehr von gesundheitsgefahren und die länder sind nah an der basis sie sind nah infektionsgeschehen sie machen im zweifel maßnahmen die passgenau sind die genau auf die situation in dem jeweiligen landkreis in der jeweiligen kommune passen das ist das prinzip der verhältnismäßigkeit eine passgenaue lösung je genauer sie auf die situation passt umso verhältnismäßiger ist sie diese situation hat auch eine zeitlang funktioniert im letzten herbst ging aber dann die gingen die zahlen wieder nach oben deswegen hat der bundesgesetzgeber dann wieder reagiert und hat konkretere maßnahmen in § 28a vorgegeben die ausdifferenzierter waren und die eine stärkere beschränkung und konkretere beschränkung vorgegeben hat aber auch in dem versuch möglichst minimal invasiv nur vorzugehen und weiterhin hat er diesen mechanismus umzusetzen den ländern überlassen das ist das prinzip unserer föderalen ordnung das subsidiaritätsprinzip das zielgenaue maßnahmen möglichst subsidiär möglichst auf der nahen problemnahen ebene passieren und erst als dieses system auch nicht optimal funktioniert hat als die nächste welle kam hat der bundesgesetzgeber dann die notbremse selbst reguliert im april dieses jahres indem er die maßnahmen dann bundesweit vorgegeben hat aber auch hier hat er versucht maß und ziel einzuhalten indem er gesagt hat nur wenn eine inzidenz in einem landkreis über 100 geht nur dann werden die maßnahmen legitimiert wenn sie unter 100 ist wenn sie gelten sie nicht das heißt wir haben ein atmendes system geschaffen wenn die zahl 100 überschritten wird dann wird es aktiviert wenn sie wieder unterschritten wird innerhalb von fünf tagen wird es wieder deaktiviert und wir haben vor allen dingen eine sogenannte self-executing norm geschaffen eine norm die von selbst reagiert sobald die inzidenz erreicht ist müssen die vorschriften der norm angewendet werden das verhindert dass entscheidungen die eigentlich getroffen werden sollten die im föderalen abstimmungsmechanismus manchmal nicht so optimal gefällt worden sind dass die nicht mehr notwendig sind das ist eine objektivierung der maßnahmen die sie unabhängig macht von der entscheidung einzelner gebietskörperschaften und damit haben wir auch wieder versucht dem grundrechtsschutz zu helfen indem wir gesagt haben es wird ganz objektiv geregelt wenn über 100 die inzidenz ist dann greifen die maßnahmen unabhängig davon ob irgendwelche gebietskörperschaften oder menschen sagen ich will jetzt diese maßnahmen verhängen oder ich will sie nicht wir haben ja leider in dieser welt auch politiker erlebt die ganz persönlich falsche entscheidungen getroffen haben die gesagt haben ich bestreite dass es eine pandemie gibt und ich ignoriere das ich reagiere nicht und die haben ihrer bevölkerung glaube ich keinen gefallen getan um es mal noch ganz vorsichtig zu definieren wir haben versucht das zu objektivieren indem wir es durch gesetze für allgemeingültig erklärend reguliert haben gut dann eine schlussfrage an sie und zwar was sagen sie sich wir hoffen ja dass das jetzt gegen ende der pandemie zugeht welche grundrechte rechte möchten sie nie wieder gegeneinander abwägen müssen am liebsten keine gegeneinander das ist selbstverständlich ich bin als beamter des innenministeriums für die verfassung zuständig für das verwaltungsrecht was war am schwersten in dieser pandemie da müssen sie ja ganz ganz harte abwägungen gehabt haben na ich würde schon sagen die beiden grundrechte die erwähnt worden sind artikel 4 die religionsfreiheit ein ganz wichtiges freiheitsrecht egal ob jemand religiös ist oder nicht denn in artikel 4 wird ja auch die weltanschauungsfreiheit völlig liberalisiert und freigestellt auch jemand atheist ist agnostiker alle weltanschauungen alle alles was jemand glaubt oder nicht glaubt wird durch artikel 4 geschützt das ist enorm wichtig aber genauso wichtig natürlich artikel 8 die demonstrationsfreiheit seine meinung kollektiv oder auch individuell in der öffentlichkeit oder in umstoßenen räumen dann entsprechenden auflagen frei zu äußern ist konstitutiv essentiell für unsere demokratie und dr bürmer auch eine schlussfrage an sie wogegen möchten sie nie wieder klagen müssen also wir halten ehrlich gesagt ausgangssperren nach wie vor sein höchst problematisches mittel und sie passen auch einfach nicht in unsere demokratische kultur jedenfalls so lange nicht wie der gesetzgeber viele viele andere stellschrauben gehabt hätte an denen er hätte drehen können ausgangssperren sind nicht umsonst mittel die normalerweise in staaten angewendet werden mit denen wir uns wirklich nicht vergleichen wollen und insofern das ist tatsächlich eine verfassungsbeschwerde und ein eintrag den ich so schnell nicht wieder schreiben möchte aber wie gesagt das ist eine schattenseite einer ansonsten jedenfalls im großen und ganzen denke ich aus einer grundrechtlichen perspektive durchaus gelungenen pandemie bekämpfung ich würde mir nur wünschen dass einer wie gesagt hoffentlich so schnell nicht eintretende neue pandemie in einer weise bekämpft wird die sich auch als sozial gerechter beschreiben diese pandemie ist und bleibt also eine herausforderung für den rechtsstaat herzlichen dank für diese debatte an professor hofmann und dr böhmeier zugeschaltet per zoom danke ihnen und es wird in ein paar augenblicken weitergehen mit einer expertendiskussion und da geht es um vulnerable gruppen die die am allerwenigsten in talkshows und diskussionsrunden zu sehen sind so danke ihnen ich danke ihnen das handeln in einer pandemie diskriminierungsfrei gestalten wie werden auch die gehört die in so einer notlage einfach aus der öffentlichkeit noch mehr verschwinden die keine lobby haben dazu werden wir hier gleich diskutieren und bevor ich ihnen meine diskutantinnen vorstelle wollen wir aber zuerst von denen hören die es betrifft und die sie vielleicht viel zu wenig gehört haben in den letzten anderthalb jahren da hören wir mal rein viele geflüchtete leiden unter sussischen problemen vor allem in den gemeinschaftsunterkünften eine sehr besondere gefahr da ja viele menschen auf einem sehr engen raum leben und die wahrscheinlichkeit sich mit dem corona anzustecken ist sehr hoch also in der pandemie gab es maßnahmen die für alle einschneidend waren ob menschen mit behinderung oder nicht was uns auch belastet hat war eher die denke die oft dahinter steckte gerade dann gesagt wurde ach so da ist wieder jemand gestorben aber er hatte eine vorerkrankung ach der war behindert dass da im prinzip so diese erleichterung der gesamtbevölkerung mitschwingt dass ich sie ja nicht treffen kann sondern nur die behinderten und das hat uns glaube ich ziemlich herabgewürdigt und für menschen die zum beispiel in alten und pflegeheim lebten brach plötzlich jeglicher kontakt nach außen ab keine sozialen beziehungen mehr auch nicht innerhalb der heime bei manchen wurde sogar das essen vor die tür gestellt nur damit keinerlei kontakt stattfinden konnte eine maßnahme wir durften nicht während der pandemie mit dem geflüchteten zu begleiten in den verschiedenen bürden zum beispiel jobcenter anwälten jugendämter für ältere war es ganz ganz schwierig wenn plötzlich klar wird auch das leben geht zu ende und was kann ich noch kann ich meine enkel noch sehen und in arm nehmen kann ich noch vielleicht noch mal an den ort fahren der mir besonders wichtig war also alles solche dinge machen die endlichkeit des lebens sehr deutlich wir hätten uns in der pandemie gewünscht dass an die menschen mit behinderung insbesondere auch die die pflegebedarf haben und ambulant leben mehr gedacht worden wäre das ist eine gruppe die völlig vergessen wurde wir haben keine masken gestellt bekommen wir haben keine schutzausrüstung gestellt bekommen als es mit den tests anfing haben wir die auch nicht bekommen solange man ambulant lebt und als es dann die impfungen gab standen wir auch erst mal gar nicht mit drin also es war im prinzip ein vergessen werden auf ganzer linie außer bei der triage da hat man uns gedacht dass man da vielleicht uns zuerst berücksichtigt ja und wir wollen auch von ihnen hören wenn sie fragen haben können sie uns eine e mail schreiben unter events at freiheitsrechte.org können auch sie fragen stellen an die folgenden diskutanten die ich ihnen jetzt vorstelle da ist zunächst einmal per zoom zugeschaltet elke breitenbach senatorin für integration arbeit und soziales von der partei die linke hier in berlin sie sagt die corona pandemie hat die bestehenden probleme für viele menschen noch einmal verschärft und deutlich gemacht welche katastrophalen auswirkungen die krise auf diese menschen hat ferda athermann ist auch per zoom zugeschaltet sie ist autorin und expertin für diversität und rassismus sie hat das buch geschrieben hört auf zu fragen ich bin von hier und mit dem hashtag von hier eine debatte über die zugehörigkeit zu deutschland ausgelöst sie ist vorsitzende der neue deutsche medienmacher und mitbegründerin der neuen deutschen organisationen einem postmigrantischen netzwerk von initiativen aus ganz deutschland und sie sagt covid 19 ist kein gleichmacher die pandemie hat keineswegs alle menschen gleich getroffen um die folgen von strukturellem rassismus im gesundheitssektor sichtbar zu machen brauchen wir auch in deutschland aussagekräftige daten welche gruppen es warum besonders hart getroffen hat und mit hier im studio mit mir ist nele allenberg vom deutschen institut für menschenrechte sie ist dort die leiterin der abteilung inland europa bis letzten september war sie referatsleiterin flüchtlingspolitik in der integrationsabteilung des berliner senats und sie leitete das willkommenszentrum berlin eine beratungs- und unterstützungsstruktur für neu eingereiste migrantinnen und migranten und sie sagt ausnahmezustände legitimieren nicht die aufhebung von menschenrechtlichen standards im gegenteil gerade in einer ausnahmesituation entfalten menschenrechte ihre wahre bedeutung zunächst einmal möchte ich gerne zu ferda attermann frau attermann menschen mit migrationsgeschichte wurden vielfach hart von der korona krise getroffen auch weil sie teilweise dargestellt wurden als grund für die verbreitung als faktor der verbreitung da gab es auch teilweise rassistische berichterstattung was bedarf es für die einbeziehung von vertreterin margina von solchen gruppen ich hoffe sie hören mich ich höre sie ja hören sie mich jetzt auch ja wunderbar sie meinen für die einbeziehung in den diskurs ja und auch überhaupt in die maßnahmen denn kommunikation war ja wohl auch ein problem ja also wir hätten uns sehr gewünscht dass in dieser zeit ist es jetzt schon über ein jahr der pandemie das gelernt wird genau hin zu gucken und zu gucken wo liegen eigentlich die probleme statt reflexhaft irgendwie zu sagen hier die großhochzeiten sind das problem oder da die in die türkei reisenden migranten oder sonst wie wie es dann am ende tatsächlich immer wieder passiert ist und hin zu gucken ob nicht auch in deutschland wie in anderen ländern auch mehr menschen mit migrationsgeschichte also people of color und schwarze menschen härter von der pandemie betroffen waren wir haben zum beispiel gehört dass bei größeren konferenzen mit dem rki chef das tatsächlich von intensivstationen berichtet wurde dass dort auffällig viele menschen aus einwanderer familien sind wie man aber das sozusagen erfasst das ist so ein sehr heikles thema das hätte man tatsächlich mit migrantischen organisationen besprechen können oder müssen und gucken wie man da gemeinsam genauer eben hingucken kann auf die ursachen so und das ist sehr heikel das sehe ich total ein also gerade datenerfassen zum beispiel vulnerable gruppen sind da besonders empfindlich aber wir brauchen in der pandemie einfach wir stochern so ein bisschen im nebel wir wissen es gibt probleme es gibt schieflagen und wir wissen nicht genau wo und warum und um daran gehen zu können muss man eben gemeinsam lösungen finden und das hätte stärker passieren müssen nila allenberg sie sagen gerade in der pandemie müssen grundrechte erst recht voll umfänglich geschützt und durchgesetzt werden sie waren ja mit dabei auch in dieser pandemie was müssen politiker da anders machen denn das war ja wirklich also wenn wir uns mal anderthalb jahre zurückversetzen war das ja eine schock situation auch für alle das war es ganz sicher zu beginn ging es ja noch sehr um die diskussion sind eigentlich vulnerable gruppen genauso zu schützen wie die restliche bevölkerung wir haben jetzt eine ressourcen knappheit wir wissen nicht wie wir allen menschen gleich gerecht werden können und gelten eigentlich die menschenrechte für alle und wir hätten uns stärker gewünscht und denken heute ist auch eine gelegenheit dazu das noch mal klar zu stellen dass menschenrechte unteilbar sind und sie gerade auch für vulnerable gruppen genauso wie für alle menschen in diesem land oder auf der ganzen welt gelten sollten und gelten besondere schutzgrundlagen gibt es ja auch noch für die besonderen schutzbedürftigen gruppen darüber hinaus denken wir an die unbehindertenrechtskonvention die zum beispiel im artikel 25 absatz 1 vorsieht dass behinderten menschen oder menschen mit behinderung ein diskriminierungsfreier zugang zur gesundheitsversorgung gewährleistet werden muss oder denken sie an die kinderrechtskonvention die klare regelung vorsieht zum recht auf schulbildung oder auch zum recht auf spiel und freizeit oder die genfer flüchtlingskonvention die das für geflüchtete vorsieht und all das gilt und bindet den staat auch in einer situation der ressourcen knappheit und das vielleicht sich deutlich zu machen wir haben eingangs im video gesehen dass das durchaus nicht immer der fall war das ist eben hoffentlich ein lernfeld aus dieser pandemie dass es gilt menschen von anfang an mitzudenken und vor allem auch die mittelbare wirkung von bestimmten maßnahmen wenn sich entschieden wird aus pandemie bekämpfungsgründen den schulbetrieb auszusetzen und auf online schooling umzuschalten dann ist das etwas was zunächst mal natürlich wie eine gute maßnahme klingt und auch bestimmt eine sinnvolle war aber bestimmte gruppen ausschließt es schließt geflüchtete kinder aus die keinen wlan in ihren unterkünften haben es schließt kinder mit behinderung aus die zum beispiel gar nicht mit digitalen endgeräten lernen können sondern die präsenz brauchen oder es schließt kinder in armut aus die eben kein tablet haben und sich das so bewusst zu machen das ist etwas was erst langsam nach und nach erfolgt ist und was wir uns hoffen erhoffen in einer nächsten ausnahmesituation besser von anfang an zu berücksichtigen senatorin breitenbach wird sie nicht überraschen das geht natürlich an ihre adresse warum war die politik da so langsam und um es an einem konkreten beispiel festzumachen gibt es denn versuche einer datenerfassung jetzt gerade für menschen mit migrantischem hintergrund als erstes kann ich ihnen ihre frage auch nur eingeschränkt beantworten weil das impfen wird von in allen bundesländern und auch auf bundesebene vom gesundheitsbereich gemacht ebenso die intensivstationen ich hoffe ehrlich gesagt nicht dass das stattfindet dass daten erhoben werden sondern ich glaube man muss mal auf die soziale lage gucken ich als sozialsenatorin mache das und dann kann ich einfach nur feststellen dass in dieser pandemie soziale probleme die es bisher schon gegeben hat wie durch ein brennglas deutlich wurden und menschen mit einem geringen einkommen und da gehören beispielsweise menschen mit einwanderungsgeschichte dazu da gehören aber auch sehr viele menschen mit behinderungen dazu die leben in beengten wohnverhältnissen und am ende des tages gehen die meisten menschen nach hause in der regel von der arbeit von der schule von der kita und dann kann man sich nicht mehr aus dem weg gehen und so kommt es zu ansteckungen also es betrifft nicht in erster linie menschen mit einwanderungsgeschichte und ähnlichen sondern es betrifft menschen mit einem geringen einkommen und dafür brauche ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht unbedingt Daten zu erfassen sondern ich muss soziale probleme angehen und die politik hat noch mal auf den punkt hat die politik zu langsam gehandelt ja sicherlich sage ich auch aus meiner sicht wir haben zu langsam gehandelt wir wurden mit einer situation konfrontiert wo überhaupt niemand erfahrungen hatte von daher mussten wir immer gucken und auch mit der wissenschaft und der medizin reden und dann handeln es gibt aber bestimmte probleme die sind nicht neu wenn gesundheitsämter nicht mit berlinerinnen und berliner ich rede mal von unserer stadt es ist ja in anderen städten ähnlich also nicht mit berlinerinnen und berliner reden können die nicht perfekt deutsch können wenn sie ihnen keine informationen geben können dann haben wir ein ernsthaftes problem und dann grenzen wir leute auch von informationen aus frau atemann wollen sie darauf mal antworten kann ich natürlich nur zustimmen ich was mich ein bisschen wundert ist dass jetzt eben nach so viel zeit nach fast 15 monaten glaube ich eben immer noch keine strukturellen verbesserungen da sind also ich stelle mir einfach vor es gibt bald es kann ja sein dass es demnächst wieder pandemien gibt davon ist auszugehen leider und dann wäre für mich die frage was ist das learning sozusagen und was ist nachhaltig geblieben und ich genau diese probleme eben mit dem zugang mit dem erreichen mit dem mitdenken bestimmter marginalisierte und vulnerabler gruppen das funktioniert eben nicht und vielleicht muss man sich da wirklich noch mal überlegen wie man die also wie man sich nach der pandemie hinsetzt mit allen zusammen und das dann aufarbeitet und ich habe die befürchtung dass sobald die pandemie einigermaßen über dem berg ist und das ist ja jetzt so ein bisschen licht in am ende des tunnels zu sehen dass das dann abgehakt wird dann ist wahlkampf und dann dann kommen auch wieder andere prioritäten und das wäre fatal also das ist so klar es war für alle neu aber es muss auf jeden fall konsequenzen haben und menschenrechte gelten einfach immer die galten auch vorher und die die sind zu kurz gekommen das kann man nicht anders sagen senator breitenbach würden sie denn wieder bei null anfangen wenn jetzt eine ganz anders geartete pandemie einträfe also wenn ich wir haben ja alle erfahrungen wir leben ja hier auch in berlin luftfilter in den schulen ist immer noch eher selten digitalisierung ist jetzt auch nicht wirklich vorangeschritten in vielen schulen gerade sozial benachteiligte familien die haben jetzt nicht alle einen laptop in die hand gedrückt bekommen und gruppen mit ja nicht die nicht deutsch oder nicht gut genug deutsch sprechen wie werden die denn jetzt erreicht wenn die anders erreicht also menschen die ein geringes einkommen haben und dadurch benachteiligt sind haben nicht alle einen laptop in die hand gedrückt bekommen aber immerhin gab es ein programm für tablets für kinder in den schulen wo ich ihnen aber nicht sagen kann und fand das war ein transparentes verfahren wie die verteilt wurden wir haben jetzt gesagt wir müssen in zukunft wenn wir flüchtlingsunterkünfte bauen und wir brauchen sie weil wir in dieser stadt eine wohnungsnot haben dann müssen die jetzt endlich sofort mit wlan gebaut werden weil was sie eben gesagt haben stimmt es gibt kein wlan oder es gibt keine endgeräte es gab übrigens vorher schon keine endgeräte deswegen sage ich immer wir das sind jetzt nicht die sachen wo wir bei null anfangen diese sozialen probleme gab es schon vorher was aber die pandemie angeht haben wir jetzt nochmal ein programm entwickelt wo langzeiterwerbslose menschen mit einwanderungsgeschichte qualifiziert werden für gesundheitsämtern und dort als gesundheitslotsinnen und gesundheitslotsen die menschen aufzuklären wir haben jetzt wir haben jetzt erfahrungen über die impfung in den bei den geflüchteten wo wir internationale ärzte teams haben über einen träger die in die unterkünfte gehen und die menschen vor dem impfen muttersprachlich aufklären das sind einfach sachen die notwendig sind und wo wir nicht mehr bei null anfangen ob das bundesweit so gemacht wird weiß ich nicht ich kann nur sagen wie wir es in berlin machen und wenn beispielsweise die ständige impfkommission weil wir vorhin auch menschen mit behinderung hatten überhaupt nicht auf dem schirm hat dass menschen mit behinderung in einer impf priorisierung einfließen müssen und da danke ich der berliner gesundheitssenatorin frau kaleitsche sehr dass sie das dort eingebracht hat und dass wir denn überhaupt menschen mit behinderung in der priorisierung aufgenommen hatten das zeigt natürlich tatsächlich dass bestimmte gruppen die jetzt schon diskriminierung unterworfen sind ganz oft hinten runterfallen und in einer pandemie hat es natürlich noch mal ganz dramatische auswirkungen und was unterbringung angeht in gemeinschaftsunterkünften um den satz noch zu sagen da sind natürlich ganz viele menschen von betroffen und das beispiel was sie in dem film hatten dass überhaupt niemand mehr in pflegeheime gehen konnten diese menschen hätten im übrigen alle klagen können weil das war eine einschränkung ihrer menschenrechte nicht rechtens war und was auch nicht in allen pflegeheimen stattgefunden hat um es auch mal so deutlich zu sagen aber dankeschön frau einberg ich meine das ja in der natur der sache bei vulnerablen gruppen dass die nicht zum anwalt gehen und alle klagen sondern dass sie oft selbst keine lobby haben wie groß ist denn ihr vertrauen dass da ein echter lern effekt in dieser pandemie entstanden ist ich denke es ist ein lern effekt entstanden aber man könnte den stärken und ein vorschlag die die unbehindertenrechtskonvention die beim deutschen institut für menschenrechte angesiedelt ist gerade am freitag gemacht hat ist ein so genanntes disability mainstreaming und ich denke das kann eigentlich auch nicht stehen bleiben bei menschen mit behinderung sondern sollte sich auf alle gruppen erstrecken das systematische und strukturelle gegenlesen von maßnahmen auf unmittelbare oder mittelbare wirkung für alle vulnerablen gruppen und ich glaube das würde auch der politik tatsächlich etwas an die hand geben sich systematisch zu überlegen welche auswirkungen hat meine maßnahme und von anfang an dagegen zu steuern und ein sehr guter effekt könnte sein eben mit betroffenen aus den verschiedenen gruppen zusammenzuarbeiten also ein beispiel berlin hat ja unglaublich großartig reagiert in bezug auf wohnungslose und hat sehr umfassende maßnahmen von anfang an entwickelt sei es die unterbringung in hotels oder auch dafür gesorgt dass sie sehr früh geimpft wurden aber ein anderes beispiel zum beispiel personen die in der gruppe der geflüchteten noch mal besondere risikopatientinnen oder patienten waren da hat es sehr lange gedauert für diese gruppe spezielle unterkünfte vorzusehen und ich glaube wenn man von anfang an die gruppe mit ins gespräch nimmt und überlegt was braucht ihr dann hat man erstens multiplikatorinnen und multiplikatoren und zweitens außerdem vielleicht maßnahmen die von der gruppe direkt angenommen werden können und ich glaube das wäre etwas was ja tatsächlich entscheidungen erleichtern könnte und auch schneller machen könnte frau senatorin ich sehe sie mit dem kopf schütteln deswegen lasse ich sie darauf reagieren frau allenberg sie haben jetzt irgendwie einen punkt außen vor gelassen wir haben und wir dürfen keine daten haben von menschen in den unterkünften und ihre vorerkrankungen es gibt einen sozialen datenschutz und wenn wir bei den menschenrechten sind muss man hier eine abwägung treffen warum hat es so lange gedauert weil wir erstmal an die träger gehen mussten und sagen mussten könnt ihr mal abfragen bei euren bewohnten wer vorerkrankungen hat und jetzt woanders untergebracht werden muss und das ging dann alles wieder zurück also das ist denn so ein abwägungsprozess zwischen unterschiedlichen menschenrechten ja also einerseits den schutz des lebens und der gesundheit andererseits des datenschutz das macht es denn nicht immer einfacher ich glaube ehrlich gesagt das problem liegt ja an einer anderen stelle nämlich an der form der unterbringung dieses problem gab es schon vorher frau allenberg sie wissen es wir haben oft darüber gesprochen dieses problem gab es schon vorher und das hat es einfach nochmal deutlich gemacht ob in seniorenheimen ob in mehr eingliederungshilfe ob bei obdachlosen ob bei geflüchteten oder bei wohnungslosen in allen gemeinschaftsunterkünften bringen wir menschen so unter dass sie nicht mal wenn sie es wollten die abstands und hygieneregeln einhalten das wäre tatsächlich ein punkt und wo ich glaube da müssen wir grundsätzlich was verändern alles andere macht es ist immer stückwerk hier brauchen wir eine veränderung also wir wissen dass weltweit schwarze menschen und people of color überproportional oft am koronavirus erkrankt und gestorben sind weil das untersuchungen in den usa kanada und großbritannien gezeigt haben also zum beispiel in chicago war das sterbe risiko zeitweise für schwarze menschen siebenmal höher so das ist sehr signifikant in deutschland können wir darüber nicht reden weil wir keine daten haben weder für die eine noch für die andere gruppe und wir also zum beispiel die organisation mit die die vorhin genannt wurden in meinem kontext die schließen sich einer forderung an die von internationalen ngos gefordert wurden nämlich um strukturellen rassismus im gesundheitssektor sichtbar zu machen ich hoffe sie können mich gut verstehen ich habe die nachricht bekommen dass man internet okay also zum beispiel man konnte das infektionsschutzgesetz überarbeiten und gucken ob die kurve 19 meldedaten soweit möglich so geändert werden dass eben doch migrationsgeschichte oder andere diskriminierungsmerkmale angibt wenn man krankheitsläufe erfasst dann ist insgesamt wichtig jetzt nach der pandemie noch mal studien zu machen institutionen wie das robert koch institut und gesundheitsforschungseinrichtungen mit in an bord zu holen um bei bevölkerungsstudien fragen einzubauen und forschungsprojekte im nachhinein zu machen um sich anzugucken wie diese überproportional negativen gesundheitsauswirkungen auf diskriminierte gruppen zustande gekommen sind und wie die beim nächsten mal vermeidbar sind und wenn man diese diskriminierungsmerkmale erhebt da hat frau breitenbach natürlich recht das ist super heikel und da will man vielleicht auch nicht über stürz schnell die falschen daten erheben das kann ich soweit nachvollziehen aber dafür gibt es sensible erhebungsmethoden die sind erprobt und die kann man eben gemeinsam mit den vulnerablen gruppen ja erarbeitet das braucht zeit aber das wäre eben wichtig das anzugehen und zum diversity also zum mainstreaming wollte ich noch sagen wir wünschen uns ja auch immer ein antirassismus mainstreaming und interessant war dass der gesundheitsminister nicht teil des bundeskabinetts gegen rassismus und rechtsextremismus war weil zum beispiel dieses thema überhaupt nicht in kombination zusammengebracht wird was hat der gesundheitsminister jetzt mit rassismus thema zu tun und und zu wissen in einem einwanderungsland oder überhaupt glaube ich in jeder gesellschaft dass man alle themen bereiche alle arbeitsfelder alle politikfelder mit rein nimmt wenn man sich diese themen diese vulnerablen gruppen anguckt das wäre wichtig dass da sind wir auch sehr dahinter nun habe ich eine frage aus dem publikum martina ostendorf windvogel gesundheit berlin brandenburg e.v was bedarf es in den kommunen um gesundheitlicher ungleichheit weiter entgegen zu wirken und sie sieht die pandemie als risikofaktor der soziale und gesundheitliche ungleichheit insbesondere von den vulnerablen gruppen noch weiter verschärft also nur weil ein problem vorher ja schon da war ist es ja nicht okay das ist das ist nach der pandemie da ist es ja nicht dann entschuldbar durch die pandemie haben sie da vielleicht konkrete vorschläge gemacht wir haben zumindest gesagt dass es wichtig ist die maßnahmen die eben auswirkungen hatten jetzt in einem am besten natürlich fortlaufend aber in jedem fall retrospektiv noch mal auszugleichen zu überlegen wie können wir bestimmten jetzt verschärften diskriminierungssituationen gerecht werden indem wir maßnahmen vorsehen die das ausgleichen artikel 5 aufsatz 3 der behindertenrechtskonvention sieht sowas zum beispiel explizit vor dass staaten sogar verpflichtet sind solche positiven maßnahmen zu ergreifen um diskriminierung wieder wettzumachen oder fortlaufend wettzumachen und ich denke das gilt eigentlich für die zeit jetzt fortlaufend am ende der pandemie hoffentlich am ende der pandemie vielleicht kombiniert mit dem was ferder attermann eben auch noch mal gesagt hat es gilt jetzt eigentlich ein forschung forschungsbereich aufzubauen und zu überlegen welche situationen haben sich gezeigt ich meine vorbeitenwachs sie haben es auch gesagt die diskriminierung oder die ungleichbehandlung war eigentlich von anfang an da die strukturelle und wie können wir jetzt auch die erkenntnisse aus der pandemie nutzen um uns den situationen zu widmen in denen wir in denen sich gezeigt hat dass es die ungleichheit so stark ist dass ja gefahren auch für die menschen entstehen also forschung und konkrete maßnahmen die ausgleichen frau senatorin breitenbach was wünschen sie sich denn eigentlich an neuen freiheiten vielleicht also wenn es um fragen der datenerfassung geht aber auch expertise um diese vulnerablen gruppen um das um dies niedrigschwellig zu gestalten ich bin nämlich innerlich schon bei ungefähr drei formularen die jemand ausfüllen muss der entweder im pflegeheim sitzt oder die deutsche muttersprache nicht komplett beherrscht also was ich mir was ich mir wünschen würde innerhalb der behörden insgesamt oder auch innerhalb der öffentlichen einrichtungen ist mehr diversität das würde uns ja um einiges erleichtern ich spreche mich gar nicht gegen gegen forschungsvorhaben aus aber ich glaube einfach dass jetzt ist schon auch noch mal im nachhinein darum geht sich genau anzugucken welche erfahrungen haben wir und wir haben erfahrung und hier auch zu versuchen gegenzusteuern da hat frau allenberg recht und was frau addermann gesagt hat jetzt hier noch mal forschung zu machen ich will dagegen nicht sprechen ich finde es schwierig solche solche diskriminierung zu erheben oder abzufragen aber wenn es nötig ist da gibt es auch noch mal ganz andere expertinnen und experten muss man das machen ansonsten brauchen wir glaube ich jetzt auch nicht ganz viele formulare auszufüllen sondern wie gesagt es gibt erfahrung und da muss man gegensteuern und es hat ganz viel mit gesundheit zu tun und es hat auch was mit der situation vor ort zu tun aber ehrlich gesagt ich will das auch nicht kleinreden und ich finde auch nicht dass diskriminierung vor der pandemie besser waren als diskriminierung in der pandemie aber jetzt auf einmal so zu tun als hätte es das vorher nicht gegeben das finde ich das fatale wir wussten auch vorher schon dass menschen mit einem geringen einkommen viel früher sterben weil sie ein geringes einkommen haben wir wussten auch vorher schon dass es diskriminierung gibt wenn menschen die nicht muttersprachlich sind und die deutsche sprache nicht richtig können in eine behörde kommen dass man mit ihnen nicht kommunizieren kann das kennen wir von unterschiedlichsten behörden und jetzt hat es auf einmal ganz fatale ganz fatale folgen noch mal gehabt die ans leben ging und das leben aller ging auf einmal spielte es eine rolle das möchte ich zumindest nicht dass wir das vergessen aber natürlich sollten wir daraus lernen und eine ganze reihe von erfahrungen die wir gemacht haben eben auch umsetzen mit gegenstrategien frau attemann wird ja mehr diversität schon gar nicht über nacht schaffen können aber wie kann man genau dieses bewusstsein was senatoren breitenbach da gerade beschrieben hat jetzt zum positiven nutzen also die senatoren und wir haben ja schon anfang des jahres versucht in berlin den vorstoß voranzubringen also nebeneinander sozusagen unabhängig voneinander eine quote für den öffentlichen dienst in berlin was einzigartig wäre anzuschließen das wäre dann anteilig gewesen an die bevölkerung 35 prozent knapp und tatsächlich also ich beobachte diesen diskurs jetzt auch schon eine ganze weile so 10 15 jahre mindestens und weiß dass es auch vorher schon keine großen sehr starken entwicklung gab also es geht sehr langsam voran was diversität angeht und deswegen brauchen wir meines erachtens auf jeden fall sehr konkrete ziel vorgaben wir wissen dass überall da wo ein wille da ist auch wirklich sich was verändern kann also es wird gerne geworden mit der berliner polizei da ist bei den neu zugängen und ein drittel sind eben menschen aus einem anderen familien was quasi der berliner bevölkerung entspricht da wurde aber richtig viel dafür getan also ich glaube das hauptproblem ist dass zwei welten aufeinander oder zwei ansätze aufeinander treffen die einen die sagen das wird sich schon von selber einstellen mit der diversität und dann gibt es leute wie ich glaube frau breitenbach und mich die wissen dass das eben nicht so ist weil das die forschung zeigt und auch die erfahrung der letzten jahrzehnte und übrigens auch aus der gleichstellungspolitik der frauen wissen mir dass von selber bestimmte bereiche sich nicht einfach verändern und öffnen und gerade etablierte institutionen und behörden und gewachsene strukturen sowieso nicht und deswegen braucht es da wirklich kraftanstrengungen und auch dass das muss natürlich eingefordert werden und ich würde aber trotzdem noch einmal ein bisschen widersprechen wollen wir machen die erfahrung dass wir haben zu fast all dem worüber wir jetzt heute reden keine daten wie wissen wir glauben zu wissen oder wissen dass es so ist aber wir können nicht sagen wie viel wir wissen dass es dass menschen aus einwanderfamilien und von rassismus betroffene menschen unterrepräsentiert sind aber wir haben fast keine also ich glaube sogar gar keine repräsentativen breiten daten sondern immer nur so punktuelle erhebungen die zeigen dann immer probleme und darüber können wir dann reden aber ohne diese daten und ohne dass wir irgendwie greifbare zahlen und fakten haben es ist total schwierig diese sachen einzufordern deswegen bin ich sehr froh dass im partizipationsgesetz wenigstens das jetzt auch festgehalten wurde dass das erhoben wird und regelmäßig abgeglichen wird sozusagen welche entwicklungen gemacht werden aber das sind die instrumente die wir haben ganz ehrlich zu sein es geht alles viel zu langsam voran und eine zahl vielleicht die man hier noch ein bringen kann bei marginalisierten gruppen klingt das ja immer so ein bisschen als wären es so kleine gruppen die man mal vergessen könnte aber wir haben zehn prozent der menschen der bevölkerung in deutschland hat eine behinderung also statistisch wahrscheinlich gibt es auch noch mehr die man mit zählen könnte aber das sind die die erfasst sind wir wissen dass ein viertel der bevölkerung ein sogenannten migrationshintergrund hat und wir wissen dass das im ballungsräumen und in westdeutschen städten wirklich deutlich höher ist der anteil und bei jungen menschen fast überall schon die hälfte der mensch also fast alle kinder und jugendlichen neben fast überall haben 40 bis 50 prozent der kinder und jugendlichen einen sogenannten migrationshintergrund das heißt es ist keine gruppe die man einfach vernachlässigen kann und behörden müssen sich radikal verändern sonst verlieren sie glaubwürdigkeit und anschluss frau einberg ich würde gern mit ihnen auch noch über eine andere gruppe sprechen kinderrechte machen sich ja auch auf den weg ins grundgesetz deutschland ist in der vergangenheit ja auch schon gerügt worden über beim thema kinderrechte im april fand noch ein treffen des gesundheitsausschusses des bundestags statt in dem keine schülervertreter saßen obwohl es um schulen ging macht sich deutschland da einfach nicht auf den weg das ist das eine stimme die einfach nicht gehört wird ich wollte auch genau noch mal auf das thema partizipation zu sprechen kommen und das zeigt es sehr schön also wie kann man sicherstellen dass zwei vor entscheidungen tatsächlich personen strukturiert einbezogen werden und ich finde genau das ist mir auch aufgefallen warum hört man eigentlich so wenig von den schüler und schülerinnenvertreterinnen weil das ein wirklich eine möglichkeit gewesen wäre jetzt wenn man sich überlegt wie geht man am ende der pandemie mit den schulschließungen um jedes bundesland macht es ein bisschen anders zum teil basiert es auf zahlen zum teil auch wahrscheinlich einfach aus der sorge heraus erneut wieder unter starke kritik zu geraten und ich denke wenn man die betroffenen fragen würde hätte man erstens wahrscheinlich die beste sicht auf die frage welche auswirkungen hat es auf die gruppe und zweitens hätte man auch eine unterstützung für die position die man dann trifft oder die man dann einnimmt und das hat mich sehr gestört dass das tatsächlich so nicht erfolgt ist insbesondere weil die kinderrechtskonvention nämlich partizipationsrechte für kinder explizit auch vorsieht glauben sie dass sich dann was ändert wenn es im grund gerecht grundgesetz steht ist das ihre hoffnung ist wir hoffen das auf jeden fall und wir hoffen aber auch erst mal dass es in einer guten formulierung ins grundgesetz einfließt das ist auch noch nicht gesichert so viel sagen wenn wir noch eine möglichkeit haben ein schlusswort zu hören dann würde mich noch mal interessieren frau breitenbach ob es tatsächlich so ist dass ein disability mainstreaming eine veränderung bedeuten würde also ich habe einfach die frage wie kann politische entscheidungskraft dadurch gestärkt werden dass es wie eine checkliste gibt vulnerable gruppen habe ich alles bedacht habe ich alle einbezogen und dann mache ich erst die maßnahme also das fehlt einfach denke ich das hat sich gezeigt in der pandemie ja ich würde ihnen recht geben deshalb haben wir haben wir ja auch ähnliches in dem partizipations und migrationsgesetz das hat man angesprochen hat auch festgelegt und wir kennen das ja auch immer denn wenn ich beschreiben muss folgende maßnahmen hat folgende auswirkung nur frau allenberg sie wissen das auch sie haben lange genug in einer behörde gearbeitet da gibt es auch so ein standardsatz den männer reinschreiben und ich glaube tatsächlich muss man da noch mal deutlicher sagen es muss ganz klar überprüft werden welche auswirkungen das hat wir haben das jetzt welche auswirkungen hat es für die geschlechter in der in der regel lesen wir hat irgendwie keine auswirkung für die geschlechter das ist so der standardsatz also man muss es ernsthaft prüfen weil alt weil alles hat auswirkungen aber so eine gesetze wenn man jetzt nicht gerade eine pandemie hat gesetze werden längerfristig vorbereitet das heißt man kann einen partizipativen prozess angehen mit allen menschen und kann dann entsprechend auch handeln ich halte das für notwendig und für unabdingbar dass wir hier eben auch veränderungen herbeiführen können das wird auf jeden fall verändern es verändert immer wenn man noch mal die betroffenen mit einbezieht klar die sind expertinnen in eigener sache ich möchte auch gerne und tatsächlich für die schlussrunde frau attermann noch mal bitten dass sie senatorin breitenbach etwas mit auf den weg geben wo sie sagen an dem punkt der debatte möchte ich auf keinen fall noch mal in der nächsten pandemie oder kritischen situationen ankommen darüber das muss einfach gelöst sein darüber können wir nicht noch mal sprechen ehrlich gesagt wenn ich da für dich das ganze an frau breitenbach richten sondern was ich tatsächlich fatal und bitter fand war diskursiv wie das gelaufen ist und da hat jetzt eine landessenatorin nicht unbedingt groß also nicht sehr großen einfluss darauf denke ich bin ziemlich irritiert darüber dass wir obwohl wir ja so viele verschiedene infektionsherde hatten so viele ereignisse die das alles ausgelöst haben immer wieder diese rassistischen diskurse geführt haben dass man am ende des tages irgendwie das gefühl hat das sind halt das virus wurde erst irgendwie die einwandrahms mitgebracht und es könnten sie es ungefähr auch wieder mitnehmen wenn man nicht viele hätte dann wäre alles nicht so schlimm gewesen und ich habe da auch noch keine lösung dafür weil natürlich diskurse entstehen wie sie eben entstehen aber also die debatten so ein bisschen zu end end gesagt man ent ethnisieren und gesundheit und menschenrechte zentraler in den fokus zu setzen bei die all diesen debatten und gesundheit eben auch als menschenrecht zu verstehen das wäre für mich zum beispiel so ein ziel für nächstes mal also genau das was heute jetzt hier passiert das ist eine fragestellung die ich in den medien sehr sehr wenig gesehen habe und ich finde auch auch das durchaus noch mal zu sagen gesundheit ist ein wahnsinnig großes thema beim bei diesem gesamten rassismus komplex und in deutschland extrem unterbeleuchtet so das war am anfang schon so dass wir kaum daten hatten und zahlen und studien und dann wurde gesagt naja wenn es da was gäbe dann hätte es ja auch was also es kann kein rassismus geben im gesundheitsbereich sonst hätten wir ja irgendwie davon mal gehört was aber eher der fall ist dass wir in deutschland halt bis lang kaum hingeguckt haben und ich glaube das ist auf jeden fall etwas was definitiv für die politik aber auch für den öffentlichen diskurs eine aufgabe sein muss da noch mal genau hinzugucken der zugang zu gesundheitsbereich und pflege natürlich auch und da noch mal im einwanderungsland und bei marginalisierten gruppen hinzugucken sind worden breitenbach frau allenberg ist ihr wunsch an sie ja auch schon los geworden ich habe hier noch eine zuschauerfrage die aber auch so was wie ein wunsch sein kann von dr sabine kloth können sie alten menschen in pflegeeinrichtungen zusichern dass sie nicht mehr in so einer notlage alleine sterben müssen dass keiner sie besuchen kann dass es diese art von isolation nicht mehr geben wird und bitte äußern sie auch noch einen wunsch wir können sich ja auch was wünschen von der gesellschaft diese frage beantworte ich sehr gerne ich habe nämlich einen 93 jährigen vater in einer pflegeeinrichtung und genau ich stand vor der debatte was mache ich mit meinem vater und ich habe allen gesagt wenn hier zu gemacht wird klage ich natürlich sind ganz viele ältere menschen darauf angewiesen dass ihre angehörigen klagen aber ich hätte es niemals zugelassen dass wir angehörigen ausgeschlossen wurde mein vater hatte kobe 19 der war in quarantäne und dann konnte ich natürlich nicht zu ihm das war auch klar aber es gab nicht einen tag wo dieses heim oder es gab nicht dauerhaft dass dieses heim über monate geschlossen wurden sondern denn wenn es verdachtsfälle gab so ich kann das nicht ich kann das nicht zusichern weil letztlich entscheiden gesundheitsämter und gesundheitsämter entscheiden ganz alleine aber eins haben wir in der linie gemacht wir haben auch nicht mehr zugelassen dass heimbetreiber alleine entscheiden wann sie ihre unterkunft zu machen sondern es musste ein grund geben und es musste mit dem gesundheitsamt zu musste mit dem gesundheitsamt abgestimmt werden und was würde ich mir wünschen ich würde mir in der nächsten krise würde ich mir weiterhin wünschen dass wir dass ich so viel solidarität erleben kann in dieser gesellschaft die ich sie erlebt habe und ich würde mir noch mehr solidarität wünschen bei den ärmsten der armen und das sind immer noch obdachlose menschen die auf der straße sitzen und die auf unsere solidarität angewiesen sind weil sie gar nichts haben und wenn es keine flaschen mehr gibt zum sammeln und nichts mehr denn verhungern sie auf der straße wenn wir uns nicht kümmern das ist was was wir uns würden was ich mir wünsche dass wir uns das genau angucken und ansonsten ja auswertung und aus den erfahrungen breitenbach frau atamann frau allenberg herzlichen dank dass sie mit uns hier heute diskutiert haben hier wird es in ca 15 minuten weitergehen mit einer debatte zu menschenrechtlichen maßstäben für eine globale und faire verteilung von kobe 19 impfstoffen aber zunächst dürfen sie sich freuen auf musik von einer jungen künstlerin hier aus berlin meredi das heißt auf armenisch melodie das ist ihr künstlername und wir hören stücke aus ihrem debütalbum stardust und und Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das waren Eigenkompositionen von Meredi, einer jungen Künstlerin hier aus Berlin. Und wir wollen jetzt sprechen über menschenrechtliche Maßstäbe bei der Verteilung von Impfstoff gegen Covid-19. Also eigentlich von der ungerechten Verteilung von Impfstoff in der Welt im Augenblick. Nach Schätzung der Hilfsorganisation Oxfam hat eine kleine Gruppe industrialisierter Länder, die etwa 13 Prozent der Bevölkerung repräsentiert, mehr als die Hälfte der jetzigen und künftigen Impfstoffe bereits gekauft. Die US Duke University spricht von 16 Ländern und über 60 Prozent. Gesundheit über Leben wird zur Frage der Nationalität. Historische, manche sagen sogar koloniale Privilegien greifen. Eine Frage von Leben und Überleben. Viele Menschenrechtsorganisationen verlangen nun eine Aufhebung der Patente. Wir hören zunächst ein Statement von Max Lawson von der People's Vaccine Alliance. Hi, my name is Max Lawson and I'm the chair of the People's Vaccine Alliance. People's Vaccine Alliance is an amazing movement of grassroots organisations, big NGOs like Amnesty, like Oxfam and people from all over the world. And we're united in one call. We're calling for a people's vaccine, not a profit vaccine. What does that mean? It means that we want pharmaceutical corporations not to have a monopoly on these successful vaccines. At the moment, a small number of companies get to decide how many vaccines are made, what price they're sold for, and who gets to live and who gets to die. And that's unacceptable. These are public vaccines funded by public money. That's why we need to see Chancellor Merkel and Germany stop blocking moves at the World Trade Organization to open up these vaccine recipes. We have manufacturers all over the developing world who are ready to produce these vaccines if they had the recipe, if they had the technology. And Germany is very, very important, not just because they're blocking these moves, but because two of the most successful vaccines have been created by German firms. The BioNTech vaccine, which is very famous, very successful. It's only being sold in rich countries at very high prices, which is not acceptable. And the new vaccine, CureVac, which is just about to be proven with trials, is also looking very, very successful. It could be a people's vaccine. Instead, it's behind a monopoly and behind a corporate profits. So we need to act now to fight for a people's vaccine. And Germany is incredibly important in the next few months. So fantastic that you're all meeting today. Please join the people's vaccine, visit our website, get involved, and let's fight for a people's vaccine, not a profit vaccine. Ja, und wir hätten auch gerne mit der deutschen Bundesregierung, mit Vertretern oder Vertreterinnen gesprochen. Es wurden Vertreter aus dem Gesundheitsministerium, dem Wirtschaftsministerium und dem Entwicklungsministerium angefragt. Aber leider hat sich niemand dazu bereit erklärt, hier heute auf dieses Expertenpanel zu begeben. Auch von Menschen, die Kampagnen machen, um diese Vakzine weiter erreichbar zu machen für eine größere Gruppe von Menschen. Aber Entwicklungsminister Gerd Müller, der hat sich medial heute gemeldet. Und da hat er ganz konkret gefordert, dass anstatt sechs bis acht Dosen für Menschen in reichen Ländern zu sichern, es nun Zeit wäre, Menschen in Entwicklungsländern, besonders Afrika, wo die Impfquote nur so um die zwei Prozent ist, bereitzustellen. Und wir haben auch von Josep Borrell schon heute medial gehört, dem Außenbeauftragten der Europäischen Union, der Ähnliches fordert. Und ich möchte Ihnen jetzt gerne unser Expertenpanel vorstellen, mit dem wir auch besprechen wollen, ob diese Freigabe von Patenten, die ja in aller Munde sind, wirklich die Magic Bullet sind, die wirklich diese Krise lösen können. Und dazu begrüße ich hier im Raum ganz herzlich Dr. Miriam Sage-Maas, die stellvertretende Legal Director beim European Center for Constitutional and Human Rights, wo sie das Programm Wirtschaft und Menschenrechte leitet. Sie befasst sich mit der Frage der juristischen Verantwortung von Unternehmen für Menschenrechtsverletzungen in den globalen Zulieferketten. Und sie lehrt auch an der Freien Universität. Herzlich willkommen. Dr. Ralf Nack ist hier von der NÖR Partnerschaftsgesellschaft. Er ist Experte für komplexe patentrechtliche Fragestellungen, berät deutsche und internationale Mandanten insbesondere in Patentverletzungsverfahren sowie in Nichtigkeits- und Einspruchsverfahren und ist einer der führenden Experten für die Monetarisierung und Lizenzierung von Patenten. Herzlich willkommen hier heute. Und uns zugeschaltet ist Achai Prabhala von Access Ipsa Project. Er ist Koordinator für das Access Ipsa Project, das sich für einen besseren Zugang zu Medikamenten für Indien, Brasilien und Südafrika einsetzt. Er setzt sich für die Reform des internationalen Patentrechts ein. Und das hat er schon getan lange vor Covid. Da ging es gar nicht um diese Pandemie. Und ich würde gerne gleich bei Ihnen anfangen. Der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn war ja in Südafrika am Ende der vergangenen Woche. Hat dort Geld für Impfstoffe zugesichert. Warum reicht Ihnen das nicht? Ja, ich wollte mit Ihnen anfangen und Sie fragen, warum reicht Ihnen die COVAX-Initiative nicht? Da hat Deutschland ja fast zwei Milliarden zugesichert an Unterstützung. Und der deutsche Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, dabei hat zum Beispiel gerade in Südafrika und hat dort Hilfe versprochen. Warum sind Ihnen diese Bemühungen nicht genug? In Südafrika in Südafrika in Südafrika. Aber der Rekord, unfortunately, hat nicht sehr gut. Von promisingen zu saveen über half der Welt's population, so über 92 countries, last Jahr. They cut down their expectations towards the end of last Jahr, zu suggesten dass sie nur able zu supplyen Menschen in Südafrika und Indien, mit genug zu coveren über 20% der Bevölkerung. Aber jetzt, wir sind in die 5-Jährigen von 2021. Wir werden bald schon einmal halbwegs durch die Jahr. Und was die COVAX-Initi hat so getan, ist zu geben, die 92 poorest countries auf dem Land, etwas wie genug zu vaccinen, über 1% der Bevölkerung. Das ist für Länder wie Ghana und Nigeria, large portions von Südafrika und Südafrika. India is an anomaly because we are a large manufacturer of vaccines and the failure of the COVAX facility is unfortunately due to really terrible planning. The plan for the COVAX facility was to have 1 billion vaccine doses which can treat 500 million people be distributed across 4 billion people. That's a bad plan to start with. The AstraZeneca vaccine that was being manufactured in Serum Institute in India was the only source of supply that COVAX had going into this year. Later this year, they might have more vaccines and more supply from other manufacturers like J&J and Novavax, but at the moment, it's a failed business model. The need of the moment is to create vaccine manufacturing in as many parts of the world as possible in order to bypass the international philanthropic organizations that have failed and, of course, the international pharmaceutical companies based in Germany and elsewhere in Europe and the United States, which have also failed to reach any of us living outside the West. Frau Sargemaas, wie beobachten Sie das? Was sind Ihre Gespräche, die Sie hier in Deutschland haben? Deutschland ist die größte Volkswirtschaft Europas, ist ein Land, auf das viele Menschen in der Welt blicken und gerade in diesen Tagen aus Indien und erwarten sich viel mehr Hilfe, als Deutschland und Europa zu leisten bereit ist. Menschenrechtliche Maßstäbe, davon kann ja keine Rede sein, oder? Ja, also aus rechtlicher Sicht ist es zunächst einmal wichtig festzustellen, dass es ein Menschenrecht auf Gesundheit gibt, dass alle Staaten dieser Welt, die den internationalen Pakt für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte unterzeichnet haben, verpflichtet sind, ihre Bevölkerung das höchstmögliche Maß an Gesundheit zu gewährleisten. Und das heißt natürlich auch in der Pandemie, dass die Bundesregierung sich darum kümmern muss, dass die deutsche Bundesbevölkerung natürlich so gut wie möglich geschützt ist. Es aber auch gerade in dem internationalen Pakt vorgesehen ist, dass es um internationale Kooperationen geben muss bei solchen Rechten wie dem Recht auf Gesundheit. Und da muss die Bundesregierung sich fragen, wie kann sie es schaffen, wie kann sie es dazu beitragen, dass Impfstoffe eben nicht nur für die deutsche Bevölkerung gesichert werden, sondern international möglichst zur Verfügung gestellt werden. Insbesondere dann, wenn gerade eben auch staatliche Gelder in die Entwicklung von Impfstoffen gehen. Aber weltweit, und das erfahre ich auch immer wieder von den Kolleginnen und Kollegen in Indien oder Südafrika, geht es ja auch nicht nur um die Impfstoffe, sondern es geht ja auch um Diagnostika und es geht um Covid-Medikamente. Also es geht ja sozusagen auch um die Behandlung von Covid-Erkrankungen, wo es eben auch mangelt überall in der Welt. Inwieweit teilen Sie diese Kritik, das seien koloniale Strukturen, die man da sieht? Um das ein bisschen, das muss man glaube ich ein bisschen weiter ausholen. Also insofern, es geht halt darum, dass man das, was wir hier sehen, ist eine Kollision zwischen dem Recht auf Gesundheit, das jeder Mensch hat und dem Recht am geistigen Eigentum, das einigen Pharmaunternehmen oder den Entwicklern von Impfstoffen, aber auch Medikamenten und Diagnostikern gehört. Und die Frage ist, wie wird dieser Ausgleich geschaffen? Das koloniale Element, das habe ich mit Kolleginnen gesprochen, sehe ich eben darin, dass diese Idee überhaupt des geistigen Eigentums, nämlich dessen, dass hochspezialisierte westliche Firmen Wissen aneignen und das sozusagen für sich behalten und sozusagen rechtlich absichern und damit den Zugang von anderer Bevölkerungsgruppen ausschließen zu diesen Medikamenten. Herr Nack, wie haben Sie diese Debatte bislang erlebt nach Forderungen, dass der Patentschutz aufgehoben wird für Vakzine? Also ich denke, dass diese Debatte insgesamt darunter leidet, dass man versteht, ein richtiges Verständnis dafür entwickelt, was eigentlich das Patentrecht leisten kann und leisten will. Es wird immer, oder das Patentrecht ist sozusagen ein gefundenes Fressen, wenn man so will, ein williges Opfer, das man angreifen kann, um ein evidentes Problem, was niemand bestreiten kann, zu lösen oder es zumindest zu versuchen. Es ist klar, dass man diese Probleme nur auf lange Sicht zumindest lösen kann, indem man für eine weltweite und auch gerechte und flächendeckende Verteilung von Impfstoff sorgt. Das steht völlig außer Frage. Nur ist die Frage, gibt es überhaupt einen Konflikt mit den Rechten des geistigen Eigentums? Einen solchen Konflikt sehe ich ehrlich gesagt nicht. Was wir haben, ist, dass wir sehr leistungsfähige Unternehmen haben, insbesondere auch in Deutschland, die durch sehr, sehr mutige unternehmerische Entscheidungen, die mit einem enormen wirtschaftlichen Risiko behaftet waren, denen es gelungen ist, ein ganz tolles pharmazeutisches Produkt zu schaffen. Und jetzt geht es darum, dieses pharmazeutische Produkt möglichst schnell, möglichst sicher in die Welt zu bringen. Und da gibt es kein Patentproblem, es gibt ein Produktionsproblem, es gibt ein Problem, wie bekomme ich die notwendigen Ingredienzien, obwohl sich bestimmte Staaten beispielsweise gegen Export der notwendigen Zutaten sperren. Aber es gibt kein Problem mit Patenten. Die Patente sitzen sozusagen ganz am Ende der Gleichung, nämlich dann, wenn es darum geht, eben den mutigen Unternehmern, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die dort also eine ganz herausragende Leistung geschaffen haben, eben auch ihren Lohn zu bringen für das, was sie tun. Aber es gibt sozusagen keine Patentblockade. Es fehlt nicht am patentrechtlichen Zugang, sondern es fehlt an den Produktionskapazitäten. Es fehlt zum Teil eben, wie ich sagte, auch schon an den Zutaten. Herr Praweiler, und ich hoffe, dass ich Ihren Namen halbwegs korrekt ausspreche. Das Argument, was hier in Deutschland angeführt wurde, und ich war selbst in Journalistenrunden, wo die Frage an den deutschen Gesundheitsminister gestellt wurde, aber auch die Bundeskanzlerin, war eben das, dass das Problem nicht eine Freigabe von Patenten sei, sondern die Zusatzstoffe und auch die Produktionsprozesse, diese Kapazitäten in ausreichender Menge und Kapazität zu haben. Und der Bundesgesundheitsminister hier hatte gesagt, er würde über sowas sogar nachdenken, wenn er einen Augenblick lang den Eindruck hätte, dass Firmen nicht bemüht wären, absolut alles zu machen, was geht, um möglichst viel Impfstoff zu produzieren. Warum glauben Sie das nicht und warum glauben Sie, dass diese Patentfreigabe das Problem lösen könnte oder so ein gewaltiger Schritt wäre? Thank you. Firstly, Mr. Nack, I read your biography, and I'm smiling because the situation here is so perverse that sometimes it's actually quite hard to master up the enthusiasm to make this argument, but I believe you're a lawyer who advises pharmaceutical companies on matters of intellectual property and licensing them, but you don't actually run a pharmaceutical company, right? So I think you should know that Franz Werner Haas, the head of CureVac, which is a German company that is, of course, in line to produce a vaccine that will work against COVID very soon and has shown successful results, is on my side, believes that patents are a barrier, that sharing vaccine technology is something that pharmaceutical companies must do, and has made very promising statements on exactly the subject that I agree with four months ago. So it would seem that your advice is sort of contrary to what the heads of, you know, the second most important German pharmaceutical maker, as far as coronavirus vaccines is concerned, is saying. So I think you should check in on your clients on what they feel about this business. Now, when you say that patents come right at the end of this process, I find that also very difficult to take. I've worked on access to medicines for 18 years. I worked in South Africa at the height of the AIDS crisis there at the turn of the century. And of course, that was with a different kind of pharmaceutical. Those were not vaccines. Those were antiretrovirals, which are small molecules on which patents are the only monopoly, right? For vaccines, you know this just as well, that the legal right to produce a vaccine is the very first thing you need, not the very last thing you need in order to begin production. And the TRIPS waiver, if successful, if Germany supports it, as it absolutely should, will create that legal right for manufacturers around the world to start making and start the process of making COVID vaccines. Now, what is needed after the waiver? After providing people all over the world the legal right to manufacture these vaccines, we need to then share the technology that's been developed with public money, including in places like Germany and by the German government. The German government can put pressure on BioNTech, on CureVac, to do what they have in some ways already committed to doing, which is supplying the world. We know that they cannot supply the world. We know that there's no way that CureVac or Pfizer or BioNTech will be able to make, what is it, 14 billion vaccines that we need. And we know that. Why? Because they haven't been able to supply you with the vaccines you need. And this is you who's paid for these two times. The German government provided, what, around a $500 million grant for research to BioNTech in the development of the vaccine. There was some risk that the company took. But a lot of that risk was paid for by your tax dollars, by tax euros, and by tax dollars from America. Now, we know that the technology works. We know that, especially with mRNA technology, it's the very easiest to replicate. So we can get that up and running in the fastest possible way. And that technology must be shared. To the extent that it's shared, companies around the world will have the opportunity to invest themselves in producing these same vaccines, right, in the quantities that are required where they're based. The third thing that's required is to sort out the raw material supply chain. But that really comes at the end. I mean, you're never going to get to that point of saying, oh, I need this resin, or I need this particular lipid nanoparticle mixer or homogenizer, unless you have the legal right to make the vaccine. Unless after that, somebody has shared technology with you and given you a license to produce that vaccine. So I'm so sorry, but I think you've got it completely backwards. And apart from the fact that it seems like the head of Germany's second most important COVID vaccine manufacturer disagrees with you. So I don't fully understand the German government's refusal, so far at least, to not sign the TRIPS waiver. Is it going to magically allow us to produce vaccines tomorrow? Of course not. But it will allow us to get one third of the three things that are essential for us to create these vaccines in greater supply. The legal rights to make it, the technology to make it. And then we'll sort out the raw material supply chain. We'll look for alternatives. We'll try to figure that out. You know, American and European companies struggle just as much with getting the same raw materials they needed. That problem was solved, and now we can solve that too. But you have to let us. And the first step to letting us is for Germany to support the TRIPS waiver. There's just simply no question about what they should do. Ganz kurz, bevor ich Sie antworten lasse, das TRIPS-Abkommen sichert Patente weltweit ab unter der Welthandelsorganisation. Und jetzt gibt es nicht nur von Ihrer Seite Aufrufe, dass man dieses gesamte Abkommen infrage stellt, dass man Patente freigibt, gerade bei Medikamenten und nicht nur bei COVID. Aber die Frage an Sie dann zurückgespielt. Wir werden hier nicht klären können, ob es auf der Welt genug Illipide gibt und Fläschchen und wie man diesen Handel organisiert. Und auch, ob es genug Kapazitätspotenziale gibt, die man noch erschießen könnte. Können wir hier heute überhaupt nicht klären. Aber warum ist es eine All-or-Nothing-Debatte? Warum wird nicht über regionale Buy-outs zum Beispiel gesprochen? Die Lage in Indien im Augenblick ist ja sehr akut. Indien exportiert jetzt auch keine Impfstoffe mehr, wegen dieser kritischen Situation wird in solche Richtungen wenigstens diskutiert, dass man regionale Freigabe macht bei Nachweis, dass es Kapazitäten gibt. Danke. Ja, also die Regelungen von TRIPS sind in einem sehr ausgewogenen Gesamtkonzept. Und das muss man verstehen, wenn man darüber redet. Wir reden ja hier über die Welthandelsorganisation. Und alle Mitgliedstaaten der Welthandelsorganisationen haben zum einen ein ganz großes Privileg, nämlich, dass sie geschützt sind gegen handelsrechtliche Maßnahmen. Also man kann keinen zum Beispiel den Import von irgendwelchen Produkten einfach als Handelssanktion verbieten, sondern müsste da eine Streitbeilegung anrufen. Und damit eben dort kein Ungleichgewicht entsteht in diesem Welthandel, es zu keinem Welthandelskrieg kommt, gibt es eben Mindestanforderungen, die jedes Land auch in Bezug auf das geistige Eigentum und den Schutz des geistigen Eigentums erfolgen, bereitstellen muss. Und das ist eben dieses Akronym TRIPS. Das ist also der zweite Teil von dem WTO-Regime. Und innerhalb dieses Teilbereichs, also sozusagen der Sicherung der Rechte der Innovatoren, gibt es wieder ganz wichtige Unterausnahmen, die, Kollege Spraches an, eben schon einmal sehr intensiv in der Aids-Krise diskutiert worden sind, die in die Doha-Erklärung gemündert haben und dann eben die Umgestaltung des TRIPS-Abkommens und die im Grunde auf zwei oder drei Säulen derzeit stehen. Das eine ist die ganz klassische Zwangslizenz. Also wenn sich jemand bemühen würde, um eine Biontech oder von jemand anders eine Lizenz und die nicht erhältlich wäre, dann bestünde die Möglichkeit, wohl gerade in der gegenwärtigen Situation, eben eine Zwangslizenz nachzusuchen. Der zweite Pfeiler ist, dass die Möglichkeit besteht, für Regionen, in denen eben das Gesundheitssystem unter großem Druck ist, große Probleme bestehen, im Export zu produzieren. Also dezidiert, so wie das zum Beispiel das Serum-Institut in Indien eben seit langer Zeit macht, eben für Länder, für arme Länder Medikamente zu produzieren und zu bereitzustellen zu sehr günstigen Konditionen. Das auch. Und dann gibt es den dritten Bereich. Das ist die Anordnung der Benutzung durch den Staat selber. Also praktisch so eine Art Enteignung. Das ist ein Instrumentarium, was in der Debatte hier bisher auch interessanterweise irgendwie nie so richtig präsent geworden ist. Aber insgesamt sind diese Instrumentarien eigentlich sehr machtvoll. Sie erlauben einen gestuften Eingriff, der eben sehr lange diskutiert wurde und bei dem man sich sehr viel Gedanken gemacht hat über die Angemessenheit. Und was wir jetzt sehen, ist sozusagen ein Wiederkehr der Diskussion, die wir schon mal in der Aids-Krise hatten und die eben zu diesen Regelungen geführt hat. Und wir sollten uns erst mal bemühen, eben die Regelungen, die vorhanden sind, auszuschöpfen, um eben dieses System, was sich über viele Jahre bewährt hat und was eben basierend ist auf einem sehr ausgewogenen Kompromiss, zu nutzen. Frau Sage-Maas, was sollte noch ausgeschöpft werden? Ja, also ich denke, ich würde zuallererst sagen, dass wir das, was wir mal wieder gesehen haben, dass freiwillige Initiativen eben nicht funktionieren. Und ich glaube, das wird eben auch nicht den Interessen der Staaten mit mittlerem und niedrigem Einkommen gerecht. Die sagen, wir wollen halt nicht nur milde Gaben aus Europa oder Nordamerika bekommen, sondern wir möchten in der Lage sein, unsere eigenen Produktionskapazitäten auszubauen. Und ich denke auch, genau das wäre ein Ansatz, der auch im menschenrechtlichen Sinne emanzipatorisch wäre, weil da nämlich Staaten die Möglichkeit geben würde, unabhängiger zu werden, wie gesagt, von freiwilligen Initiativen, vom Goodwill von Unternehmen. Ich bin jetzt keine Expertin zu WTO-Fragen, aber sozusagen die Grundfrage, die sich aber dennoch auch stellt, ist ja hier meiner Meinung nach, welches Gewicht haben Menschenrechte und können Güter, die sozusagen unmittelbar für die Gewährleistung von Menschenrechten, also können die überhaupt sozusagen über Eigentumsrechte eingeschränkt werden? Also Medikamente, ist das überhaupt ein Gut, das geeignet ist, um Eigentumsrechte zu begründen? Ich denke, dass diese Frage, auch wenn die jetzt sehr grundsätzlich ist und sich auf keine schnelle Lösung ist, aber genau das die Frage ist, die finde ich jetzt in dieser Krise nochmal so relevant wird. Und gerade wenn man eben auch bedenkt, dass eben viel staatliche Förderung stattfindet im Medizinbereich, auch jetzt hier bei dieser Covid, dass man sich fragen muss, das kann, es muss einfach eine andere Möglichkeit geben, berechtigte Interessen sowohl kostendeckend zu produzieren, als auch mit Gewinn natürlich zu produzieren für dieses Unternehmen und trotzdem eben dem Gemeingut Gesundheit und Zugang zu Medikamenten und zu Impfstoffen, das zu gewährleisten. Herr Prabala, wo Sie jetzt sitzen, from where you're sitting now, wie viel Schaden nimmt die Perspektive auf Europa, auf die USA, auf den Westen, als diejenigen, die Menschenrechte und gemeinsame Werte hochhalten im Augenblick? I'm so sorry, there's a delay because of the translation. At the moment, look, all I can just say, it's like being in the middle of a forest fire. I've worked on access to medicines for 18 years. It's never been as personal, however. It's never been as immense and as urgent. I've counted in the last, I would say, six weeks or eight weeks, there have been maybe three days or four days that I have not personally heard the news of the death of someone that I know and love very much. It is immense here. It's a really difficult, difficult time to be here. And I think to think of the long-term solutions, I work on these and I've written about them. It's very important to reorganize our priorities in the way that Miriam suggested, which is to say, why is it that the most important life-saving medicines and vaccines are left to a purely market mechanism to decide how they get to the citizens of our countries and our world? Look, there is a fundamental way in which that doesn't make sense. Many economists have suggested there are better ways to revise this system, to create price funds, to provide grants for research into what's actually necessary. So there are many alternatives to the patent system. You know, at the moment, however, in this kind of a forest fire, we know that we're not going to have the ability to create that alternative and implement it in two days or three days. In terms of what Western countries can do, COVAX really is an initiative that has reached its sell-by date. COVAX has not proved it can work. And there is no reason to believe that more money going to COVAX will necessarily give it any more vaccines because money is not the problem that COVAX suffers from. COVAX suffers from a bad business model, a bad set of fundamentals. Immediately, what Western governments can do, and I think this applies less to Europe, is to donate surplus, right? But also in Europe, to the extent that, let's say, the AstraZeneca vaccine is being unused because people don't want it and they want an mRNA vaccine instead from Pfizer or BioNTech, then send those doses away, right? The other immediate thing that Germany can do is to support the TRIPS waiver because even with the support of the TRIPS waiver, it will take a long time for the other pieces of that puzzle to fall into place. But what is really worrying is that there is no long-term plan at all, right? So forget even India, but look at sub-Saharan Africa where I work in South Africa. They've received vaccine doses for less than 1% of their population and they are stuck with that for a long time. South Africa is one of the better-off countries in that region as well, right? The resurgence that is gripping India that, you know, we now call the resurgence at its non-peak phase. That's how we describe it in India, which means that it's killing less than 4,000 people a day, not more than 4,500 people a day, which it was doing at its peak a few days ago, right? So the situation is still horrific. But what's even more horrific is that this can happen to any other unvaccinated society. So all of sub-Saharan Africa, like Nepal that is going through this at the moment, or Southeast Asia, is actually just waiting for something like this to happen to them. And that's a horrifying thought, right? We need to have a long-term plan. Pfizer, BioNTech, and CureVac cannot produce the doses in the quantities required for us. They can barely do it for Europe, right? We have to have intellectual property suspended, technology shared, and then come together to work out how to supply equipment and raw materials that can get these vaccine doses made elsewhere. And this is not charity, right? Because it's Miriam's taxpayer money, for instance. And the German government is making decisions on her behalf that affect me that I don't think she agrees with. And in fact, a majority of people in the West, in the United States and in Western countries don't actually agree with not sharing vaccine technology or having their country not support. A TRIPS waiver at the WTO. Joe Biden, the new US-Präsident, said he would talk about such a free pass of Patent. But he had the presidential order of US-Präsident Donald Trump, that no Impfstoff does the land verlies and many other substances that will be used for them. Also, this presidential order of the presidential order had he never taken back, because he needed it for his own Impfkampagne. He needed it. Gleichzeitig gab es von Emmanuel Macron, dem französischen Präsidenten, in dem Vorschlag, einige Prozentpunkte der Vakzine, die für Europa gedacht sind, direkt an ärmere Länder zu transferieren. Ist das ein Weg, den Sie auch anstreben? Das wurde ja auch von Deutschland und anderen EU-Ländern nicht aufgegriffen. Absolutely. Look, I think that any rational understanding of how many people have been vaccinated, how many people remain to be vaccinated, and what kind of stockpile is necessary, right, given current stocks as well as expected future stocks, this is something that all Western countries should do at once. I do think you're right. It applies much more to countries like the United Kingdom and the United States than it applies to Europe, to the EU, right, which has historically received fewer supplies because it has allowed vaccines to leave the continent. But all countries do require to do a rational, humane audit of what they have, what they expect, and what they can feasibly give away without any threat to their own citizens, right? But they cannot stop there. They have to move beyond that and create the solution, which is what I call a near-term solution, right? The short-term solution, give us the doses you don't want. The near-term solution is to set the agreements in place for vaccine manufacturing to happen elsewhere, so that four months from now and five months from now we can have a wave of these vaccines coming from places that are unexpected. Frau Sage-Maas, wenn Sie dann die Versorgung nicht nur mit Impfstoffen, aber überhaupt mit Medikamenten betrachten, was sollte die Konsequenz sein, wenn es einen Anspruch gibt, menschenrechtskonform zu handeln, auch, oder um es nicht so auszudrücken, auch die Menschenrechte aller Menschen auf der Welt sicherzustellen, wenn man an Gesundheitsgüter denkt? Ja, also ich würde sagen, dass sozusagen die Pandemie, das ist, sagen ja viele und alle, das ist ein Brennglas, ja, für sozusagen, dass bestehende Probleme sozusagen noch einmal mehr deutlich macht und klar macht. Und ich denke, auch hier kann man sozusagen auch lernen und genau wie Achal schon angemerkt hat, es geht darum, wir müssen jetzt anfangen uns zu überlegen, wie werden wir in Zukunft und auch langfristig sozusagen die Generierung von Wissen über medizinische Medikamente strukturieren und wie werden wir auch langfristig gesehen uns darauf vorbereiten, dass möglicherweise auch die nächste Pandemie wiederkommt, beziehungsweise es ist ja auch klar, dass es wahrscheinlich weitere Impfungen geben muss für die ganzen Mutanten, die es jetzt gibt. Und da ist also im Grunde genommen ist es auch klar, dass die Entwicklung des Marktes, die sozusagen sehr, die Pharmaindustrie ist eine relativ stark monopolisierte Wirtschaft, dass man da sagt, es muss einfach, Produktion muss ausgeweitet werden und das muss irgendwie möglich gemacht werden. Und da ist sicherlich auch dann geistiges Eigentum nicht das einzige Problem, das es da gibt, aber sozusagen, aber auch da muss man sich natürlich darüber Gedanken machen, dass sozusagen es nicht sein kann, dass nur die großen Pharmakonzerne sozusagen eigentlich diese Patente halten und die Entwicklung findet ja häufig in kleineren Unternehmen statt und aber die Großen kaufen die Patente auf uns, behalten die dann sozusagen in ihrer Hand. Das sind dann, weiß ich, fünf große Pharmakonzerne. Sondern wir müssen uns darüber Gedanken machen, wie kann ein Zugang zu diesem Wissen hergestellt werden, damit dann auch sozusagen mittelfristig und langfristig überhaupt die Kapazitäten ausgeweitet werden können. Und das ist eben auch eine rechtliche Frage. Und natürlich muss man dann auch die Staaten, sei es Südafrika, aber Indien natürlich auch selber an die Verantwortung nehmen. Natürlich muss jeder Staat auch dafür sorgen, dass sie dann eben sozusagen ihre Pharmaindustrie so fördern und so weiterentwickeln, dass eben auch Produktionskapazitäten dort da sind und geschaffen werden. Herr Nack, damit sind wir nahtlos wieder bei Ihnen. Denn Sie hatten ja vorhin, ohne die Firma zu nennen, das mutige Handeln der Biontech-Gründer beschrieben, die ja im Prinzip ihre gesamte Produktion und Forschung umgestellt haben, aber mit dem Großkonzern Pfizer am Rücken, der, und das wird von vielen Experten ja als super Match gesehen, sofort in der Lage war, Produktion hoch zu skalieren und global auch zu betreiben. Wenn Patentrechte aufgegeben werden, was bedeutet das für solche Unternehmen, die natürlich auch profitorientiert sind, wenn es darum geht, die nächste Mutante, die nächsten zehn Mutanten, wir wissen ja nicht, wie viele es geben wird, dafür den Impfstoff bereitzustellen? Das ist eine ganz hervorragende Frage. Ich würde nicht nur von der nächsten Mutante sprechen, sondern einfach von der nächsten Pandemie oder dem nächsten globalen Gesundheitsproblem, was uns wieder vor irgendwelche Herausforderungen stellen wird, so wie uns auch AIDS vor eben ganz massive Herausforderungen gestellt hat. Und dort muss man sich, glaube ich, wirklich mal überlegen, wie funktioniert Forschung, wie werden solche Medikamente entwickelt? Also wenn wir uns Biontech angucken, das sind äußerst begabte Gründer gewesen aus dem universitären Bereich, die haben am Anfang einen sehr vermögenden Investor gefunden und dann natürlich weitere Investoren. Und da ging es um die Entwicklung eines Vakzins gegen bestimmte Krebssorten, die man so noch nicht behandeln kann. Und in dieser Entwicklung haben sie herausragendste Ergebnisse erzielt. Hat überhaupt nichts mit Covid zu tun. Und die Basistechnologie, die sie damals entwickelt haben, also damals ist es noch nicht so lange her, entwickelt haben, die ist unglaublich wertvoll. Es ist sozusagen wie ein nicht Universalwerkzeug, aber ein Werkzeug, was man sehr vielfältig einsetzen kann. Und die Investoren, die haben damals so eine Entscheidung getroffen, wenn sie das mit dem Sport vergleichen, das ist so wie der aus einem Heißluftballon in 6000 Meter abzuspringen ohne Fallschirm, um dann in einem fliegenden Flugzeug durch die offene Luke reinzulanden. So ungefähr von der Risikoklasse ist diese Investition gewesen. Und herausgekommen ist durch die geradezu atemberaubende Leistung dieser Forscherinnen und Forscher ein Werkzeug, mit dem man just dieses Problem lösen kann. So jetzt haben sie also dieses goldene Werkzeug, in das sie eben alles investiert haben, in der Hand und sagen sich, wir nutzen das jetzt, um eben diese Weltkrise zu lösen. Und dazu brauchen wir eben ein Unternehmen, was das Ganze skalieren kann, was das ausrollen kann in die Breite. Und da kam eben Pfizer ins Spiel. Und das zeigt eben genau, wie der Mechanismus funktioniert. Man braucht, um eben diese Entscheidung der Investition in grundlegende Technologien überhaupt zu treffen, die Gewissheit, dass wenn etwas bei rauskommt, also wenn ich es schaffe, tatsächlich wieder in dem fliegenden Flugzeug zu landen und nicht auf der Erde zerschelle, was auch sehr wahrscheinlich ist, dass ich dann eben etwas zurückbekomme. Und Ihre Frage ist einfach schlicht und ergreifend dahin zu beantworten, ja, wenn es eben keinen Investitionsschutz mehr gibt, dann macht das eben auch niemand. Ein Investor muss nicht in Pharma investieren. Ein Investor hat die Wahl, ob er jetzt in den Mobilfunkstandard der sechsten oder siebten Generation investiert oder in Pharma. Die Wahlfreiheit hat man eben. Und Innovation entsteht eben nur, wo Genialität auf breitwillige Gönner, eben Investoren trifft und diese eben sich verbünden und verheiraten mit der Gewissheit, dass wenn etwas rauskommt, sie auch etwas zurückbekommen. Und das brauchen wir auch in Zukunft. Das brauchen wir in den nächsten fünf Jahren, in zehn Jahren und auch in 100 Jahren werden wir das immer wieder brauchen. Solche genialen Menschen wie die Forscherinnen und Forscher von BioNTech. Gleichzeitig die Frage, warum ist es alles oder nichts? Also warum muss es eine Patent, entweder eine Patentfreigabe geben? Auf der einen Seite wird die gefordert und Sie sagen, man kann das nicht aus der Hand geben und es muss die Möglichkeit sein, im Prinzip Profit zu machen, der ja erstmal nach oben hin überhaupt nicht begrenzt ist. Also man kann ja, ich weiß, dass viele Entwicklungen schaffen es nie, dass da werden Millionen, Milliarden versenkt. Aber warum muss dieser Profit möglich sein, ohne eine Anbindung an eine menschenrechtliche Verpflichtung am Ende des Tages? Gibt es da nicht irgendwas dazwischen? Es ist ja gerade kein Alles oder Nichts. Noch als Vorschlag. Also ich meine, man darf nicht ganz vergessen, es gab natürlich auch schon mal eine Welt vor dem Patentschutz. Also es gab ja auch schon mal die Möglichkeit, die Tatsache, dass sich Patente durchgesetzt haben, ist ja jetzt eine Entwicklung der letzten 60 Jahre. Also insofern sozusagen die Idee, dass das global geregelt sein muss. Und damit eben auch so umfassend ist ja durchaus, es gibt ja auch andere Wege, das zu schützen, würde ich sagen. Und die nächste Frage ist halt, muss es nicht Regulatorien geben dafür, dass eben ein Gut, weil eben ein Medikament eben nicht so ein Gut, ein Konsumgut ist wie die neue Handy-Generation. Also dass man sagen kann, es muss halt Innovation irgendwie anders bewerkstelligt werden, und dass sie nämlich noch nach wie vor dann der Allgemeinheit mehr zur Verfügung stehen kann, als es bisher der Fall ist. Und das Nächste, was wir auch nicht vergessen dürfen, ist, das ist jetzt sozusagen, darum eignet sich jetzt diese Geschichte Biontech und Pfizer nicht so besonders gut, weil das nun in der Tat, genau wie Sie gesagt haben, sozusagen dieses großartige wissenschaftlicher Durchbruch war. Aber wenn man sich das anschaut, also in der Pharmaindustrie wird ja nun auch sehr häufig gerade eben nicht geforscht entlang von den echten Bedürfnissen von Krankheiten, die weltweit besonders weit auftreten, sondern eben häufig auch gerade dort entlang der Bedürfnisse sozusagen, wo man weiß, dass es kaufkräftige Kundinnen und Kunden gibt für das Medikament. Also beispielsweise, das ist ja mit einer der Gründe, warum wir keine neueren Antibiotika haben, die besonders effektiv sind, weil man damit zurzeit kein Geld verdienen würde. Und insofern kann man nicht alleine, also allein hier auf den Markt zu setzen, halte ich bei so einem Gut, das eben so einen hohen menschenrechtlichen Wert hat, sehr fragwürdig. Herr Pfeiberler, Sie hatten kürzlich im Guardian einen Artikel Q geschrieben und da ging es auch um die Anfänge des AstraZeneca-Impfstoffs in Oxford. Sie sagen darin, das hätte auch anders laufen können. Ich habe, ja. So, wenn die General Institute an Oxford University, which was an early frontrunner last year in the race for a COVID vaccine, first found signs of success, they decided to make that technology available to anyone who wanted to produce the vaccine. So, of course, Oxford University is not a pharmaceutical company. They cannot make large numbers of vaccine doses, but they could develop the technology and they were willing to share that. The Gates Foundation and others then stepped in and advised them to go with a pharmaceutical company. And then on the advice of the British government, they went with AstraZeneca, right? The interesting thing here is that AstraZeneca has been beset by many problems. It's not just the fact that the vaccine is still unavailable in India or in sub-Saharan Africa, but that it's had recalls and communication problems in the United States and in the European Union. In fact, it's not yet authorized for use in the United States. It's still actually been something that's earned AstraZeneca a large amount of money. And I was coming back to something that Ralph said earlier, which he was saying about our preparation for the next pandemic and for the future pandemics. And I just thought, well, you know, when you're in the situation that I'm in, that can be a very perverse question because it sounds almost like saying, OK, well, there's this small problem of, you know, about 4,000 people dying a day, trillions of dollars of economic losses around the world in your country and soon to be in other countries, 15,000 people a day, 1 million people since vaccines were introduced, by the way, in December, have died of COVID. But, you know, I know that it's quite hard and you're going through a hard time, but let's just focus on the next pandemic in 50 years because that's the thing that's important. So I find that a little perverse. But even if we were to take that seriously, I'm just curious, you know, Pfizer on the BioNTech vaccine posted revenue from that single vaccine product of $25 billion. It's their single highest revenue earning pharmaceutical product ever. And it eclipses their previous highest earning product, which was a pneumonia vaccine, actually, funnily enough, another vaccine, of which, by the way, hundreds of thousands of babies die around the world because they don't have access to. Now, so I was just wondering, you know, if we're going to have this conversation seriously, maybe we can set up a ratio, right? Like, so you're saying $25 billion in profit for Pfizer, you know, which is obviously, you know, several, 25 times over what anybody expected to earn from a vaccine because they didn't have one when they started last year at the same time. So, you know, could we have a ratio? Could we say, OK, about 5 million people can die in places like I live in? And when Pfizer's profits cost maybe $30 billion or $35 billion, then we'll share the technology so people stop dying because it would really be useful, I think, from our perspective to have that kind of ratio, right? Like, we're not greedy. We just need, you know, $30 or $35 billion, right? Or we need a couple of more million people to die. But then we can discuss sharing the technology because that's the incentive that we require, right? I think, you know, for a lot of us working in the third world, it would be really helpful to understand what, you know, how many tens of billions of dollars of profit are enough of an incentive for the sharing of technology and monopolies in intellectual property to happen. Thank you very much. Was würden Sie dem raten? Die Lösung dieses Problems, das eigentlich keins ist, ist sehr einfach. Man kann Patente lizenzieren, man kann sie auch ganz breit lizenzieren, man kann sie sogar auch poolen, wenn da noch andere Patentinhaber notwendig sind, um eine sogenannte Freedom to Operate zu bekommen. All das ist jetzt aus altruistischer Sicht eigentlich, da sind eben keine Beschränkungen da. Und Sie sagten ja vorhin, das Alles-oder-nichts-Prinzip, das gibt es ja auch im Vorfeld schon nicht. Also es gibt natürlich die Initiative des Unternehmens, die Sie eben angesprochen haben, aber es gibt eben diese auch die Mechanismen, die unter TRIPS bereits zulässig sind. Ich hatte es vorhin erwähnt, die Zwangslizenz, dann die Benutzungsfreigabe für den Export in Krisenregionen oder sogar die staatliche Benutzungsanordnung im Alt-Extrem-Fall. Also man hat so ein sehr großes Instrumentarium zur Verfügung, um hier eine Lösung zu finden, die der Sache gerecht wird. Auf Ihren Einwurf möchte ich noch kurz antworten. Also Patente gibt es in Deutschland seit 1877 zumindest in halbwegs ziviler Form. Vorher gab es sozusagen Ländervorläufer. Und einer der Gründerväter der Vereinigten Staaten von Amerika, Jefferson, war also ein großer Freund des Patentrechts, sodass er das also sogar in die Verfassung reingeschrieben hat. Und also bisher sind wir eigentlich ganz gut damit gefahren. Und übrigens in Deutschland kam die Initiative, die eben zu dem Patentgesetz von 1877 geführt hat, aus der Erkenntnis übrigens von Siemens und Behring und anderen, dass wir, die wir damals sozusagen die Chinesen der Welt waren und einfach britische Dampfmaschinen kopiert haben, mit dem Kopieren nicht mehr weiterkommen, sondern endlich mal in die Puschen kommen müssen und innovativ werden müssen. Das war sozusagen die Motivation, warum wir uns damals ein Patentgesetz gegeben haben. Und daran hat sich nicht so wahnsinnig viel geändert. Aber dann unterschlagen wir dann gerade was? Findet das denn statt? Regionale Patentfreigaben von den Firmen? Weil ich bin, das ist mir einfach nicht bekannt, wirklich. Das ist mir in der Vorrecherche auch nicht untergekommen. Ich will das nicht unterschlagen, wenn das stattfindet. Sie finden im Moment nicht statt, weil es einfach nicht an dem Willen, die Medikamente zur Verfügung zu stellen scheitert, sondern es scheitert einfach daran, dass für die Herstellung eines tauglichen Vakzins man eben nicht nur eine Lizenz an einem BioNTech-Patent braucht, sondern man braucht ein äußerst komplexes pharmazeutisches Werk. Man braucht unglaublich viel Know-how, man braucht das Personal, was ausgebildet sein muss und man braucht auch die Rohmaterialien. Und das ist der Engpass, nicht das Patent. Gut, im Fall von Indien produziert ja solche Rohmaterialien im Augenblick. Würde konkret Indien eine regionale Patentfreigabe helfen? Wenn Sie das für Ihren eigenen Bedarf produzieren wollten unter einer Zwangslizenz, beispielsweise stünde dem jetzt grundsätzlich einmal nichts entgegen. Das Problem liegt eben auf der technologischen Ebene und da bin ich jetzt nicht informiert über die Lage in Indien, woran es genau scheitert. Gut, aber da sind wir immerhin ein Stück weiter. Frau Sagemaß, wenn eine Regierung zu Ihnen kommt oder die Deutsche und raten möchte, wie in Zukunft so eine Situation, wie mit COVAX, das haben wir ja gehört, hat viel an Glaubwürdigkeit, aber auch einfach an Effektivität sehr schnell eingebüßt, das zu vermeiden. Was wäre da Ihr Rat? Ich denke, die staatliche Förderung von medizinischer Forschung müsste daran geknüpft werden, dass zum Beispiel, und das hätte man ja hier auch bei der Förderung der Impfstoffe machen können, dass sie eben daran geknüpft werden, an die Bedingungen, dass beispielsweise das Wissen über die CTAB-Initiative geteilt wird. Also dass man sagt, es gibt halt, wenn wir Geld geben für die Entwicklung von Impfstoffen und es gibt ja, wie gesagt, es geht ja auch darum, um Diagnostika und das geistige Eigentum an solchen und an Medikamenten. Also wir reden ja nicht nur über die Impfstoffe, die ja auch überall in der Welt es zu wenig gibt und das sind Dinge, die möglicherweise eben doch durchaus einfacher und wo man nicht die gleichen Produktions- und Kapazitätsprobleme hätte. Also dass auch sowas freigegeben werden muss. Ich denke, da muss viel mehr staatliche Regulierung ist dafür notwendig. Und natürlich haben Sie recht, dass auch Staaten jetzt natürlich auch schon jeweils immer für sich sozusagen entscheiden können, Patente auszusetzen. Also sozusagen auch oder den Bruch von Patenten. Also Patente können ja auch gebrochen werden, indem einfach es benutzt wird und dann müssen sozusagen Biontech und Pfizer würden ja dann die Lizenz, also wieder einklagen. Auf sowas könnte man sich ja einlassen. Und das könnte man sozusagen staatlich auch so, aber da wollte ich noch mal darauf hinaus. Dann hat man halt, ich weiß, dass große Kanzleien bereits jetzt schon darauf hinweisen und Mandantinnen und Mandanten darauf hinberaten, wie sie Staaten und Regierungen dann wieder verklagen können in großen Investitionsschutzstreitigkeiten. Nämlich, falls es sozusagen staatliche Eingriffe in Pharmaindustrie gibt. Und dann haben wir sozusagen eine Verlagerung dieser Klagewellen. Aber auch da geht es wieder darum, ich denke halt, und die Staaten müssen alles tun und müssen bereit sein zu regulieren und entgegen von Wirtschaftsinteressen auch zu regulieren. Herr Prabe, dann nochmal zu Ihnen und vielleicht als Schlussrunde. Ihr größtes Problem ist ja im Augenblick wahrlich nicht ein Rechtsstreit. Das sind ja sehr dramatische Szenen, die wir in Indien gerade sehen. Wenn Sie sich ein Hindernis wegwünschen könnten, und ich glaube, über die Lizenzen haben wir genug gesprochen, also dass das jetzt nicht außerdem vielleicht ein konkreter Weg, der gerade nicht offen steht für Länder wie Indien, dass sie sich selbst helfen können. Was wäre das? Das ist ein hartes Frage, aber ich würde sagen, dass die Barriere, die ich möchte, ist für die Technologie zu befreit. Ich möchte die Technologie liberatet. Ich möchte die Technologie, die haben die Power über die Unternehmen, die in ihren Bordern, die sie haben, wie Deutschland, mit BioNTech und mit CureVac, aber auch mit anyen anderen Vakten, die es ordered, frankly, zu tellen, für die German government, zu tellen Johnson & Johnson, die hat eine eine-dose Vakten, das wäre wunderbar für uns, zu tellen, share your technology mit jemandem, die ihr Vakten, in India, in den Middle East, in den Arabischen Welt, in Brazil, in Turkey, in South Africa. If they were to do that, if they were to do the same mit Moderna, mit Pfizer, mit CureVac, that is the one sort of miracle that I would wish for, because that would ensure that other companies could step in to make these vaccines. You know, one of the funny things is that the hardest vaccines to make are the vaccines which are circulating the most in the world, the Chinese vaccines from Sinovac and from Sinopharm. Those are inactivated, killed virus vaccines, which means they're very old technology and are really hard to make because you need specialized facilities, whereas the newest vaccines, the mRNA vaccines, the CureVac and the Pfizer and Moderna vaccines, they're the easiest to make. So we want that technology, share that. There are people willing to make those vaccines and sort out the raw material problems. That's the magic one that we need to have waived. Thank you, Mr. Nack, and maybe another question for you. What would you wish to do, that in this debate should be better understood? I wish to do more transparency in the debate, that you focus on the problems, you analyze and look at solutions for a while, instead of always the same thing to bring and not the realities in the eye to see. And Germany was once the Apotheque of the world, now we are it again. That we should be as a commitment to take, that it is right to be, pharmaceuticals, pharmaceuticals in Germany to fördern and just to learn, what we achieved from it. That is a very powerful tool, with which we can now hopefully in the Breite can go and the world flächendeckend with the Stoffen to be able to do. Frau Sage-Maas, Sie have also another one. Wunsch frei. Yes, that in the future the staatliche Förderung of medizinische Forschung will be closer to the conditions to be connected, as in the gelungenen production as well as a gemeingut behandelt will be done. Good, William Sage-Maas. Michael Prabbeler und Dr. Reisnack, herzlichen Dank für diese Diskussion zu der Frage der ungerechten Verteilung des Impfstoffs, wo leider, muss ich sagen, keine großen Schritte am Horizont sind. Aber herzlichen Dank für diese Debatte. Und jetzt haben wir 15 Minuten Musik von der jungen Künstlerin Meredi, ist ja Künstlername, das heißt Melodie auf Armenisch. Und danach werden wir die Gelegenheit haben, den politisch verantwortlichen Fragen zu stellen hierzu. Da werden wir begrüßen die Parteivorsitzende der Linken, Susanne Hennig-Welsow. Dann wird bei uns sein Saskia Esken von der SPD und die erste grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock. Das in ca. 15 Minuten. Bis dahin, genießen Sie die Musik. Kanzlerkandidatin Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Und hier ist gefragt, dass zukünftig in solchen Krisenfällen automatisch der Blick auch dahin geht, zum einen Regierungen an ihre menschenrechtliche Verantwortung zu erinnern, zum anderen aber auch Zivilgesellschaft zu stärken. Und das kann man nur, ich komme zurück zur Impfstoffgerechtigkeit, wenn man selber dann auch international Verantwortung übernimmt und als echter Partner sich präsentiert, auch in der Krise. Wir müssen nicht nur über die Impfstoffgerechtigkeit sprechen, weil wir haben darüber wirklich eine intensive Stunde debattiert und ich wirklich möchte allen empfehlen, sich das auch nochmal anzuhören mit juristischen Experten, mit Menschen in Indien, die Kampagnen dort auch veranstalten. Ich würde gerne zu Frau Hennig-Welsow kommen. Wie stellen Sie sich denn so eine globale Verantwortung vor? Deutschland hat ja knapp zwei Milliarden der COVAX-Initiative zur Verfügung gestellt, um Impfstoffe zu besorgen. Diese Initiative kommt nicht so recht voran. Wie hätten Sie es anders angepackt? Es lässt sich ja für ein Land wie Deutschland, was auch selbst politische Schwierigkeiten hat, die Corona-Krise zu meistern für alle Bevölkerungsgruppen, erst einmal schwierig sagen, was ist denn jetzt der Einfluss, den Deutschland global ausüben sollte. Natürlich ist es richtig, dass zwei Milliarden geflossen sind, damit die COVAX-Initiative auf den Weg kommt. Grundsätzlich ist es aber ein sehr langer Schritt zum Beispiel auch gewesen, dass sich auch Deutschland dafür entscheiden konnte, beziehungsweise ein Teil im Europaparlament, dass die sogenannten TRIPS-Weser freigegeben wurden, dass Patente tatsächlich ausgesetzt worden sind, weil das eine Grundlage ist, um globalen Schutz vor der Pandemie zu gewährleisten. Da hätte ich mir sehr viel früher auch eine deutsche Initiative gewünscht, also auch aus der Regierung heraus. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass man viel mehr dafür tun muss, dass die öffentliche Hand Impfstoff tatsächlich gewährleisten kann. Da gibt es ja auch aus der internationalen Forschung durchaus Vorschläge, wie man Impfstoff produzieren kann. Also es geht nicht nur um die Patente an sich, sondern es geht auch um die Produktion. Da geht es um sogenannte Hubs, die man kleinteilig einführen kann, wenn man die in öffentlicher Hand behält, sprich die Produktion von Impfstoff auch gewährleisten kann. Wenn eine Pandemie abeppt, beziehungsweise damit natürlich auch die Impfstoffproduktion generell global erhöht, wäre das ein guter Beitrag dafür, auch global die Pandemie zu bekämpfen. Herr Karlek, wie viele Sorgen machen Sie sich, dass unter diesem Deckmantel der Pandemie ganz andere Menschenrechtsverstöße stattfinden? Ja, lass keine Krise vorbeigehen, ohne dass du nicht dein eigenes Süppchen irgendwie kochst und natürlich versuchst, sie zu instrumentalisieren. Das ist klar und wir haben weltweit einen Trend zu mehr Autoritarismus zu verzeichnen und zwar sowohl in den demokratisch gewählten Teilen der Welt als auch in den ohnehin autoritären Regimes. Was ich aber finde, was aus meiner Sicht noch viel wichtiger ist und das geht auch in die Richtung, ist halt, dass wir jetzt die vierte nach der Weltwirtschaftskrise, der Euro-Krise, der allen zu Bewusstsein gekommenen Klimakrise, die pandemische Krise haben. Und alle diese Krisen sind mit Ansage genauso schlimm geworden und haben zu noch größeren Verwerfungen in der Weltgesellschaft geführt. Das heißt, wir müssen Menschenrechte jetzt auch anders denken. Also nicht nur, und natürlich ist es ungemein wichtig und deswegen ist das Papier auch so wichtig, dass man an vulnerable Minderheiten denkt. Aber Menschenrechte sind eben auch für die Mehrheit da. Also es geht darum, alle Menschenrechte für alle Menschen überall durchzusetzen. Oder eben ein Begriff der Linken, der politischen Linken und der Partei bekannt vorkommen müsste, nämlich globale Solidarität, Internationalismus. Und zwar ein Internationalismus, wenn nicht aus Überzeugung, so wie wir ihn alle schon seit Jahr und Tag vertreten, sondern auch ein Internationalismus und globale Solidarität aus reinem Pragmatismus. Die Welt geht zugrunde, wenn jeder nur in dem nationalen Rahmen Politik betreibt und in dieser nationalen Borniertheit verharrt. Wir müssen, und Multilateralismus ist natürlich einer der wichtigen Begriffe, aber es muss eben auch ein Multilateralismus von unten sein. Gemeinsam mit den Parteien immer wieder im Zusammenspiel institutioneller und außerinstitutioneller Akteure. Da ist in den letzten Jahren viel gewachsen, auch gerade im globalen Süden, ist aber leider nicht bis hierher angekommen. Und dazu werden natürlich auch Transmissionsriemen wie die drei Parteien, die wir jetzt alle hintereinander hören, von größerer Bedeutung. Und auch ein Verständnis von Politik, was ein bisschen nachhaltiger ist, als was wir gerade beobachten können im Wahlkampf. Herr Beko, wie viele Gedanken machen Sie sich, dass ein Regime, zum Beispiel, bleiben wir in Europa, in Belarus, leichteres Spiel hat in so einer Panik? Ja, also wir haben das weltweit im letzten Jahr sehen müssen, dass eine Vielzahl von Regierungen im Schatten der Pandemie weiter Vereinigungsversammlungsmeinungsfreiheit eingeschränkt hat. Es wurden in allen Bereichen Sicherheitsgesetze, Internetgesetze, Gesetze gegen zivilgesellschaftliche Organisationen in breiter Front vorangetrieben. Und das ging auch einher mit vielen akuten Angriffen auf JournalistInnen, AktivistInnen, sogar auf medizinisches Personal, was sich kritisch zu fehlerhaften Maßnahmen der Regierung geäußert hat. Was heißt das jetzt im Umkehrschluss? Das heißt, dass wir zum einen sehen, dass wichtige rechtsstaatliche Prinzipien, über die wir heute Morgen für Deutschland gesprochen haben, dass die weiter angegriffen sind und auch während dieser vergangenen Monate ausgehöhlt wurden und auch weiter noch ausgehöhlt werden. Weil wir haben ja noch eine globale Pandemie. Ich glaube, das ist einfach wichtig, dass wir da weiter darauf achten. Das heißt, es braucht eine Stärkung davon, auf internationaler Ebene zu sagen, was sind die Do's and Don'ts, die eingehalten werden müssen, gerade in einer Krise, an rechtsstaatlichen Prinzipien von Ländern, die Teil der Staatengesellschaft sind. Aber es braucht auch ein Programm, um das jetzt zurückzudrehen. Sie haben eben Belarus angesprochen, aber wir können eine Vielzahl von Staaten, sei es Russland, Venezuela, Ägypten etc., die entweder schon autoritär waren oder jetzt zunehmend die Menschenrechte einschränken. Und das heißt, wir brauchen bereits jetzt ein Dringen darauf auf die Einhaltung von Menschenrechten bei der weiteren Pandemiebekämpfung. Aber wir brauchen auch ein Programm in den internationalen Foren wie in der bilateralen Zusammenarbeit, was Menschenrechte jetzt dann wieder in den Vordergrund stellt. Insbesondere auch bei den vielen wirtschaftlichen Initiativen, die auch nach der Pandemie zu erwarten sind. Auch beim Thema der Klimakrise und der Transformation, bei all dem, was neu aufgesetzt wird. Und das betrifft beispielsweise auch den Bereich der Digitalisierung. Wir haben jetzt in zahlreichen Staaten gesehen, wo gerade im Rahmen der Pandemiebekämpfung Überwachungsmöglichkeiten ausgebaut wurden, Systeme installiert wurden. Und wenn wir nicht mit dem Blick zurücksehen wollen, dass diese ganze Phase der Pandemie nicht nur Rückschritte gebracht hat, sondern eine Verschärfung von Menschenrechtseinschränkungen, dann braucht das eine echte Agenda auf internationaler Ebene. Wie auch eine Agenda der Bundesregierung, weil Sie haben vorhin gefragt, auch in der direkten Außenpolitik, sei es in der Stärkung der Arbeit mit zivilgesellschaftlichen Akteuren vor Ort durch die Auslandsvertretung, sei es durch die Stärkung der EU-Guidelines für Menschenrechtsverteidiger, aber wie gesagt auch in den internationalen Foren. Frau Henning-Bels, ich würde gerne bei einem konkreten Fall bleiben, den die deutsche Bundesregierung, aber Europa auch aufgegriffen hat. Die im Exil lebende Oppositionsführerin Zetlana Tehanowska ja glaubt, dass Roman Protasiewicz, der Journalist, gefoltert wird. Was muss da jetzt die Reaktion sein? Zunächst muss es eine eindeutige und klare Haltung auch der Bundesregierung geben. Wir als Linke haben die. Folter, das Verletzen von Menschenrechten, alles was dazu gehört, das geht für uns überhaupt nicht. Da kann es auch gar keine Doppelstandards geben. Es geht jetzt darum, tatsächlich bei der Regierung und Lukaschenko darauf hinzuwirken und möglicherweise das ja auch über Putin zu tun, dass er freigelassen wird, dass er nicht gefordert wird. Und der Akt an sich, auch seine Verhaftung mit der erzwungenen Landung des Flugzeuges ist durchaus, das hat mein Ministerpräsident in Thüringen ja auch schon gesagt, Terrorismus gleichzusetzen. Und wenn das die Bundesregierung tatsächlich nicht international oder mit internationaler Hilfe klären kann, dann glaube ich durchaus, dass tatsächlich das, was wir als Freiheit und Flugwesen und globaler Bewegungsmöglichkeiten kennen, durchaus nicht mehr zu garantieren ist. Aber was muss das bedeuten für einen menschenrechtlichen Konsens, den ja durchaus Russland auch, Belarus übrigens auch, mitträgt auf dem Papier? Wie muss sich dann eine Ausrichtung der deutschen und europäischen Politik gegenüber Russland darstellen, wenn es da einen Zusammenhang gibt? Naja, also wir erleben ja gerade die Gespräche zwischen Russland und Belarus. Dass es da um eine engere Zusammenarbeit geht, wissen wir. Das bedeutet aber dann gleichzeitig, dass beide durchaus mit individuellen Sanktionen rechnen müssen. Also ich denke, dass man das durchaus nicht hinnehmen darf, dass es ein solches Handeln gibt, dass es die faktische Verbrüderung auch in dieser Situation gibt, sondern dass es um klare Ansagen geht, was geht und was nicht geht. Dass es darum geht, Geldhähne zuzudrehen und damit möglicherweise Einfluss auf die Politik zu nehmen. Und da spielt natürlich andererseits auch die Rolle, das ist vorher gerade gesagt worden, dass man zivilgesellschaftliche Akteure stärkt und auch in diesen Ländern dafür sorgt, dass sie stark bleiben können. Wie groß ist Ihre Sorge, dass die Pandemie solchen Menschenrechtsverstößen und gerade politisch-freiheitlichen Denken schadet? Die ist tatsächlich relativ hoch und ich würde da gerne gar nicht so weit wegschauen, sondern tatsächlich auch mal in Deutschland bleiben. Natürlich steht die Frage der Gesundheit in der Pandemie an oberster Stelle. Es ist die Rede davon gewesen und das ist ja auch der Fall. Ich habe das ja auch selber in der Landesregierung erlebt. Die Zeit der Exekutive bedeutet, dass parlamentarische Rechte ausgehebelt sind, dass Rechte von Organisationen, Zivilgesellschaft ausgehebelt sind und dass es sehr schnell geht, Freiheitsrechte und anderes auszuhebeln. Und das ist etwas, was in einer Demokratie, die wir hier in Deutschland leben, nicht hinnehmbar ist. Auch die Parlamente haben sich ihre Teilhabe an der Pandemie-Politik ja faktisch selbst zurückerkämpft. Und das ist gut so und das ist richtig, dass auch die Parlamente über Verordnung, Gesetze, Veränderungen, Haushalte wieder abstimmen konnten. Ich kann zu einem Beispiel Thüringen sagen, zum Beispiel, das Parlament hat nicht getagt während der Pandemiezeit. Es war letztendlich nur ein Monat. Das bedeutete aber, dass wir in der heißen Phase auch des ersten Lockdowns und so weiter keinerlei Mitsprache hatten. Und das bedeutet natürlich immer einen Verlust derjenigen auch, die natürlich, also das Parlament ist ja die Vertretung der Leute in unserem Land. Und ihre Perspektive einzubringen, ihre Bedürfnisse einzubringen, ist immer ein Grundrecht, was jeder auch erfüllt haben muss über das Parlament. Und insofern, wenn ich dann aus Deutschland herausgucke, Menschenrechte, die ja tatsächlich in aller Deutlichkeit auch eingeschränkt sind, und ich glaube, dass wir erhebliche internationale Beziehungen aufbauen müssen, beziehungsweise erheblich dafür sorgen müssen, dass die Grundrechte nicht noch weiter eingeschränkt sind. Herr Kadek, die Bundeskanzlerin hat selbst gesagt, sie empfindet diese Pandemie als eine Zumutung für die Demokratie. Empfinden Sie das auch so und ist sie zu weit gegangen? Also ich empfinde die Bundeskanzlerin als politische Zumutung und das schon seit Längerem. Ich möchte das auch ganz kurz ausführen, weil zwei der heißesten menschenrechtlichen Probleme auf europäischem Boden ist einmal eine inhumane Flüchtlingspolitik, ein inhumanes Migrationsregime. Und da brauche ich in der Tat nicht so weit zu schauen, wie die Kollegin auch gerade ausführte, sondern das muss man natürlich hier vor Ort. Deutschland ist eine der verantwortlichen, mächtigsten Staaten in Europa dafür, dass an den Außengrenzen Menschen sterben, Menschen gefoltert werden und Menschen ins Mittelmeer, beziehungsweise in die afrikanischen Wüsten zurückgedrängt werden. Und das hat mittlerweile auch nicht nur Staaten wie Libyen oder Türkei spielen da eine große Rolle, sondern auch zentrale europäische Staaten wie Ungarn oder Kroatien. Und ich glaube, das ist auch deswegen passiert, weil eben Frau Merkel und die mit ihr regierenden Parteien nicht dafür gesorgt haben, die europäischen Institutionen menschenrechtlich und sozial zu stärken. Und deswegen halt die Europa als politische Einheit eher zerfallen, als zusammengewachsen ist. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Und zwar auch für Russland und Belarus ist es natürlich einfacher zu zeigen, passt mal auf, haltet euch erstmal an die eigenen Standards, bevor ihr mit dem Finger auf uns zeigt. Der Putin und der Erdogan beherrschen das sehr gut. Also das heißt nicht, und meine Organisation tut das ja auch, dass man das, was in Belarus passiert oder in der Türkei und in Russland nicht auch verfolgen lassen muss. Das Problem ist nur die Institutionen, von denen wir reden, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte oder der Internationale Strafgerichtshof, die wären natürlich stärker, wenn nicht der Westen die eigenen Gesetze auch ständig brechen würde. Und wenn die die eigenen Standards auch mal so stärken würden und zeigen würden, auch wenn es was kostet, wenn es uns was kostet, dann halten wir uns an dieses Standard. Und wenn es uns was kostet, dann bin ich bei dem Thema Wirtschaft und Menschenrechte, wo ja jetzt endlich mal ein Entwurf für das Lieferkettengesetz vorliegt. Und so ein Stück, ein kleines Umdenken, und das gibt mir allerdings auch Hoffnung, weil viele der Organisationen, die hier auch versammelt sind, seit Jahren darauf hinwirken, klar zu machen, das, was hier von Deutschland aus an wirtschaftlichen Aktivitäten entfaltet wird, hat enorme Wirkungen im globalen Süden. Und das heißt, es müssen da auch Regeln aufgestellt werden, an die sich die von Deutschland aus aktiven Unternehmen zu halten haben. Wir werden sehen, wie konkret dieses Lieferkettengesetz am Ende formuliert wird. Das ist hier jetzt schon in einer abgeschwächten Form. Herr Beko, Sie wollen das... Ja, weil Sie haben eben gefragt, was muss ja jetzt mit Belarus passieren oder so. Und ich glaube, Wolfgang Kahleck hat daran erinnert, dass der Blick ja verengt ist. Wir erleben tagtäglich schwerste systematische Menschenrechtsverstöße weltweit. Und das fordert rechtsstaatliche Demokratien zukünftig in einer globalisierten Welt anders Positionen zu beziehen und Konsequenzen zu ziehen. Und das wird nicht mehr so gehen. Und es reicht auch nicht aus, das bei Nordkorea oder bei Belarus zu thematisieren oder wenn wir jetzt sehen, wie die Menschenrechtssituation in Russland sich verschärft hat, dann das zu thematisieren. Wir sehen es überall auf der Welt. Wir sehen es durch Europa selber, beispielsweise an europäischen Außengrenzen. Wir sehen es aber auch beim Umgang mit China. Und jetzt andauernden systematischen Menschenrechtsverstößen an Millionen von Menschen über eine längere Dauer. Und das fordert die Welt. Aber genauso wie wenn ein Staat wie die USA in den letzten zwei Jahren über 5000 Kinder wurden an der Grenze von ihren Eltern getrennt. Und immer noch sind nicht alle zurück bei ihren Eltern. Und man wird es, wenn man der Idee der Menschenrechte und der internationalen Ordnung treu bleiben will, dann fängt das dabei an, wenn wir über den Kompass reden. Und das ist das Thema auch der heutigen Veranstaltung. Und wenn wir über den Kompass reden, dann ist das Handeln der EU nicht mehr tragfähig. Aber es braucht auf internationaler Ebene insgesamt eine klare Positionierung, wie man mit Akteuren wie Russland, wie der Türkei, wie China, aber auch den vielen Beziehungen zu Ländern wie Ägypten etc. konsequenter und glaubwürdiger umgehen will. Ansonsten ist man als Akteur auf internationaler Ebene in Sachen Menschenrechte nur noch begrenzt handlungsfähig. Frau Heinig-Welsow, jetzt glaubt man, in den neuesten Umfragen ist es nicht sehr wahrscheinlich, dass Sie sich im Kanzleramt wiederfinden werden. Gleichzeitig, wenn die Linke etwas ändern dürfte, würde, was wäre das beim Ansatz für Menschenrechte global? Zunächst, das ist ja keine einfache Antwort. Das würde wahrscheinlich auch einen ganzen Abend dauern, das zu diskutieren. Aber irgendwo muss man ja anfangen. Also irgendwo muss man ja ansetzen. Natürlich muss man ansetzen. Das Erste ist natürlich, weil wir gerade über die Pandemie reden und über Corona reden, dass wir begreifen, dass wir eine globale Aufgabe haben und tatsächlich auch als Bundesrepublik dafür Sorge tragen, dass wir Menschen weltweit schützen. Und das habe ich versucht zu beschreiben über die Patentfreigabe, über die Produktionsfreigabe bzw. Produktion von Impfstoffen in öffentlicher Hand, um tatsächlich Gesundheit auch für alle zu garantieren. Das Zweite ist natürlich, Menschenrechte stehen jedem, jedem, jedem zu. Und das bedeutet natürlich, die Frage war eben auch schon ein Stückchen weit aufgemacht, tatsächlich Menschen willkommen zu heißen und es ihnen zu ermöglichen, bei uns Asyl zu suchen, Fluchtwege sicher zu machen, auch die Lebensrettung im Mittelmeer nicht als kriminell zu betrachten, sondern das Retten von Menschenleben und damit auch die Verstöße gegen Menschenrechte, die wir EU und Frontex tatsächlich fast tagtäglich begeben, zurückzuweisen und zu verändern. Es geht natürlich auch darum, um eine andere Verteilung des finanziellen Reichtums weltweit. Und es geht am Ende natürlich auch um eine unteilbare Solidarität, die man naturgemäß miteinander leben muss. Dass das ein schwerer Weg ist, das weiß ich, dass es ein langer Weg ist, das weiß ich auch. Aber wir werden, ohne aufeinander zu achten und nicht die westliche Welt immer nach vorn zu stellen und alle anderen hinten ankommen zu lassen, werden wir weder eine Pandemie tatsächlich bekämpfen können, noch weiter friedlich bzw. eine friedliche Welt schaffen können. Und da ist so viel zu tun. Das meinte ich damit, da bräuchten wir einen ganzen Abend für. Und ich glaube, da ist so viel im Arten. Und den einen Satz will ich noch sagen. Ich halte nichts davon, jetzt gegenüber Russland und China in eine harte Konfrontation zu gehen, sondern in die Kooperation. Vorhin war die Rede davon, vor allem mit zivilgesellschaftlichen Akteuren zu arbeiten, tatsächlich die Leute in den Ländern zusammenkommen zu lassen, klare Ansagen zu machen. Aber das geht aus meiner Sicht nicht in einer Rhetorik des Kalten Krieges, wie wir sie kennen, sondern es braucht die diplomatischen Gespräche und es braucht andere Wege als kriegerische. Nun haben wir ja keinen Kalten Krieg, sondern viele sprechen ja davon, dass wir auch eine geopolitische Neuordnung der Welt haben. Aber in der Tat bräuchten wir da einen ganzen Abend dafür. Aber wenn Sie von Solidarität sprechen, wie wäre die denn konkret? Innerhalb der EU bedeutet das ja ein milliardenschweres Aufbaupaket. Würden Sie etwas Ähnliches für ärmere Länder vorschlagen? Würden Sie Schulden erlassen? Was konkret würden Sie tun? Naja, Sie haben es ein Stückchen weit angesprochen. Europa liegt ja im Grunde auch von anderen Ländern. Wir leben davon, dass die Meere vor Afrika ausgefischt werden und, und, und. Insofern ist es natürlich richtig, Schulden zu erlassen. Es ist natürlich richtig, in die Entwicklungshilfe tatsächlich wesentlich mehr zu investieren. Wie können Sie in Entwicklungshilfe stecken? Also mir geht es darum, dass wir zum Beispiel den Etat für die Entwicklungshilfe im Bund tatsächlich erhöhen, dass wir Infrastrukturen aufbauen können, dass wir tatsächlich Gesundheitssysteme aufbauen können, dass wir miteinander auf dieser Welt begreifen, dass wir uns gegenseitig brauchen. Und wenn es darum geht, eben nicht so weit weg zu schauen, dann sieht man ja auch die, das was uns, Sie haben es vorhin gesagt, Corona zeigt mit einem Brennglas, wo auch unsere Schwierigkeiten sind. Dann geht es darum, dass wir auch in Deutschland eine Infrastruktur brauchen, die Gesundheit, Bildung, soziale Sicherung tatsächlich garantiert, dass es um ein soziales Fundament geht, die faktisch etwas wie eine progressive Resilienz der Gesellschaft tatsächlich gewährleistet. Und das braucht auch demokratische Prinzipien, die dazugehören. Und das ist ein großer Auftrag, den zum Beispiel Rot-Rot-Grün hätte. Herr Beko, was würden Sie als Erwartungshaltung formulieren? Wie muss sich das konkrete Handeln ändern? Wir haben ja jetzt COVAX gesehen, dass es einfach nicht funktioniert. Es liefert nicht. Also nur als Beispiel. Wir müssen jetzt nicht bei der Impfthematik. Ich glaube, zum einen ist es wichtig, eigene Verantwortung zu übernehmen. Wir hatten eben das Stichwort Lieferkettengesetz. Das Thema menschenrechtliche Sorgfaltspflichten von deutschen Unternehmen weltweit ist ein Thema, wie wir international Verantwortung für den Menschenrechtsschutz übernehmen. Das Thema Rüstungsexporte ist ein Thema, wie wir Verantwortung aus Deutschland übernehmen. Die Stärkung von Zivilgesellschaft und das konkrete Einschreiten, wenn Staaten wie Indien humanitäre Organisationen kriminalisieren, ist eine Frage, wie wir Verantwortung übernehmen. Wir haben eben schon kurz über die Europäische Union gesprochen. Und das sind einfach wesentliche Schritte, die es erstmal zu gehen gilt. Und daraus ergibt sich dann auch der Umgang mit Staaten, die die Menschenrechte verletzen. Das Einhalten von internationalen Normen, das Einhalten der Europäischen Menschenrechtskonvention selber als Staat, ohne Ausnahmen. Ich glaube, wir hören oft das Bekenntnis dazu und das ist gut und wichtig, aber wir haben ja hier schon einige Felder genannt, wo es dann an der Tat mangelt. Und hier wird die nächste Bundesregierung gefragt sein, weil die Welt dreht sich weiter in einer Art und Weise, die das jetzt erfordert oder sonst die Räume für sowohl Zivilgesellschaft, aber auch für die menschenrechtlichen Institutionen international immer kleiner und immer enger werden. Und auch viele Staaten in der Welt warten darauf, dass Staaten wie Deutschland hier auch glaubwürdig sowohl eigene Verantwortung übernehmen, aber auch in den internationalen Foren vorangehen. Und da wird die neue Bundesregierung stärker Positionen beziehen müssen, sowohl im Rahmen der Europäischen Union, aber insbesondere auch in der eigenen Innenpolitik, die nach draußen wirkt. Herr Kahlik, was würden Sie ganz oben auf die Liste schreiben der Menschenrechtsthemen für die neue Bundesregierung, wo wir schon dabei sind? Also ich finde den Gesichtspunkt, den Sie gerade genannt haben, sehr wichtig, nämlich den Schuldenerlass. Dass also halb Lateinamerika noch Schulden von den Militärdiktaturen aus den 70ern zurückbezahlt und bis heute Banken und private Gläubiger daran verdient, das ist ein Unding. Und das zeigt halt, dass die Weltfinanzordnung und die Weltwirtschaftsordnung komplett unfair organisiert ist. Und da müssen wir einzelne Schritte versuchen anzustoßen. Und das ist dann, tut mir leid, dass ich das so sage, aber es ist dann mehr als nur so ein paternalistisches, man muss mehr Entwicklungshilfe und man muss die Menschen schützen. Sondern es ist ein Weg in Richtung einer demokratischen und sozialen Weltgesellschaft, die ich als einzige Chancen sehe, aus diesen multiplen Krisen herauszukommen, in denen wir uns gerade befinden. Sonst hangeln wir uns von Krise zu Krise und überall werden nur Pflästerchen verabreicht. Frau Henning-Welsow, noch eine Schlussrunde. Wo machen Sie sich die größten Sorgen und wo haben Sie die größte Hoffnung als Lektion aus der Krise hier in Deutschland? Die größte Sorge habe ich, dass es keine Richtungsentscheidung zur Bundestagswahl gibt und es einen Versuch gibt, einfach eine alte Normalität wiederherzustellen, wie wir sie nicht weiternehmen können. Und meine große Hoffnung ist, dass es uns tatsächlich gelingt, ein progressives Bündnis auf den Weg zu bringen, was soziale Sicherheit auf den Weg bringt und die ökologische Frage tatsächlich außer Acht lässt. Herr Beko, an Sie auch. Größte Sorge, größte Hoffnung? Also meine größte Sorge ist, dass vieles, was jetzt in den letzten Monaten und während wir jetzt hier sprechen, noch weltweit in Sachen Menschenrechte leidet und zurückgedreht wird, dass es uns nicht gelingt, sogar da wieder den Zustand vor der Pandemie herzustellen. Und ich glaube, unsere aller Hoffnung muss darin liegen, dass wir bei den großen Fragen der Transformation der Klimakrise, bei der Frage, wie Deutschland und Europa sich als globaler Akteur benehmen wollen, aber auch bei der Frage der Digitalisierung. Gelingt es da, jetzt hieraus zu lernen? Gelingt es daraus? Und das brauchen wir. Wir brauchen eine menschenrechtliche Folgenabschätzung im Vorfeld. Aber die ganzen Programme und Wirtschaftsinitiativen sind schon auf dem Weg. Also hier gilt es jetzt, schnell zu intervenieren und zu sagen, wie führen wir ein menschenrechtliches Monitoring ein bei all diesen nach vorne gerichteten Maßnahmen, weil ansonsten ist Build Back Better oder Just Recovery einfach eine leere Worthülse. Herr Karlek? Wir dürfen auf keinen Fall in dystopisches Denken verfallen, sondern es gibt ja auch genug Hoffnung, weil alle Länder, die wir aufgezählt haben, gibt es starke oppositionelle Bewegungen, ob in Belarus, ob in der Türkei. Und die größte Hoffnung war für mich in den letzten drei, vier Jahren die feministische Bewegung, vor allem in Lateinamerika, Fridays for Future und Black Lives Matter verkörpert, aber auch die chilenische Verfassungsbewegung. Da ist überall was im Gange. Überall unter schwersten Bedingungen versuchen sich die Menschen Freiräume und politische Veränderungen zu erkämpfen und daran kann man doch gut anknüpfen. Frau Hennig-Welsow, Herr Beko, Herr Karlek, herzlichen Dank. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben auf Zoom, Frau Hennig-Welsow. Und wir bauen hier ganz kurz um und dann geht es mit der SPD-Co-Vorsitzenden Saskia Esken weiter. Wir sprechen weiter über die politische Verantwortung für Menschenrechte in der Covid-Krise. Und ich freue mich ganz besonders, dass hier alle Diskutanten im Raum sind, nicht zugeschaltet. Das, glaube ich, ist etwas, was wir langsam fast schon als Benchmark feiern können. Bei uns ist Saskia Esken. Sie ist seit 2013 Mitglied des Deutschen Bundestages und seit dem 6. Dezember 2019 zusammen mit Norbert Walter-Boyanz, Bundesvorsitzende der SPD. Sie bilden die erste direkt gewählte, paritätisch besetzte Doppelspitze der SPD. Und sie sagt zu dieser Frage der politischen Verantwortung, wir brauchen den Schutz von Menschenrechten auch im digitalen Raum. Sorgfaltspflichten müssen nicht nur für Lieferketten gelten, als ob das so einfach wäre, sondern auch bei menschenrechtlichen Risiken von Datensammlungen auf Internetplattformen oder bei der Entwicklung von künstlicher Intelligenz. Bei uns ist außerdem Dr. Klaus Seitz. Er leitet die Abteilung Politik bei Brot für die Welt. Zuvor war er unter anderem Redakteur der Fachzeitschrift EPD Entwicklungspolitik und Privatdozent für internationale Bildungsforschung. Er sagt, soziale Gerechtigkeit kann heute nur noch im Weltmaßstab gedacht werden. Das gilt insbesondere für Themen wie Impfgerechtigkeit, aber auch für Klimagerechtigkeit oder das Recht auf soziale Sicherheit. Die universellen Menschenrechte sind das unverbrüchliche Fundament einer solidarischen und nachhaltigen Weltinnenpolitik. Bei uns ist außerdem Prof. Dr. Nora Markhardt. Sie ist Mitglied des Vorstands der Gesellschaft für Freiheitsrechte und Professorin für internationales öffentliches Recht und internationalen Menschenrechtsschutz an der westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Sie studierte Jura und internationale Beziehungen in Berlin, Paris und London und hat in New York und Michigan geforscht. Und sie sagt, in Krisenzeiten wird vielen Menschen noch mal bewusst, welchen Wert das Grundgesetz für unsere Gesellschaft hat. Politisch können wir in ganz vielen Fällen unterschiedlicher Meinung sein, aber wenn die Grundrechte nicht gewahrt werden, sind die grundsätzlichen Bedingungen für den demokratischen Diskurs nicht mehr gegeben. Ich möchte mit Ihnen anfangen, Frau Esken. Sie sprechen davon, dass Menschenrechte auch zu jeder Zeit gewahrt werden müssen, aber wie lösen Sie denn Konflikte auf? Zum Beispiel haben Sie jetzt gerade gefordert, dass auch junge Menschen ab zwölf in Deutschland möglichst zügig auch geimpft werden sollen, um ihr Recht auf Bildung auch zu wahren. Just zur gleichen Zeit fordert der Vorsitzende der Weltgesundheitsorganisation, man soll die Kinder nicht impfen. Die reichen Länder sollen bitteschön ihre Kinder nicht impfen und diese dringend notwendigen Impfdosen an arme Länder, zum Beispiel an Indien geben. Soziale Gerechtigkeit auch im Impfen. Impfgerechtigkeit muss auf allen Ebenen gedacht. werden und die Abwägung der Grundrechte ist unsere Aufgabe als Politik, sowohl auf der kommunalen Ebene als auch auf der Bundes- und Bundesebene und natürlich auch in Europa und international. Deswegen müssen wir uns darum bemühen, den Mangel an Impfstoff zu beheben und nicht die eine Gruppe gegen die andere auszuspielen. Es ging uns allen nicht darum, dass jetzt alle Kinder flächendeckend herdenimmunitätsmäßig geimpft werden, sondern dass auch Kinder, insbesondere auch die mit Vorerkrankungen, ein Impfangebot bekommen können. Dass also die Priorisierung insofern auch klar gemacht wird, dass jeder Mensch, für den der Impfstoff zugelassen ist, auch ein Impfangebot in Deutschland gemacht werden, bekommen kann und nicht darum, dass wir jetzt die Impfdosen, sozusagen die Kinder, die Impfdosen den Erwachsenen wegnehmen oder gar international jetzt in die Schwierigkeit kommen, möchte ich jetzt geimpft werden oder möchte ich jemanden den Impfstoff wegnehmen. Ich glaube, solche Debatten sollten wir nicht führen. Wir sollten dafür sorgen, dass der Impfstoff in größeren Mengen vorhanden ist, sehr bald und sehr schnell, damit wir diese Fragen nicht diskutieren müssen. Da haben wir sehr lange auch heute drüber diskutiert, dass es einfach im Augenblick eine Kapazitätenfrage ist. Also der Impfstoff kann ja nicht plötzlich mehr werden. Zeit ist ein Thema. Und wir haben auch viel Kritik gehört, auch von Menschen aus Indien, darüber, dass es genau diese Priorisierung ja gibt. Das Menschenrecht auf Gesundheit der eigenen Bürger wird dann dem internationalen Aufruf gegenüberstehen. Am Ende des Tages ist das ja das, was bleibt. Das können Sie ja nicht auflösen, oder? Das ist tatsächlich schwierig aufzulösen. Deswegen muss unsere ganze Kraft auch darin gesteckt werden, tatsächlich jetzt auch die Produktionskapazitäten zu erhöhen. Dazu ist es notwendig, Produktionsstätten erst mal an den Start zu bringen. Das ist nicht ganz trivial, diese neuartigen Impfstoffe herzustellen. Deswegen müssen dort nicht nur Lizenzen vergeben werden, sondern auch Know-how übertragen werden, sodass eben größere Mengen produziert werden können. Und wir dafür sorgen können, dass alle Menschen auch insgesamt international an die Impfung rankommen. Herr Seitz, ist das Ihr täglich Brut, dass im Prinzip Politiker, die auch vor Wahlen stehen, die sind ja am 26. September hier in Deutschland, natürlich für die Wähler arbeiten und gleichzeitig die internationale Verantwortung tragen wollen. Und wir sehen, was dabei jetzt rauskommt. Bei einer Organisation, die Brot für die Welt heißt, ist natürlich immer unser täglich Brot, diese Thematik. Und ich will auch noch mal deutlich machen, Tetros Ghebreyesus, den Sie ja ansprachen, Generaldirektor der WHO, hat er jetzt gerade bei der jetzt noch laufenden Weltgesundheitsversammlung deutlich gemacht. Er sagte, diese Pandemie ist das Tschernobyl-Moment des 21. Jahrhunderts. Also ist ein Weckruf, der uns herausfordert zu ganz neuen Lösungen und neuen politischen Ansätzen, weil wir bisherigen Herausforderungen nicht gerecht werden. Gerade in der Frage der Impfgerechtigkeit würde ich schon sagen, wir müssen sie global betrachten, diese Impfgerechtigkeit. Wenn man sich vorstellt, dass im Moment man davon ausgehen muss, ist, dass für 85 Länder der Welt wird es frühestens im Jahre 2023 möglich sein, eine einigermaßen hinreichende Durchimpfung der Bevölkerung zustande zu bringen. Also 2023. Und im Moment rund ein Drittel der Entwicklungsländer noch nicht mal eine einzige Impfdose bekommen haben, darunter nach WHO-Angaben Haiti, Tschad, Burundi und manch andere Länder. Und das ist tatsächlich ein riesiges Problem. Insofern würde ich schon sagen, der Impfstoff ist ein globales öffentliches Gut, zumal es auch mit vielen öffentlichen Fördermitteln mit unterstützt worden ist. Und wir wirklich Impfgerechtigkeit im globalen Maßstab denken müssen, wie heute alle Gerechtigkeitsfragen. Und ich will da gerade auch noch mal ausdrücklich erinnern an einen großen Vordenker der SPD, ihren früheren großen Vorsitzenden Willy Brandt, der vor allem in seinem Abschlussbericht der Nord-Süd-Kommission vor jetzt mehr als 30 Jahren im Vorwort, deren Vorsitzender er war, ganz deutlich gesagt hat, wir brauchen in Zukunft so etwas wie eine Weltinnenpolitik, in der unser politisches Handeln über den unmittelbaren Horizont des Kirchturms und auch über nationale Grenzen hinausdenken muss. Wir müssen Politik weltinnenpolitisch denken, angesichts globaler Herausforderungen. Ich muss zugeben, ich vermisse diesen Ansatz ein wenig im aktuellen Zukunftsprogramm der SPD, weil die internationalen Fragen im letzten Kapitel vorkommen, auf den allerletzten vier Seiten von 60 Seiten. Und ich hätte mir eigentlich schon gewünscht, dass dieser Geist der weltinnenpolitischen Perspektive stärkere Rahmenung für die Politik setzt. Und ich denke schon, dass Weltinnenpolitik machen ist in diesem Sinne auch, es sind vor allem drei Dinge, die in den Mittelpunkt gerückt werden müssen, angesichts einer globalisierten Welt. Einerseits die Stärkung von multilateralen Institutionen, der internationalen Kooperation, der Global Governance Strukturen, gerade auch im Gesundheitsbereich mit der WHO, die im Moment nach wie vor sehr schwach und schwach ausgestattet dasteht. Es meint zum Zweiten aber auch eine Transformation von Außenpolitik im Sinne einer Orientierung in universellen Menschenrechten. Und zum Dritten, und das ist vielleicht etwas Neues der letzten Jahre, angesichts dessen, dass im Grunde politisches Handeln immer in weltweite Wirkungszusammenhänge verflochten ist, muss auch deutlich werden, dass heute jede Politik, auch nationale Politik, immer Weltinnenpolitik ist. Und deshalb soziale Gerechtigkeit und Impfgerechtigkeit eben auch global weltinnenpolitisch gedacht werden müsste. Frau Esken, wollen Sie da nochmal nachlegen bei Ihrem Programm? Gerne. Und ich glaube, sicher sagen zu können, dass das Kapitel Europa und Internationales etwas breiter angelegt ist als vier Seiten, insgesamt auch gemeinsam gedacht ist und ineinander verzahnt die verschiedenen Kapitel. Wir haben ja anders als bisher keine Ressort-Kapitel geschrieben, sondern wir haben global politische Kapitel geschrieben, auch bei den Zukunftsmissionen, auch bei der Gesellschaft des Respekts, geht es auch um internationale Gerechtigkeit, ganz klar. Ich glaube, dass die Europäische Union, dass Deutschland im Rahmen der Europäischen Union eine richtige Entscheidung getroffen hat, die Impfstoffbeschaffung nicht alleine national zu regeln und auch im nationalen Wettstreit, so wie es andere getan haben, die die Europäische Union verlassen haben, beispielsweise oder auch andere Nationen der Erstwelt. Und insofern ist da die Solidarität innerhalb der Europäischen Union und darüber hinaus auch durch die Gründung von COVAX und durch den Beitrag der Europäischen Union und Deutschlands von Anfang an mitgedacht gewesen. Das halte ich auch für einen richtigen Weg. Insgesamt leiden auch wir in Deutschland unter der Impfstoffknappheit mit unseren Plänen, hinken dem hinterher, was wir der Bevölkerung angekündigt und versprochen haben, weil eben auch Unwägbarkeiten dort geschehen sind bei der Impfstoffproduktion und Beschaffung. Und insofern müssen wir darum kämpfen, tatsächlich auch, dass die Impfstoffproduktion international jetzt endlich anzieht, dass wir dort auch Investitionsunterstützung leisten, damit eben alle Welt auch tatsächlich und insbesondere die Ärmsten mit Impfstoff versorgt werden. Frau Prof. Dr. Markert, was wäre jetzt geboten? Was sollte der Kompass aus dieser Krise sein, was die Verantwortung angeht? Für die Politiker konkret in Deutschland sind Sie ja im Wahlkampf. Ich glaube, es kommt jetzt zu diesem Zeitpunkt darauf an, erst mal sind wir ja leider noch nicht ganz raus aus der Krise. Also zum Beispiel Schulöffnung ist ja immer noch ein Thema. Es können immer noch nicht alle Menschen wieder arbeiten. Andere sind weiterhin ohne Impfschutz und ausreichende Hygienemaßnahmen dauernd im Einsatz. Also es gibt ja nach wie vor noch große Probleme, die wir auch noch weiterhin lösen müssen. Ich glaube aber, wenn wir jetzt auch überlegen, wie sollen die Programme für die nächste Legislatur geschaffen werden, dann muss es auch darum gehen, dass wir jetzt aus dieser Krise wirklich versuchen zu lernen und auch zu lernen, was wir richtig gemacht haben, aber auch welche Fehler passiert sind. Und ich glaube, da wird es darum gehen, wirklich eine eingehende Evaluation zu machen. Nicht nur, welche Maßnahmen haben sich jetzt aus epidemiologischer Sicht beispielsweise bewährt und welche nicht, sondern dass wir auch die gesellschaftlichen Auswirkungen der massiven Grundrechtseinschränkungen, die wir gesehen haben, in den Blick nehmen, dass wir nachhalten, wo sind auch besonders vulnerable Gruppen zum Beispiel aus den Augen verloren worden, was hat dazu geführt, dass ihre Interessen nicht mit einbezogen worden sind, was muss man dafür die Zukunft daraus lernen und wo müssen wir im Zweifel auch nachsteuern. Also wo haben sich die Unterschiede, die sozialen Unterschiede, die jetzt unter dem Brennglas der Corona-Krise sich natürlich noch verschärft haben, wo sind die noch stärker auseinandergegangen und mit welchen Maßnahmen muss da möglicherweise auch nachgesteuert werden. Das Thema Schulen besprechen wir ja bereits. Da sind viele Kinder im Homeschooling, die sich jetzt nicht auf ein selber gut gebildetes und gut digital ausgestattetes Elternhaus verlassen können, stark zurückgefallen. Und das ist beispielsweise ein Bereich, ein Bereich, in dem wir sicherlich groß nachsteuern müssen, aber das betrifft natürlich auch weitere Bereiche des Lebens. Und da brauchen wir eine wirklich sorgfältige Evaluation. Der Forschungsbedarf ist ja heute im Laufe des Tages auch schon angesprochen worden und dafür brauchen wir auch Daten. Und dass wir jetzt sagen, die Daten haben wir nicht und das ist ja auch so schwierig, wenn man die erhebt, weil dann sind ja da verschiedene Gruppen, die müssen wir dann benennen und zuschneiden und das ist ja dann vielleicht auch politisch und so nicht so ganz einfach. Das kann kein Grund sein, dass wir nicht hinsehen. Wir brauchen diese Daten und wir müssen da dann wirklich auch passgenau ansetzen können und dafür brauchen wir Evidenz. Frau Esken, das war auch ein Thema, was heute bei einer früheren Debatte, da ging es um vulnerable Gruppen, gerade um Gruppen mit Migrationshintergrund, dass da wirklich ein Bedarf formuliert wurde aus diesem Bereich selbst. Wir wissen, es gibt ein Problem, wir können es aber nicht benennen und wenn wir Daten sammeln wollen, dann ist das aus Datenschutzgründen sehr schwierig. Also zum Beispiel in einem Asylwerberheim dann Gesundheitsdaten abzufragen, weil die nicht gehalten werden dürfen. Dann erst aufgrund so einer Erfassung kann man dann feststellen, welche Bedarfe es gibt und ob Menschen anders untergebracht werden müssen. Was ist Ihrer Meinung nach da die richtige Abwägung zwischen Datenschutz und notwendigen Daten, um andere Grundrechte, gerade vulnerable Gruppen zu wahren? Also da gerät die Debatte immer so ein bisschen in eine Schieflage, als wäre der Datenschutz statisch und man könne nicht, der Staat könne gar nicht an die Daten herankommen, wenn der Staat auf einer gesetzlichen Grundlage Forschung ermöglichen will, wenn der Staat eine Datenerhebung ermöglichen will, dazu auch einen hinreichenden Zweck und vor allem, wie gesagt, eine gesetzliche Grundlage schafft, dann kann er das auch tun. Selbstverständlich, das ist überhaupt gar nicht die Frage. Und deswegen glaube ich nicht, dass der Datenschutz das Problem ist, sondern das Problem ist, dass wir überhaupt diese Fragen stellen und sie auch beantworten wollen. Denn da müssen ja dann möglicherweise auch Konsequenzen gezogen werden. Und ich muss ehrlich sagen, ich sehe natürlich, dass sich auch aus Corona und aus der Bewältigung von Corona solche Fragen ergeben haben, dass aber viele der Schieflagen, die wir dort jetzt sehen, eben durchaus vorher schon bestanden haben, dass die durch Corona, wie jetzt leider viel zu oft immer gesagt wird und wie unter einem Brennglas noch mal stärker hervorgetreten sind. Aber diese Ungerechtigkeiten zwischen Gruppen, Benachteiligung, besonderer Gruppen in Deutschland und darüber hinaus natürlich, die haben doch vorher schon bestanden. Und deswegen müssen wir uns auch jetzt umso mehr dran machen, da auch auszugleichen, ausgleichend zum Beispiel im Bildungssystem auch vorzugehen. Das ist eine Aufgabe, eine ganz klar auch verfassungsrechtlich gegebene Aufgabe unseres Staates und unseres Bildungssystems, solche Nachteile auszugleichen. Was hier angesprochen wurde, Nachteile des Elternhauses, der mangelnden Unterstützung und der fehlenden Unterstützung des Elternhauses, sowas muss das Bildungssystem ausgleichen. Das müsste es schon lange. Das ist gut möglich in der Ganztagesschule, weil die Zeit ansonsten fehlt in der Halbtagesschule, dort entsprechend Einfluss zu nehmen. Nicht den Bildungserfolg von der Unterstützung bei Hausaufgaben und Klausurvorbereitung durch die Eltern zu hinterlassen, sondern das eben an der Schule zu leisten. Das wäre ein dringend notwendiger Schritt, nur um einen zu nennen. Und ansonsten glaube ich, ist die Forschungslage zum Beispiel in Bezug auf die soziale Ungerechtigkeit des Bildungssystems durch die OECD-Erhebungen im Rahmen von PISA durchaus gegeben. Nur haben wir uns in Deutschland immer viel lieber damit beschäftigt, ob in Mathe und Deutsch unsere Schülerinnen und Schüler die richtigen Ergebnisse erbringen und weniger, ob es möglicherweise auch Abhängigkeiten von der sozialen Herkunft gibt. Herr Seitz, vielleicht sind Sie mal unser Brennglas und erweitern aber den Blick global. Wie tiefer wird denn die Kluft oder wie groß wird denn die Not, wenn wir aus dem Schatten dieser Covid-Krise rauskommen? Wie viele Jahre wirft uns das zurück, was globalen Hunger und Armut angeht? Das ist das Dramatische dieser Krise. Sie geht weit über eine bloße Gesundheitskrise, schlimm genug hinaus. Bei derzeit 170 Millionen Infizierten und dreieinhalb Millionen Menschen, die daran gestorben sind. Und Teile des Südens haben den Peak noch vor sich. Also momentan wütet die Krankheit wirklich in der Covid-19-19. Ziemlich heftig in Südamerika vor allem. Die Länder auch mit der höchsten Inzidenzrate gerade, auch wenn jetzt Brasilien und Indien insgesamt die Schlaten sind, die am meisten betroffen sind. Aber es sieht von der Inzidenzrate und von der Todesrate her in Südamerika ganz schlimm aus. Aber auch Ostasien, wo man lange dachte, die könnten die Krise einigermaßen meistern. Kambodscha hatte letztes Jahr keinen einzigen Todesfall durch Covid-19. Das ändert sich im Moment auch dramatisch, auch durch Mutanten oder wie auch immer. Also der Peak steht noch bevor für weite Teile der Welt. Das ist ziemlich offensichtlich. Und es ist aber nicht nur eine Gesundheitskrise, übrigens auch nicht nur eine Covid-Krise, weil durch die Vernachlässigung jetzt von der Behandlung nicht übertragbarer Krankheiten, aber auch anderer übertragbarer Krankheiten wie Tuberkulose, sterben daran wieder viel mehr Menschen. Und weil sich alles konzentriert auf die Covid-Bekämpfung. Aber es geht noch weit über diese gesundheitlichen Folgen hinaus in vielen Ländern, weil eben tatsächlich auch wirtschaftliche, soziale, kulturelle Menschenrechte tangiert und beeinträchtigt sind und nicht zuletzt eben auch bürgerlich-politische Menschenrechte, in dem wirklich auch von vielen Staaten der Welt in autokratischen Regimen die Krise und die Bekämpfungsmaßnahmen missbraucht werden für repressive Repression gegenüber Andersdenkenden, gegenüber Regierungskritikern und gegenüber der Zivilgesellschaft. Aber nochmal kurz zurück nach der Frage, was sind die wirtschaftlichen ökonomischen Folgen? Die sind wirklich für viele Länder des Südens ganz verheerend und zeigen auch nochmal, gerade weil die armen Menschen in besonderer Weise davon betroffen sind, von den Ausgangssperren, die es ihnen nicht mehr ermöglichen, ihrer Arbeit nachzugehen oder Lebensmittel auf dem Markt einzukaufen oder ihre Arbeitskraft zu verkaufen, keine Chance mehr haben. Kann man davon ausgehen, dass die Armutszahlen dramatisch zunehmen werden? Die Weltbank spricht jetzt im vergangenen Jahr von einer Zunahme der extremen Armut um 130 Millionen Menschen. Insgesamt die SDGs, die Ziele für eine global nachhaltige Entwicklung hatten in vielen Bereichen in den letzten Jahren seit 2015 Fortschritte gemacht, was die Schulbesuchsraten angelangt, was Geschlechtergerechtigkeit anbelangt, was den Kampf gegen extreme Armut anbelangt. Überall müssen jetzt Rückschritte konstatiert werden. Zum ersten Mal seit der Einführung des Human Development Index, das war 1990, also einem komplexen Maßstab zur Bemessung des Lebensstandards und der Lebensqualität von Menschen musste das UNDP-Programm jetzt konstatieren, dass es einen Einbruch gab, einen Rückgang des Human Development Index. Also insgesamt ist der Wohlstand, der durchschnittliche Wohlstand, das Wohlergehen der Menschen sehr beeinträchtigt worden durch diese Krise, durch die Zunahme von Armut, durch die Zunahme von Hunger, Arbeitslosigkeit, Schulabbrecherquoten, auch durch die Zunahme sexueller Gewalt und auch der Benachteiligung insbesondere eben von Frauen. und da sind viele Fortschritte zunichte gemacht worden. Es sieht nichts gut aus damit, dass wir die Ziele 2030 erreichen werden. Aber gerade ein Punkt nochmals, speziell die Frage nach den Repressionen und nach dem Missbrauch der Macht von bestimmten Regierungen, jetzt Pandemie-Maßnahmen im Grunde dazu zu nutzen, Regierungskritiker mundtot zu machen. Das ist wirklich ein riesiges Problem. Wir geben ja jedes Jahr einen sogenannten Atlas der Zivilgesellschaft heraus, gemeinsam mit dem zivilgesellschaftlichen Netzwerk, dem bürgerschaftlichen Netzwerk Zivicus. Und basierend auf diesen Zivicus-Daten mussten wir wirklich feststellen, der ohnehin schon existierende Trend einer zunehmenden Einschränkung zivilgesellschaftlicher Handlungsräume, das heißt vor allem der Versammlungs-, der Vereinigungs- und der Meinungsfreiheit, hat durch die Pandemie noch mal dramatisch zugenommen. Momentan sind es gerade noch drei Prozent der Weltbevölkerung, wir leben in diesem glücklichen Land in Deutschland, wo man noch sagen kann, ja, dort sind die Räume für Zivilgesellschaft offen, wir haben eine freie Zivilgesellschaft, eine weitgehend freie Zivilgesellschaft, aber zwei von drei Menschen leben zwischen den Staaten, in denen zivilgesellschaftliche Rechte unterdrückt, völlig geschlossen oder in hohem Maße beeinträchtigt und unterdrückt sind, insbesondere eben auch in Staaten, die jetzt Ausgangssperren verhängen und wirklich über jedes Maß hinaus Pandemiebegrenzungsmaßnahmen, obwohl sie in dieser Form gar nicht notwendig wären, zur Repression gegenüber zivilgesellschaftlichen Akteuren, gegenüber Pressevertreterinnen, Vertretern, gegenüber Journalisten, Medienschaffenden, Nutzenden, gegenüber Menschenrechtsverteidigerinnen. Also das wird sehr problematisch sein, wenn diese Maßnahmen über die Pandemie hinaus anhalten sollten, wo es nach in vielen Ländern aussieht. So Frau Esken, da ist ja ganz schön viel Handlungsbedarf drin. Ich würde bei Ihnen da gerne mal abfragen, gerade wenn wir bei der Frage Zivilgesellschaft sind, wenn wir sehen, was in Belarus passiert, es gibt jetzt den Vorwurf, es soll dort Folter stattfinden, gleichzeitig, wie sich Russland gerade verhält, müsste das dann nicht das Ende von Nord Stream 2 bedeuten, dass man ganz klar sich positioniert? Und bei der Frage globaler Verantwortung, in Europa gibt es ja ein Rettungspaket, ein milliardenschweres Rettungspaket für die reichsten Nationen der Welt. Was schlagen Sie denn vor für ärmere Länder? Ich glaube, dass der Weg der Europäischen Union weg von der Austerität hin zur Solidarität der Richtige war. Auch wenn Sie jetzt sagen, wir helfen damit starken Nationen, nicht alle Nationen, Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind wirtschaftlich stark. Ja, ja, durchaus. Und dennoch ist der Weg der richtige gewesen, dieses Paket aufzulegen. Wir haben aber auch in Deutschland in diesem Jahr, im Haushaltsjahr 2020 erstmalig oder 2021, weiß ich jetzt gerade gar nicht, die ODA-Quote von 0,7 Prozent erreicht und wollen die natürlich auch gerne halten. Und das ist ein Kampf auch um Haushaltsmittel, das muss man ja ehrlicherweise sagen. Da gibt es andere, die dann gerne solche Quoten festlegen wollen für die Militärausgaben und dort zwei Prozent des Inlandsprodukts erreichen. Das sind wieder streitende Ziele, wo wir uns auch drüber auseinandersetzen müssen. Die internationale Gerechtigkeit an der Stelle, der Rückschritt auch der Gerechtigkeit in den Ländern muss uns tatsächlich ein Weckruf sein und wir müssen auch den Weg wieder beschreiten, hin zu mehr Gerechtigkeit, hin auch zur Zielerreichung der SDGs, die wir schließlich gemeinsam vereinbart haben. Die Vereinten Nationen haben da die richtigen Ziele sich gesetzt. Wir sind dem ja auch verpflichtet und werden uns da auch weiterhin daran beteiligen und daran halten, auch mit großem Verantwortungsgefühl. Und die Einschränkungen der Freiheitsrechte in den Ländern, die sind natürlich ähnlich, wie, was wir vorher über die Bildungsgerechtigkeit gesagt haben, vorher schon vorhanden gewesen. Jetzt noch viel leichter unter dem Radar sozusagen der Corona-Bekämpfung oder unter dem Deckmantel auch der Corona-Bekämpfung noch mal wesentlich verschärft worden. Aber insgesamt ist die Lage der Menschenrechte und die Entwicklung autokratischer Regime international schon in den vergangenen zehn Jahren angewachsen. Die internationale Gemeinschaft hat sich auch ein Stück weit auseinanderentwickelt. Ich denke an die US-amerikanische Regierung der vergangenen acht Jahre und andere Entwicklungen auch hier in Europa, wo wir sehr viel zu tun hatten mit der Frage Rechtsstaatlichkeit. In welchem Rahmen kann man in der Europäischen Union eigentlich die Rechtsstaatlichkeit verlassen und erwartet gleichzeitig die Solidarität der Mitgliedstaaten. Das konnten wir, glaube ich, auch ganz gut in die Hand nehmen. Und so müssen wir es auch international tun. Die Sanktionsmechanismen, die diplomatische Toolbox, die wir da zur Verfügung haben, die muss man auch anwenden. Das muss auch tatsächlich wirksam sein. Das immer wieder, das höre ich natürlich immer wieder, die Frage, auf die Frage Nord Stream 2 ja oder nein zu reduzieren, ist mir ehrlich gesagt zu billig. Diese Pipeline ist zu, glaube ich, 90 Prozent fertiggestellt und sollte zumindest fertig gebaut werden. Was und wie dann dort transportiert wird und unter welchen Umständen ist immer wieder eine Frage von Debatten, genauso wie andere Handelsbeziehungen natürlich auch. Durch wirtschaftliche Sanktionen können wir immer sehr schnell wirken, aber wir müssen auch immer schauen, wen wir tatsächlich damit treffen. Und deswegen sehr gezielt auch zu treffen, insbesondere die autokratischen Herrscher und ihre Familien und ihre Netzwerke. Das muss unser Ziel sein, weil die Bevölkerung von Russland, die Bevölkerung von Belarus, die Bevölkerung in auch China wollen wir nicht treffen. Also es gibt keine Umstände, unter denen Sie sich gegen Nord Stream stellen würden? Das habe ich nicht gesagt, glaube ich. Was wären die Umstände? Ich habe gesagt, dass ich der Meinung bin, dass die Pipeline fertig gebaut werden sollte, weil wir nicht Millionen Tonnen von Beton vergraben wollen, ohne dass wir es auch nutzen können. Aber ob die Lieferung dann tatsächlich immer wieder unterbrechungsfrei funktionieren kann, das ist abhängig von der Entwicklung der Lage, so wie andere Handelslieferungen, andere Handelsbeziehungen auch. Frau Professor Markert, wo muss denn das Angebot jetzt liegen von Deutschland und europäischen Staaten gegenüber den Menschen, die kein Rettungspaket in Aussicht haben, die schwer wieder auf die Füße kommen? Sie meinen jetzt innerhalb der Europäischen Union oder in der Bundesrepublik? Die Nachfrage zeigt es eigentlich schon. Nein, ich meine eigentlich global. Ach so, global. Weil es geht ja um die Verantwortung für die, die am härtesten getroffen sind. Die globale Menschenrechte. Also erstmal global ist es natürlich so, wir haben jetzt in Deutschland sehr viel über das Grundgesetz gesprochen. Und in Deutschland gelten aber natürlich auch die internationalen Menschenrechte. Und die enthalten ja auch viele soziale, insbesondere Grundrechte. Die sind ja in unserer Verfassung durch das Bundesverfassungsgericht eigentlich erst so ein bisschen entwickelt worden aus der Menschenwürde, aus dem Sozialstaatsgebot und so weiter. Die haben wir im internationalen Bereich sehr viel deutlicher ausformuliert. Und die müssen natürlich auch in der internationalen Zusammenarbeit eine zentrale Rolle spielen. Und da geht es natürlich bei globalen Krisen auch darum, dann solidarisch zu handeln und gemeinsam die Lasten zu verteilen und auch Zugänge zu schaffen zu zum Beispiel Impfstoffen und so weiter. Wir sind in einer globalen Gesellschaft international voneinander abhängig. Das merken jetzt glaube ich alle. Da kann sich kein Staat einfach abschotten. Und das, was wir schon gesehen haben in der Flüchtlingsschutzkrise 2015, da geht es natürlich auch darum, dass Staaten gemeinsam Verantwortung übernehmen für die Krisen, die auch globale Auswirkungen haben. Und das haben wir jetzt mit der Pandemie erneut gesehen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir da in internationalen Austauschstrukturen stehen und das aber eben auch vielleicht nicht nur Staaten miteinander sprechen, sondern dass wir auch anerkennen, dass innerhalb dieser Staaten natürlich auch benachteiligte Gruppen sich an diesen offiziellen Diskursen vielleicht nicht beteiligen können. Und dass es immer sowohl in der Bundesrepublik als auch im Ausland darum gehen muss, auch die Perspektiven der Benachteiligten in diesen jeweiligen Ländern einzubeziehen, beispielsweise Frauen einzubeziehen in die Verhandlungen, beispielsweise Menschen, die rassistische Benachteiligung erfahren in der jeweiligen Gesellschaft. Die Perspektive von Kindern ist eine Forderung der Kinderrechtskonvention, dass sie beteiligt werden an Entscheidungsfindungen. Und ich glaube, da müssen wir noch viel differenzierter werden, sowohl was die Politik in der Bundesrepublik angeht, also wenn es um die Gestaltung von Maßnahmen hier zu Hause geht, quasi das Gespräch mit den Betroffenen, die Experten ihrer eigenen Erfahrungen und ihrer eigenen Benachteiligung ja auch sind. Und das gilt genauso eben auch im internationalen Austausch. Das wird alles auch sehr viel Geld kosten, Frau Esken, nach dieser Krise auch zu investieren. Und das Lieferkettengesetz, da sind Sie ja gerade dran. Mit wie harten Bandagen werden Sie denn kämpfen, dass möglichst viel von dem ursprünglichen Vorschlag übrig bleibt? Und wie wollen Sie denn Gelder aufbringen, um der eigenen Bevölkerung gegenüber, aber auch internationaler großzügig zu sein? Denn Ihr eigener Kanzlerkandidat Olaf Scholz ist ja gegen eine Transaktionssteuer. Das wäre eine Option. Das ist mir neu. Also zum einen ist es richtig, dass wir jetzt um den Backlash, den wir haben durch Corona und die hohen Kosten natürlich auch, um den aufzuholen, dass wir uns um Finanzmittel bemühen müssen. Wir sehen ganz klar, dass die Steuergerechtigkeit sowohl in Deutschland als auch international nicht gegeben ist. Das fängt an mit Steuervermeidungstatbeständen und Steuerhinterziehung selbstverständlich. Kriminelle Steuerhinterziehung, die auch unterbunden werden muss. Dazu sind viele internationale Datenaustauschprogramme, mittlerweile Country-by-Country-Reporting und ähnliches mehr, beschlossen worden, was es wesentlich einfacher macht, tatsächlich auch. Und es wird ja jetzt eine globale Mindestbesteuerung tatsächlich auch vom amerikanischen Präsidenten befürwortet, was zuvor nicht der Fall war. Auf diesem Wege wird es möglich sein, eine stärkere Besteuerung auch der global agierenden Plattformunternehmen zu ermöglichen. Und auch daraus erwarten wir einen stärkeren Beitrag, dass in Deutschland die sehr hohen Vermögen und die sehr, sehr hohen Einkommen einen höheren Beitrag leisten müssen, ist auch klar. Im Pandemiejahr 2020, während der Staat sich wirklich aus dem Fenster gelehnt hat, um konjunkturstützende und sozial stützende Infrastrukturmaßnahmen, zukunftsweisende Maßnahmen zu finanzieren, sind die privaten Vermögen, die hohen privaten Vermögen in Deutschland von 500 Milliarden Euro auf 600 Milliarden Euro gestiegen. Das heißt, da gibt es Menschen und da gibt es auch Institutionen, die an der Krise gewonnen haben, Gewinn gemacht haben. Und dort müssen wir auch ganz klar ansetzen, wenn es darum geht, jetzt die Krise aufzuarbeiten. Dann würde ich Sie alle drei noch bitten, dass Sie das Wort Verantwortung einfach nochmal unter dem Eindruck der Pandemie nochmal neu formulieren. Was muss das Wort Verantwortung im Hinblick auf Menschenrechte in den kommenden Zeiten bedeuten? Vielleicht fange ich bei Ihnen einfach nochmal an. Einfach nur ein, zwei Worte dazu. Ein, zwei Worte zu verantworten. Ich glaube, wir müssen als Politik Verantwortung übernehmen bei der Frage der Abwägung der Grundrechte. Das ist eine ganz entscheidende Verantwortung. Wir haben Verantwortung für den sozialen Ausgleich, sowohl national als auch europäisch und international. Wir haben auch dort Ausgleichen zwischen unterschiedlichen Interessen. Die verschiedenen Ebenen der Nachhaltigkeit gehen nicht alle in dieselbe Richtung. Die auch gegeneinander abzuwägen. Die soziale Nachhaltigkeit, die ökologische Nachhaltigkeit zusammenzubringen und nicht gegeneinander auszuspielen, ist ein ganz entscheidender Punkt. Herr Seitz. Die Verantwortung muss vor allem im Weltmaßstab gedacht werden und darin aber auch nicht nur in der Perspektive, wir sollen Risiken vermeiden, sondern wir müssen wirklich auch bedarfs- und rechteorientiert an das Thema Verantwortung rangehen. Und ich denke auch, wenn es gelingt, jetzt diese Krise so zu bewältigen, dass die Menschenrechte gewahrt werden, und wirklich auch an der Richtschnur der Menschenrechte orientiert sind, dann ist diese Krise vielleicht auch eine Chance, dass wir auf wirklich wieder eine zukunftsfähige und ökologisch nachhaltige und solidarische Struktur des weltweiten Zusammenlebens kommen. Frau Prof. Dr. Markwald. Ja, ich würde mir wünschen, dass der Begriff der Verantwortung die Grundrechte auch ganz umfassend in den Blick nimmt. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass Einzelne dann klagen. Die Gesellschaft für Freiheitsrechte macht das natürlich, wenn es sein muss. Die Gerichte haben ja zum Teil auch schnell reagiert. Ich wünsche mir aber, dass in der Politik bereits in der Gesetzgebung und in der Politikgestaltung die Grundrechte umfassend auch zur Geltung kommen, sodass es gar nicht zu solchen Klagen erst kommen muss. Und das gelingt insbesondere dann, wenn man nicht sozusagen die ganze Zeit abwartet und dann irgendwelche Eilgesetze innerhalb von drei Tagen verabschiedet und am besten alles per Rechtsverordnung macht, die nur noch politisch diskutiert werden in kleinen Gremien, sondern tatsächlich wieder die Politik in das Parlament verlagert, auch nach einem Jahr Pandemie sich vielleicht mal ein bisschen Zeit nimmt für die Gesetzgebung, nicht wartet, bis dann plötzlich die Notbremse innerhalb von drei Tagen verabschiedet werden muss. Und da dann die Akteure in der Gesellschaft einbeziehen, weil die werden darauf hinweisen, was beachtet werden muss und wessen Grundrechte möglicherweise übersehen werden. Und dann können wir passgenauer und transparenter und auch wirksamer mit solchen Krisen umgehen. Und das wünsche ich mir als Lerneffekt aus dieser Krise. Das soll das letzte Wort dann gewesen sein in dieser Runde. Ich bedanke mich bei Ihnen allen dreien. Und in wenigen Augenblicken sind wir dann noch mal hier in einer anderen Runde. Da sprechen wir dann mit der grünen Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock über politische Verantwortung in Grün. Danke. Wir sprechen über Menschenrechte als Kompass in der Covid-19-Krise, in der Krise und aus der Krise und da konkret über die politische Verantwortung. Mit mir jetzt ist die grüne Spitzenkandidatin Annalena Baerbock. Herzlich willkommen. Seit 2018 ist sie Co-Bundesvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen zusammen mit Michael Habeck. Sie hat in Hamburg und London Politikwissenschaft und Völkerrecht studiert, in Brüssel und Straßburg gearbeitet und will Deutschland in eine sozial-ökologische Marktwirtschaft transformieren, vorzugsweise als nächste Bundeskanzlerin. Die Grünen, sagen sie, wollen dabei fairen Handel zum Standard in der Welt machen. Wie sie sich das in Bezug auf den Weg aus der Covid-Krise vorstellt, das erfahren wir gleich. Markus Beko ist noch mal bei uns. Seit 2016 Generalsekretär der deutschen Sektion von Amnesty International. Er sagt, dem Beispiel der USA in einer globalen Gesundheitskrise Menschenleben über Profite zu stellen, muss jetzt auch die EU folgen. Hier ist der Einsatz der Bundesregierung gefragt. Nur durch den Austausch von Wissen und Technologie kann die Produktion von Impfstoffen weltweit beschleunigt werden, um so viele Menschen wie möglich, so schnell wie möglich zu erreichen. Bei uns ist auch Prof. Dr. Beate Rudolf. Seit 2010 ist sie Direktorin des Deutschen Instituts für Menschenrechte. Und anders als die NGOs hier in der Runde, darauf wurde ich hingewiesen, ist es eine staatlich finanzierte Organisation und hat die gesetzliche Aufgabe, Menschenrechte zu fördern und die Einhaltung der Menschenrechte in Deutschland zu beobachten. Es hat damit eine Brückenfunktion zwischen Staat und Zivilgesellschaft. Und sie sagt, Menschenrechte zum Maßstab zu machen, bedeutet für mich, marginalisierte Bevölkerungsgruppen besonders in den Blick zu nehmen und politische Entscheidungen zu treffen, die wissenschaftsbasiert und transparent sind. Und Frau Baerbacher, möchte ich erst mal bei Ihnen anfangen, weil Gerd Müller, der Entwicklungsminister, hat gerade gesagt, die westlichen Staaten sollten nicht die sechste bis achte Impfdosis für ihre eigene Bevölkerung bestellen. Stattdessen sollte das nach Afrika gehen, sollte in andere Länder gehen. Haben Sie Ihnen schon einen grünen Mitgliedsausweis angeboten? Hatte ich in den Jahren davor auch schon manchmal gedacht. Das Problem ist halt, wenn einer als Minister immer gute Vorschläge macht und das von der Bundesregierung da nicht umgesetzt wird, dann verändert sich relativ wenig. Aber ja, ich halte es genauso wie Herr Müller für essentiell, dass wir natürlich die Gesamtverantwortung für die Welt sehen in dieser Pandemie. Und es bringt nichts, wenn Industriestaaten nur an sich denken und der Rest der Welt hinten runterfällt. Gleichzeitig haben Sie sich ganz früh in dieser Pandemie für die Rechte von jungen Menschen, von Kindern auch stark gemacht. Haben gesagt, die werden übersehen. Jetzt steht womöglich aus, dass Kinder ab 12 schon geimpft werden können, dass es eine Impfzulassung gibt. Gleichzeitig gibt es den Ruf von der WHO, die reichen Länder mögen bitte schön nicht ihre Kinder impfen, sondern diese Impfdosen in arme Länder geben. Was würden Sie da tun? Also natürlich ist es wahnsinnig schwierig, dass jetzt nicht einzelne Gruppen gegeneinander ausgespielt werden und vor allen Dingen die Schwächsten gegen die Schwächsten. Auf der einen Seite die Kinder und auf der anderen Seite weltweit Menschen, die eben keinen Zugang haben. Für mich ist der entscheidende Schlüssel, der ja auch schon in den Vorrunden hier andiskutiert worden ist, dass wir vor allem die Produktion hochfahren. Und da unterscheiden wir uns ein bisschen von anderen. Aus meiner Sicht Zwangslizenzen bräuchte, damit mit Blick auf die Impfstoffproduktion wirklich Produktionskapazitäten weltweit aufgebaut werden und die Produktion hochgefahren wird. Bei den Kindern und den Impfungen hier in Deutschland könnten wir es ja auch anders lösen. Also wenn wir Schutzvorkehrungen an die Schulen wirklich so bringen würden, mit Blick auf Filteranlagen, mit Blick auf, wir impfen wirklich Eltern, Familien drumherum, dann bräuchten wir nicht automatisch alle Kinder zu impfen. Und daher muss man sozusagen die unterschiedlichen Maßnahmen zeitgleich fahren. Dann haben wir auch mehr Spielraum, Impfstoffe in andere Länder zu geben. Aber ganz konkret, ich meine, das ist ja sowieso freiwillig. Es gibt ja keine Impfpflicht. Würden Sie einen Anteil, das ist ja auch ein Vorschlag, der ist ja jetzt gar nicht so neu, von Emmanuel Macron, einen Anteil des deutschen, europäischen Kontingents an arme Länder geben? Ja, das haben wir am Anfang auch deutlich mitgemacht, dass es einen Anteil an andere Länder geben muss. Aber nochmal, aus meiner Sicht ist es vor allen Dingen jetzt essentiell, dass wir die Kapazitäten hochfahren. Und es gibt in anderen Ländern Möglichkeiten, dass dort weiter Produktionsstätten ausgebaut werden. Dazu muss man einige Unternehmen verpflichten. Die tun das derzeit nicht freiwillig. Aber das haben wir in Deutschland ja auch gesehen. Als der Druck da war zu sagen, wir brauchen weitere Produktionskapazitäten, dann ist in Hessen sehr schnell ein Werk an den Start gegangen. Und dann haben wir ja weitere Komponenten. Und auch das finde ich wichtig in der Debatte, dass natürlich die ganzen zusätzlichen Materialien, die es dafür braucht, auch da müssen wir sicherstellen, dass die Lieferketten weltweit funktionieren und sich nicht einige Länder alles sichern. Und hier haben ehrlich gesagt die Amerikaner an der Stelle auch nicht wirklich fair gespielt, sondern da den Markt für sich natürlich auch selber ganz stark begrenzt. Ja, Herr Beko, dann würde ich das an Sie spielen, weil das war ja in Ihrem Zitat. Ehrlich gesagt hatte ich mich darüber so ein bisschen gewundert, dass Sie die USA jetzt als Positivbeispiel angeführt hatten, weil die ja am Anfang wirklich sichergestellt hatten, dass nichts das Land verlässt, bis nicht der eigene Bedarf gedeckt ist. Aber Sie meinen damit die Freigabe von Impflizenzen international. Wir hatten ja vorhin eine einstündige Debatte dazu. Aber was macht Sie so sicher, dass das wirklich der Game Changer sein könnte? Ich glaube, wir sehen verschiedene Dinge. Und ja, natürlich, man muss die US-Regierung jetzt nicht nur dafür feiern, dass sie bei den Chips-Waiver und den WTO-Verhandlungen signalisiert hat, dass sie wichtig findet, dass Impfstoffgerechtigkeit ganz oben steht, sondern da gehört natürlich jetzt alles dazu. Know-how-Transfer, Rohstoffe etc. Alle diese Komponenten, die sind wichtig. Aber es braucht vor allen Dingen Bewegung. Und weil wir, es ist ja jetzt nun schon eine sehr lange Zeit, in der es zwar Bekundungen gegeben hat, wie wichtig Impfstoffgerechtigkeit ist, aber in denen wenig passiert ist. Und wir haben vorhin die Diskussion zwar gehört, aber wichtig ist zum einen, glaube ich, es geht nicht nur um Impfstoffe. Es geht auch um medizinische Schutzausrüstung. Es geht um Therapeutika etc. Das ist alles wichtig und es ist gerade auch wichtig zu sehen, wo einzelne Länder jetzt sind. Und dass sie genau das, was gerade die Länder, die jetzt schon den schwereren Verlauf der Pandemie hinter sich haben, aber alle diese Erfahrungen medizinisch, epidemiologisch gesammelt haben, dass wir jetzt doch gerade die anderen Länder, die noch entweder beim Höhepunkt oder noch vor ihrem Höhepunkt sind, dabei unterstützen, was wird da jetzt wann genau wie gebraucht. Und da ist dieses WTO-Tipps-Thema wichtig, dass überhaupt Bewegung in die Debatte kommt. Es fehlt der Beweis für den polyelitischen Willen, wirklich eine Lösung zu finden. Wenn es nicht die Patente sind, dann gilt es halt die anderen Dinge auch in Angriff zu nehmen. Und das ist dringend notwendig. Und insofern, ja, die USA ist hier nicht zu feiern. Ich glaube, es ist aber wichtig zu sehen, dass auch die Bundesregierung, die EU, und das wird ja nun von vielen Orten gefordert, dass hier ein bisschen Beweglichkeit erforderlich ist. Und wie gesagt, nicht nur in dieser Sache wahrzugeben, sondern wirklich zu sagen, wir brauchen ein gemeinsames Gefühl von Verantwortung, jetzt schnell an den richtigen Stellen Impfstoffe bereitzustellen. Im Übrigen kann man sagen, dass selbst die Programme im Rahmen von COVAX und wo auch die Weltbank und andere dafür gesorgt haben, auch da ist es noch mal notwendig, richtig hinzuschauen. Weil es ist ja hierbei wichtig, dass dann wirklich so, wie wir hier eine Impfstoffpriorisierung vorgenommen haben, dass das nun bei der weltweiten Verteilung auch so passiert. Und dafür sind die Voraussetzungen im Moment noch nicht gegeben. Wir haben ja selbst gesehen, dass in vielen Ländern sogar Repressalien gegen medizinisches Personal eingesetzt wurde, dass sich Teile der etablierten Milieus in Ländern sozusagen bevorzugt von mir damals. Das heißt, hier ist jetzt einfach gefordert, dass man die internationalen Institutionen stärkt, wie die WHO etc., dass man die Voraussetzungen schafft und dass es dann losgeht. Frau Professor Rudolf, Sie sitzen genau richtig. Sie sind nämlich Mittler zwischen der Politik und der Zivilgesellschaft. Was ist aus Ihrer Perspektive geboten als Lektion für die politische Verantwortung, die politisch Verantwortlichen aus dieser Covid-Krise? Ich denke, dass wir gut daran täten, in der nächsten Legislaturperiode systematisch zu schauen, was ist in der Pandemie gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, was lernen wir daraus. Und ich würde ein paar Lehren jetzt schon formulieren wollen. Das ist zum einen, dass wir gesehen haben, zu Beginn der Pandemie ein Handeln unter Bedingungen großer Unsicherheit, Ungewissheit. Und was wir aber gebraucht hätten und was nicht aus meiner Perspektive systematisch passiert ist, ist eine Begleitforschung. Also eine Forschung, die sagt und die der Staat eben auch einsetzt, um zu fragen, welche Instrumente wirken wie, um eben die richtigen Maßnahmen zu ergreifen. Denn das ist ja das menschenrechtliche Erfordernis, dass man Maßnahmen, die einerseits zum Schutz des Rechts auf Leben, des Rechts auf Gesundheit ergriffen werden, aber andererseits eben auch in andere Menschenrechte eingreifen, dass man die in eine gute Balance bekommt. Das ist die Verhältnismäßigkeitsprüfung, die man vornehmen muss, menschenrechtlich. Aber dafür muss ich natürlich wissen, was wirkt wie. Und das konnte niemand im März letzten Jahres wissen. Aber das systematisch anzugehen, um eben nicht im Herbst zu fragen, wir wissen gar nicht, ob in Hotels beispielsweise es zu Ansteckungen kommt oder nicht. Die ganzen Debatten, die wir da hatten, über Urlaub, was ist möglich, diese Debatten waren gar nicht empirisch unterfüttert, weil es entsprechende Forschung nicht gegeben hat. Und nun ist das mit dem Urlaub sicherlich für viele, mich eingeschlossen, wichtig, aber sicherlich vielleicht nicht das Zentrale. Ich denke deshalb, dass eine zweite Lehre auch ist, zu schauen, wer ist besonders betroffen von Maßnahmen. Also tatsächlich einen differenzierten Blick anzuwenden und zu sagen, Kinder sind schon genannt worden. Kinder sind in der Pandemie zu Beginn, wenn Sie nochmal zurückdenken, im April letzten Jahres, wir hatten Debatten darüber, ob Schulen geöffnet werden oder nicht. Aber etwa die Schülervertretungen waren nicht stark zu hören, sind, und das ist kein Vorwurf an Sie, sondern ein Vorwurf an die Politik, die eben auch dort nicht nachgefragt hat, was brauchen denn Kinder und Jugendliche aus Ihrer Perspektive. Und das zieht sich weiter durch. Und ich denke, das sehen wir beispielsweise darin, dass auch nicht langfristig überlegt wurde, wie bereiten wir uns vor auf eine zweite Welle im Bereich der Schulen. Die Zusage, die Schulen bleiben lange offen, aber ohne dann parallel dazu die Schutzmaßnahmen beispielsweise zu ergreifen oder bis hin dazu, heute zu sagen, es muss aufgeholt werden. Ich möchte einfach mal unterstreichen aus einer kinderrechtlichen Perspektive. Kinder haben ein Recht auf Bildung. Das ist ganz wichtig. Und Bildung ist nicht bloß Stoff lernen, sondern miteinander lernen, in Gesellschaft zu agieren lernen. Aber auch Kinder haben ein Recht auf Spiel. Also die Idee, dass jetzt vielleicht in den Sommerferien alles aufgeholt wird, was man in einem Jahr verpasst hat, die ist eine, die auch aus einer menschenrechtlichen Perspektive, auch aus einer pädagogischen, abzulehnen ist, sondern zu sagen, was brauchen Kinder und Jugendliche, jetzt. Und das ist nur ein Beispiel, um zu unterstreichen, es braucht für, gerade für Situationen, wie wir es in der Pandemie erlebt haben, braucht es eine ständige Begleitung der Politik durch wissenschaftliche Erkenntnisse und es braucht die Bereitschaft der Politik, auch nachzufragen und Abwägungen offen zu treffen. Und das wäre, wenn ich darf, noch mein dritter Punkt, nämlich, ich glaube, was wir gesehen haben in der Pandemie, ist ein Übergewicht der Exekutive. Und hier, das darf uns, glaube ich, nicht mehr passieren. Was wir brauchen, sind die Debatten im Bundestag und zwar nicht bloß, wenn dann der Gesetzentwurf von der Regierung kommt und wenig Zeit ist, darüber nachzudenken, sondern schon im Vorfeld, auch, weil gerade der Bundestag auch die Möglichkeit hat, die Betroffenen sichtbar einzubinden, ihnen zuzuhören und dann eben auch gute Entscheidungen zu treffen. Und das führt letztlich dazu, dass einerseits der Bundestag als der Repräsentant des Souveräns die wichtigen Entscheidungen treffen. Das ist eine grund- und menschenrechtliche Anforderung, dass die wesentlichen, die grundrechtlich wesentlichen Entscheidungen vom Gesetzgeber getroffen werden müssen. Und das muss der Gesetzgeber in seiner Verantwortung tun können. Frau Baerbock, aus dem Parlament heraus haben Sie ja auch eingefordert, dass es frühere Beteiligung gibt der Parlamentarier. Was wäre denn für Sie die Lektion, gegebenenfalls Sie kommen in die Regierung, wie würden Sie denn eine Mitbestimmungspflicht formulieren wollen? Würden Sie da etwas am Entscheidungsablauf ändern wollen? Nein, sondern wie Frau Rudolf gesagt hat, eigentlich das, was wir ja da haben, das auch voll und ganz nutzen. Also entscheidende Lehren sind, dass man, das haben wir ja Listen to the Science, das heißt ja nicht, dass man komplett alles auf die Wissenschaft hört und eins zu eins umsetzt, sondern die Fakten zur Kenntnis nimmt. Wir hatten deswegen einen Pandemierat von Anfang an vorgeschlagen, der auch nicht nur mit Blick auf Virologen besetzt ist, sondern unterschiedliche Disziplinen mit an Bord nimmt, weil natürlich das Interdisziplinäre in solchen Ausnahmesituationen das Entscheidende ist, damit die unterschiedlichen Blicke mit reinkommen. Plus, was Frau Rudolf auch schon gesagt hatte, dass wir einen Stufenplan, das hatten wir seit einem Dreivierteljahr immer wieder eingebracht, dass der vom Parlament verabschiedet wird, weil natürlich in dieser Ausnahmesituation auch Grundrechte ja in Konkurrenz zueinander gestanden haben. Und das sind Abwägungsfragen, wo in einer Demokratie ein Parlament auch diskutieren und entscheiden sollte. Und die dritte Lehre, die für mich wirklich da ist, ist der Blick auf die Kinder. Also, dass uns das nochmal passiert in einem Land, dass Möbelhäuser und Fußballstadienöffnungen im Zweifel wichtiger sind als Kinder und Jugendliche. Das darf nicht nochmal passieren. Und das ist was, weil Sie jetzt gefragt haben, nächste Regierung, was ich auch sehr klar deswegen formuliert habe, Kinder und Familien müssen auch im Mittelpunkt von Bundespolitik stehen. Es kann nicht sein, dass ein Bundesgesetzgeber sagt, mitten in einer Pandemie, also für Bildung und Schule, da sind wir gar nicht für zuständig. Das müssen allein die Länder machen, aber dann immer mit den Ländern Entscheidungen trifft, wo man sagt, und das macht alles zu. Und das wäre eine klare Prioritätenverschiebung, auch finanzieller Natur. Sie haben das gerade angesprochen. Jetzt öffnen gerade wieder ganz viele Grundschulen, ganz viele weiterführende Schulen. Ich weiß, wie viele Kinder gerade glücklich sind, aber da sitzen ganz, ganz viele Kinder, die psychische Auswirkungen haben, die Lernrückstände haben. Und jetzt wäre genau der Moment zu sagen, wir lernen aus diesem Jahr Pandemie, was auch schon vorher nicht gut gelaufen ist an den Schulen zum Beispiel, dass wir multiprofessionelle Teams haben, weil Schule nicht nur ist, wir trichtern Wissen ein. Und jeder, der jetzt irgendwie das mit dem Einmaleins vergessen hat, der kriegt jetzt Nachhilfe, sondern dass Schulpsychologen natürlich mit an Schulen sind, dass Schulen die Orte sind, wo man Neues entdeckt, auch mit Blick auf Ganztagsunterricht, Sportvereine mit ranholt. Auch das ist ja so ein Punkt in der Pandemie, wie viel haben Kinder zugenommen? Weil natürlich Kinder Bewegung brauchen, Kinder brauchen Spiel und das ist jetzt auch nicht so, jetzt ist alles wieder da und alles wird wieder gut. Nein, die Kinder tragen das jetzt mit sich mit und wir haben als Politik, als Gesetzgeber, als Erwachsene eine Verantwortung dafür, dass wir aus dieser Pandemie lernen. Und das ist für mich ein Schlüsselpunkt für eine nächste Legislatur. Ja, können Sie... Ja, Lernen, ja. Die Frage ist, Beate Rudolf hat eben noch mal gesagt, die Pandemie war eine neuartige Situation und das staatliche Handeln passierte in Unsicherheit. Jetzt haben wir viel gehört, von wo hat man zu wenig hingeguckt und welche Bereiche oder welche Gruppen der Bevölkerung brauchen mehr Aufmerksamkeit. Ich denke, auch jede neue Bundesregierung, aber auch jede Behörde und auch in der dezentralen Struktur wird zukünftig gefordert sein, auch in ihrem eigenen Verantwortungsbereich einfach systematisch und als Teil des Prozesses zu schauen. Forschung ist gut, aber es gibt viele Dinge, die wir jetzt in dieser Pandemie gelernt haben, für die braucht man keine Forschung, wenn sie eine Sammelunterkunft für Schutzsuchende haben. Und jetzt unabhängig von dieser Pandemie ist ja allein die Situation, dass jemand eine ansteckende Krankheit hat, ja gerade Menschen, die schwierigste Fluchterfahrungen gehabt haben, traumatisierte Erfahrungen, alles möglich gemacht haben. So, man wundert sich ja, wie kann das überhaupt sein, dass dann in diesen Sammelunterkünften es gar keinen Plan dafür gibt. Und die Realität dann die ist, dass man zu Massenquarantänen greift, zu Kettenquarantänen greift, wo vulnerable Gruppen, Kinder, Frauen, und Alte sozusagen gleichermaßen sind. Wir haben in El-Ellwang die Situation gehabt, dass ich glaube, sieben Infizierte dann zu über 300 Infizierten geführt haben, weil man nicht vor Ort schnell gehandelt hat. Und auch die Richtlinien des RKI, gerade zur Vorsorge in Sammelunterkünften, werden auch nicht bundesweit gleichermaßen umgesetzt. Also ich glaube, es ist einfach so, dass es braucht eine Folgenabschätzung, aber es braucht auch im Vorfeld in zahlreichen Bereichen, wo insgesamt entweder vulnerable Gruppen sind oder Menschen mit besonderer Unterstützung oder hohem Risiko, braucht es andere Notfallpläne, um menschenrechtliche Standards sicherzustellen. Da kommt es gar nicht so darauf an, dass wir jetzt Forschung haben, wie viele vulnerable Gruppen sind in einer Sammelunterkünft und kann man die Daten benutzen oder nicht, sondern es braucht ein klares Vorgehen und da fehlt bislang der politische Wille. Es fehlt auch der mediale Diskurs darüber, weil wir haben einen Diskurs gesehen, wo es immer darum geht, entweder die oder die oder die und wenig darum, wie stellen wir an allen Stellen sicher, dass es Checklisten gibt, dass es Vorsorge gibt und gerade jetzt auch dann Lernerfahrung und dass wir Lernerfahrung auch mit anderen Ländern jetzt austauschen, wie sowas aufgesetzt wird. Frau Rudolf, Sie haben ja ein Papier auch veröffentlicht beim Deutschen Institut für Menschenrechte. Da geht es um das Mainstreaming von den Interessen vulnerabler Gruppen. Erarbeiten Sie so eine Art Katalog, den Sie dann nach der Covid-Krise den politisch Verantwortlichen in die Hand drücken können? Also wir haben schon seit dem Frühjahr letzten Jahres in einzelnen Bereichen aufgezeigt, welche Aspekte der Rechte von Menschen von bestimmten Gruppen nicht berücksichtigt werden und berücksichtigt werden sollten. Vielleicht mal ein Beispiel, Menschen mit Behinderungen. Das ist ja auch ein großer Anteil unserer Bevölkerung. Ich glaube, man muss sich auch klar machen, dass ein Viertel der Menschen im Laufe des Lebens eine Behinderung haben wird für jedenfalls eine längere Zeit. Also es betrifft ganz viele von uns. Und in der Pandemie haben wir gesehen, dass zum einen die Situation von Menschen mit Behinderungen nicht mitgedacht worden ist. Also beispielsweise, dass man bei der Verteilung von Masken, die es kostenlos gab, Menschen nicht mitgedacht hat, die mit Behinderungen, die alleine zu Hause wohnen, Unterstützung haben, die aber erst recht etwa Masken gebraucht hätten für sich selbst, aber auch für ihre Unterstützer, ihre Assistenzen oder ihre Angehörigen. Das hat sich fortgesetzt in der Frage der Impfpriorisierung. Also Menschen mit Behinderungen in Einrichtungen sind Impfpriorität eins. Menschen, die zu Hause wohnen, die gleiche Behinderung haben, zu Hause gepflegt und unterstützt werden, aber nicht in Kategorie eins. Diese Menschen haben sich zum großen Teil ganz früh aber selbst isoliert. Die werden also gerade darauf angewiesen, auch schnell etwa durch Impfungen Sicherheit zu bekommen, um wieder Kontakte zu haben. Und vielleicht als drittes und drastisches Beispiel die Frage der Triage, die jetzt ja auch von dem Bundesverfassungsgericht anhängig ist. Also die Frage, wie wird entschieden, bei begrenzten Plätzen in einem Krankenhaus, wenn mehr Menschen als freie Intensivbetten vor der Tür stehen? Und da wurde deutlich, dass die Richtlinien, die die Fachgesellschaften in der Medizin entwickelt haben, Richtlinien sind, die dazu führen, dass Menschen mit Behinderungen diskriminiert werden. Nicht aus Böswilligkeit, sondern weil die Bilder von Gebrechlichkeit auf Menschen mit Behinderungen übertragen werden. Und für Menschen mit Behinderungen, das haben wir auch in einem der Einspiele sehr klar gesehen, wurde deutlich, sie sind vergessen. Es wird gesagt, euer Leben ist verzichtbar. Und das wäre etwas gewesen, wo der Bundestag sich mit hätte befassen müssen. Dazu hat es schon im letzten Sommer Aufforderungen gegeben. Auch wir haben Gespräche geführt, Fachgespräche durchgeführt. Aber das ist letztlich nicht geschehen. und das ist für mich nur ein Beispiel dafür, was es heißt, Menschenrechte zu mainstreamen. Also tatsächlich zu sagen, welche Menschen brauchen, sind besonders betroffen und was muss dann getan werden, damit sie in gleicher Weise wie andere ihren Schutz haben, aber auch wieder an der Gesellschaft teilnehmen können. Das kann man jetzt für weitere Gruppen in gleicher Weise so durchspielen. Herr Beko, wer sind für Sie die großen Verlierer dieser Pandemie? Oder können Sie vielleicht sagen, wie groß ist der Schaden für Menschenrechte als Konsens von Werten international? Ich glaube, wir haben die Diskussion hier gestartet mit dem Thema der Impfstoffgerechtigkeit. Und die Frage der internationalen Zusammenarbeit und der internationalen Institutionen wird eine sein, die weltweit einfach Auswirkungen hat. Wie geht diese Staatengemeinschaft aus dieser Pandemie heraus? Als eine Staatengemeinschaft, wo am Ende es darauf ankam, ob man gute Beziehungen zu Russland oder zu China hatte, um an Impfstoff für seine Bevölkerung zu kommen. Oder als das Erleben davon, dass nachdem das jetzt alles sehr holprig war, man wirklich da auch auf eine internationale Zusammenarbeit und eine Stärkung der Institutionen kommt. Ich glaube, das ist ein Aspekt. Der andere ist, dass Menschen weltweit sich für ihre Menschenrechte stark machen und darauf angewiesen sind, dass sie gesehen werden und Unterstützung haben. Von anderen Regierungen, von anderen Menschen, weltweit, von Organisationen. Und das hat in der Pandemie extrem gelitten. Wir haben eine Vielzahl von Menschenrechtsverletzungen und Einschränkungen der Menschenrechte gesehen. Trotzdem wehren die Leute sich. Die Leute gehen auf die Straße. Wir haben brutalste Gewalt im Iran gesehen, im Ägypten gesehen, in vielen Ländern, wo die Menschen ihre Menschenrechte eingefordert haben. Und es wird wichtig sein, dass wir jetzt, nachdem jedes Land sicherlich auch noch mal selbst gefordert ist, dass Menschen noch globale Solidarität erleben, wenn sie in Belarus auf die Straße gehen, wenn sie in Russland auf die Straße gehen. Und das ist zum einen zivilgesellschaftliche Solidarität, aber das ist auch das, dass sie weiter Teil der internationalen Wahrnehmung sind und dass sie nicht das Gefühl haben, dass, wie es in der Vergangenheit war, dass beispielsweise Überwachungssoftware gleichzeitig an ihre Regierung verkauft wurde oder wie wir jetzt in der Türkei gesehen haben, dass man praktisch zu einer Normalisierung von Beziehungen spricht und gleichzeitig die Menschenrechtslage in den letzten Monaten sich weiter verschlechtert hat. Und das werden die sehr wohl sehen. Ich glaube, Menschen werden nicht aufgeben. Dafür sind die Menschenrechte zu essentiell. Und für viele Menschen sind sie gerade in der Pandemie an einem Punkt, wo sie nicht weiter das akzeptieren werden, dass ihre Menschenrechte eingeschränkt werden, dass sie keinen Schutz haben. Und insofern, ich glaube, da gilt es jetzt, und das tun wir heute hier, wenn wir über den Kompass sprechen, dann sprechen wir darüber, was lernt ein Land wie Deutschland und die Bundesregierung. Aber wir tun das auch international und ich denke, wenn wir diese Diskussion weit weiterführen, dann kommen wir überhaupt in den Punkt, uns mit den globalen Fragen wie Klimakrise und Digitalisierung auseinanderzusetzen. Und ich glaube, das ist auch eine Herausforderung. Wir haben eben über Mainstreaming von Menschenrechten gesprochen. Wenn so viele Veränderungen auf uns zukommen, wie beispielsweise eine Transformation unserer ganzen Gesellschaft, unserer Wirtschaft, um unsere Lebensgrundlagen besser zu schützen, um nachhaltig zu wirtschaften. Wie stellen wir sicher, dass alle diese Veränderungen, selbst wenn sie gemeint sind, wie schauen wir auf die menschenrechtlichen Folgen davon? Und da fehlt bislang das System. Und ich glaube, das wird auch eine Aufgabe für die nächste Bundesregierung sein, zu sagen, wie investieren wir in neue Dinge, wie entwickeln wir neue Dinge und haben auch eine Folgenabschätzung oder im Minimalfall für negative Auswirkungen, aber im besten Fall, wie können sogar diese Veränderungen zu einer Verbesserung der Menschenrechtssituation für Bevölkerungsgruppen führen? Frau Berbock, Herr Beko hat da den Bogen sehr breit aufgespannt. Auch wenn wir betrachten, dass es ja diesen Systemwettbewerb gibt zwischen Demokratien und totalitären Staaten zum Teil. Wie sehen Sie denn das jetzt? Es ist ja noch nicht mal im Nachhinein, diese Impfstofflieferungen von China, von Russland, das waren ja auch bewusste Akte. Die Europäische Union hat sich da völlig anders verhalten. War das auch eine verpasste Chance? Ja, auf jeden Fall. Und es begann ja damit, dass es gar nicht nur global eine verpasste Chance war, sondern wir hatten ja ganz am Anfang sogar die Situation innerhalb der Europäischen Union, dass von deutscher Seite erstmal große Zurückhaltung da war. Bis man dann bereit war, waren dann einzelne Bundesländer, die angefangen haben, Baden-Württemberg als erstes, die gesagt haben, okay, wir nehmen jetzt aus unserer Nachbarregion Patienten auf, weil wir können doch nicht mit ansehen, wie die Krankenhäuser dort kollabieren. Dann ging es weiter, auch mit Blick auf den Balkan zum Beispiel. Da gab es Notrufe, Alarmrufe und dann ist auch dort China eingestiegen. Man weiß jetzt auch mit Impfstoffen, die zum Teil nicht richtig wirken, aber natürlich wäre das ein Moment gewesen, als Europäische Union, wo man die Frage von Solidarität auch mit seinen Nachbarn und dann übertragen weltweit, hätte deutlich machen müssen. Und wir sind leider in der Pandemie nach wie vor drin und jetzt weiter deutlich machen muss. Mir ist wichtig, weil es so viele Baustellen gibt, wo wir sagen, da müssen wir besser machen, dass man schon schaut und was können wir positiv daraus lernen. Ich glaube, das war ein wirklich entscheidender Moment auch für die Vereinten Nationen mit diesem Spruch Build Back Better, dass man deutlich macht, wir haben jetzt die Chance als Weltgemeinschaft und natürlich erst recht als Industriestaaten, die Fehler der Vergangenheit und die ziehen sich ja davor auch durch, Lieferketten, Handelsbeziehung, auch da war ja immer dieses Eigeninteresse zuerst da, dass wir sagen, okay, wir reflektieren jetzt noch mal, wo die Pandemie wie unter einem Brennglas gezeigt hat, was alles nicht gut läuft, dass wir es in Zukunft besser machen müssen. Und der wichtigste Punkt ist für mich, und da sehe ich weltweit schon auch eine Chance, auch wenn man in die USA schaut, zum Beispiel eine gute Gesundheitsversorgung als Daseinsvorsorge und damit als Menschenrecht zu deklarieren. Wir haben ja bei den Menschenrechten immer das Problem gehabt, dass soziale Rechte so ein bisschen, ja gut, und die sozialen Rechte, die kommen dann auch noch mit dazu. Das ist aber die Frage von Gesundheitsversorgung zu einer der größten Krisen auf diesem Planeten werden kann. Das hätte halt vor fünf Jahren auch noch keiner so in der Masse sich vergegenwärtigt. Und das führt ja eine ganze Kette von Entscheidungen nach sich in der Politik, national gesehen. Wir hatten hier eine neoliberale Politik, die Krankenhäuser eher auf Sparkurs gefahren hat. Das fällt uns jetzt auf die Füße. Und weltweit das Gleiche, wenn man Wettbewerbsbedingungen dafür definiert, zu sagen, okay, wir produzieren da, wo es am wenigsten Steuern gezahlt wird, hoffentlich ist die Lehre jetzt zu sagen, nein, Steuern finanzieren auch Gesundheitsversorgung. Und das ist für mich der Anknüpfungspunkt neben der Nothilfe, die es jetzt geben muss mit Blick auf Impfstoff, gemeinsam daran zu arbeiten, wie definieren wir soziale Rechte als Menschenrechte so stark in der globalen Kooperation, dass wir zum Beispiel in Zukunft bei Handelsbeziehungen da viel stärker darauf Rücksicht nehmen, um damit wir aus Fehlern nicht nur sie beklagen, sondern wirklich daraus lernen und in Zukunft auch bessere Politik machen. Aber so wie die UN gerade blockiert ist, wissen Sie ja auch, dass das sehr unwahrscheinlich ist, dass das auch in der nächsten Legislaturperiode oder auch in der übernächsten wirklich international durchschlagen würde. Aber nochmal ganz konkret gefragt, wir haben viele Stimmen heute hier gehört, die sich gewünscht haben und gefordert haben, dass es einfach diese Lizenzfreigaben geben muss, diese Patentfreigaben, um armländern zu ermöglichen, dass sie sich selbst Impfstoffe damit versorgen können. Glauben Sie, dass das wirklich so ein Game Changer sein kann? Ja, aber ich hatte vorhin kurz angemerkt, ich halte nichts davon, also jetzt den TRIPS Waiver. Also in der Theorie klingt das erstmal gut. Aber das Entscheidende ist ja, dass die Menschen vor Ort geimpft werden. Und ich habe große Sorge, dass auch aus den USA heraus gesagt wird, okay, dann geben wir das jetzt einfach frei, aber wir kümmern uns nicht darum, dass es funktioniert. Deswegen ist unser Vorschlag, mein Vorschlag zu sagen, es muss jetzt Zwangslizenzen geben und wir müssen Unternehmen in die Verantwortung nehmen, dann vor Ort auch Produktionsstätten wirklich aufzubauen und die Menschen zu versorgen. Das ist ein bisschen das, was gesagt wurde, was helfen uns die Patente, wenn am Ende die Menschen nicht geimpft werden, weil die Infrastruktur dahinter nicht steht. Und das ist für mich der Punkt, wo wir als Weltgemeinschaft daran arbeiten müssen. Und natürlich werden einige nicht mitmachen. Und das ist jetzt die Frage, entscheiden sich die Staaten, die gemeinsam sagen, wir haben eine Verantwortung, wir gehen hier voran, oder tun wir das nicht? Und wenn wir es nicht tun, das haben wir jetzt erlebt, auch mit Blick auf China, dann kommen andere Staaten, die auch geostrategische Interessen haben, auch Interessen haben, Abhängigkeiten zu schaffen. Das haben wir beim Ausbau der Erneuerbaren gesehen, das haben wir beim Aufbau von Landflächen von China gesehen, dass Abhängigkeiten geschaffen werden, die danach auch mit Blick auf Menschenrechte im Zweifel teuer bezahlt werden. Und das ist jetzt ein kritischer Moment, wo aus meiner Sicht Europa und die USA sich zusammentun müssten, um wirklich dafür zu sorgen, dass man dann auch wirklich zu mehr Impfungen weltweit kommt. Aber wenn Sie da... Ja? Wenn Annalena Baerbock das jetzt so sagt, klingt es gut, aber weder die USA noch Europa haben ein Track Record, wie sagt man, haben in der Vergangenheit bewiesen, dass man das auch wiederum, dass es wirklich gut gelingen kann, ohne diese wirtschaftlichen Abhängigkeiten wiederum auch hier zu produzieren. Und ich glaube, das wird das sein, woran sich das dann messen lassen muss. Dass man sagt, es geht dann nicht darum, ob man von China oder von Pfizer abhängig oder den USA abhängig ist oder der Europäischen Union, sondern dass diese Pandemie wirklich als etwas erlebt werden kann, wo man gemeinschaftlich eine globale Herausforderung löst. Und es geht auch darum, wir haben heute hier viel über die Menschenrechtlichen Pflichten von Staaten gesprochen, für Gesundheit zu sorgen und ihre Bevölkerung zu schützen. Und es geht auch darum, Staaten weltweit in die Lage erst mal zu versetzen, das zu tun. Wenn wir über Schuldenerlass oder über Impfstoffgerechtigkeit sprechen, dann sprechen wir nicht nur darüber, internationale Solidarität zu üben, sondern es geht darum, auch das Staaten zu ermöglichen. Denn wir sprechen darüber, Demokratien und Rechtsstaaten auch weltweit und im globalen Süden und die sind darauf angewiesen, dass sie auch als Garant der Menschenrechte, wenn sie das nun wollen, nicht alle wollen das, aber wenn sie das wollen und wenn sie rechtsstaatlich verfasst sind, sind sie auch darauf angewiesen, dass die internationale Gemeinschaft ihnen die Möglichkeit gibt, ihre Schutzpflicht wahrzunehmen und nicht nur als ein, als ein, das fiel vorhin in der Debatte, als ein Almosen oder als sozusagen als Geschenk von bestimmten Staatengruppen. Ich glaube nur, dass wir hier in der Wegscheide gerade stehen. Und wenn wir den Moment jetzt verpassen, also dann sehe ich nicht angesichts der ganzen Verschuldung, die wir jetzt weltweit haben mit Blick auf diese Pandemie, dass sich dann in drei Jahren was ändern wird, sondern das ist jetzt wirklich ein elementarer Moment, wo man entweder sagt, wir stellen die Weichen neu oder wir tun es nicht. Und deswegen ist für mich so entscheidend zu sagen, wir machen jetzt wirklich was anders. Wir machen auch was anders in der globalen Zusammenarbeit, weil natürlich diese ganzen Fragen mit Blick auf Entschuldung oder wofür können wir Geld ausgeben, da kommen ja so Finanzfragen mit rein, die erstmal damit nichts zu tun haben. Schuldenbremse und zum Beispiel dann Investitionspflicht. Wenn wir in Deutschland sagen, nein, das wollen wir nicht, dann hat das natürlich fatale Folgen, weil man dann in der EU auch sagt, ihr müsst in Zukunft sparen und ihr dürft nicht in Krankenhäuser investieren. Und das hat Folgen für die Finanzierung auch mit Blick auf die Weltbank. Und deswegen ist es so essentiell, dass hier eine Grundsatzentscheidung gerade in Industriestaaten, gerade in europäischen Staaten getroffen wird. Elemente der Daseinsvorsorge, Elemente des Gesundheitsschundens sind keine Bereiche, wo wir rein nach ökonomischen Maßstäben handeln können. Aber in der Logik? Es wäre eben wichtig, der Fokus auf Impfen, der ist nachvollziehbar in der jetzigen Situation, aber ich glaube eben auch hier, die Lehre aus der Corona-Pandemie, langfristig zu denken. Das heißt, Sie haben es gesagt, Frau Baerbock, die Gesundheitssysteme auch in den Staaten des globalen Südens zu ertüchtigen. Markus Beko hat es eben auch gesagt, dass es darum gehen muss, dass es dort ein starkes öffentliches Gesundheitssystem tatsächlich gibt. Oder wir haben in der Pandemie gesehen, dass Menschen im globalen Süden sich gar nicht an Ausgangsbeschränkungen halten konnten, weil sie von Tag zu Tag leben. Das heißt, wir müssen auch darüber nachdenken, wie kann eine fundamentale soziale Sicherung in diesen Ländern aufgebaut werden. Und das ist nichts, was man mal eben in zwei, drei Jahren hinbekommt. Aber wir müssen die Weichen dahin stellen, denn eins ist klar, dass diese Pandemie wiederkommen kann, dass wir gleichzeitig erleben andere Krisen, in denen genauso das Überleben von Menschen gesichert werden muss. Ich glaube deshalb, dass wir bei der Frage, was lernen wir und wie geht es weiter, eben sehen müssen, es braucht einen mittel- und langfristigen Blick. Und das ist auch dann wiederum meine Erwartung auch an die Politik in Deutschland, die aus meiner Wahrnehmung eben im letzten Jahr sich nicht durch großen Weitblick tatsächlich ausgezeichnet hat, zu sagen, da müssen wir aber hinkommen. Denn was für die Welt gilt, gilt genauso auch für uns. Nur so können wir die großen Herausforderungen, vor denen wir stehen, Digitalisierung haben wir gar nicht ansprechen können bisher. Nur so können wir diese Herausforderungen angehen, wenn wir diesen langfristigen Blick haben und wenn wir da die Menschen in ihren verschiedenen Lebenssituationen mitdenken. In der Logik, in der Sie sich ja jetzt alle drei gerade einig sind, ist die Klimakrise ja die nächste Riesenherausforderung. Und müssen Sie dann nicht mit der gleichen Logik sagen, okay, bei Durchbruchtechnologien im Klimabereich muss es dann auch Patentfreigaben geben, um, sagen wir mal, irgendjemand von uns ist unwahrscheinlich, aber entwickelt jetzt eine Form CO2 in large scale zu capturen. Ja, das wäre ja dann auch ein solches globales Thema. Wo stellen Sie sich als Grüne da auf und sagen, okay, das ist auch eine Frage der Daseinsvorsorge, das ist so zentral, das muss allen zur Verfügung stehen. Also es ist ein bisschen abstrakt, auch über was man redet. Man muss natürlich auch tierisch aufpassen, gerade bei Carbon Catcher and Storage gibt es ja so ein paar Technologien, da hatten wir vorhin Vorsorgeprinzip und Risikoanalysen. Das sind natürlich da immer zwei Bereiche, auch es gibt eine Vorsorgepflicht des Staates. Aber deswegen haben wir und habe ich gerade den Unterschied gemacht zwischen einfach, wir geben alle Patente frei und wir sagen, es muss produziert werden, gerade bei Gütern, die allgemein gut sind und zur Sicherheit von jedem Land bestehen. Weil natürlich, wir sind jetzt an dem Punkt, da brauchen wir beim Klimaschutz Sprunginnovationen. Also wir können jetzt nicht sagen, wir forschen jetzt nochmal 20 Jahre und dann hoffen wir, das kommt schon was Richtiges bei raus, sondern wir müssen unter Hochdruck Technologien entwickeln, damit wir diese Klimakrise überhaupt noch in den Griff bekommen. Und da wir in einer Welt leben, wo Wirtschaftsunternehmen sagen, okay, wir investieren halt, wenn wir eine gewisse Planungssicherheit haben, können wir nicht sagen, okay, der Erste, der es entwickelt, muss es dann mal kostenlos allen zur Verfügung stellen, weil dann wird kein Unternehmen in die Entwicklung dessen gehen, sondern es braucht Planungssicherheit für Unternehmen zu wissen, Klimaneutralität ist der Standard der Zukunft. Wenn ihr da rein investiert, dann könnt ihr sicher sein, eure Produkte haben auf den Märkten der Zukunft wirklich Garantie. Und wir müssen auf der anderen Seite dann dafür sorgen, wenn wir zum Beispiel sagen, da ist was entwickelt, was die Welt retten kann, um es mal pauschal zu machen, dass im Zweifel dann auch von Staaten gesagt wird, okay, das wird allen zur Verfügung gestellt und ihr kriegt eine Entschädigung an der Stelle dafür. Das sind ja andere Bereiche. Oder wir schlagen zum Beispiel vor, für die Stahlindustrie oder jetzt große Grundstoffindustrie. Die Unternehmen sagen, wir investieren nicht. Dann sagen wir, okay, wir stellen euch jetzt finanzielle Mittel zur Verfügung, damit es aber nicht ist wie in der Vergangenheit. Die Profite streichen Unternehmen ein und die Kosten zahlen dann die Allgemeinheit, das wir vorgeschlagen haben. Es gibt Carbon Contracts for Differences, nennen wir das, also Klimaverträge, dass wenn sich dann Produkte rentieren, dass dann die Unternehmen dem Staat eben die Zuschüsse auch wieder zurückzahlen. Und sowas wäre ja auch möglich bei weltweit Produkten, damit wir diese Technologiebeschleunigung, die wir brauchen, jetzt auch in die Wege leiten. Jetzt haben wir von Sprunginnovation gesprochen und von neuen Produkten und Entwicklungen. Und dann kommen wir zurück zum Anfang unserer Diskussion, dass wir sagen, wir brauchen, und das wird eine Aufgabe der neuen Bundesregierung sein und anderer Regierungen, wir brauchen, wenn wir jetzt diese Veränderungen haben, dann brauchen wir das Menschenrechts-Mainstorming. Wir brauchen einen klaren Kompass, auch im Bereich der Innovationsentwicklung und der Technikfolgenabschätzung oder in dem, wo sich neue Märkte ergeben, dass wir zum einen wissen, welche menschenrechtlichen Auswirkungen hat es. Es muss überhaupt mitgedacht werden, nicht nur als Risikomanagement für das Thema Menschenrechte, sondern ich habe es vorhin schon mal gesagt, als Chancenmanagement. Wie können wir, wie ist es so, wie wir bei dem Ziel der Nachhaltigkeit, irgendwann hat man gesagt, okay, es kann jetzt nicht nur um den Umweltschutz. Wir brauchen soziale Nachhaltigkeit, muss verschiedene Ebenen haben. Und ich glaube, wenn es ein Learning aus der Pandemie gibt, ist das, und wir meinen, Build Back Better und Just Recovery ehrlich und mit dem, was ansteht, dann bedeutet das, dass wir allein der Dimension Menschenrechte bei all diesen politischen und ökonomischen Entscheidungen einen ganz anderen Stellenwert geben müssen. Und der stellt sich dann bevor, weil wir im Moment haben wir darüber gesprochen, dass gerade im Bereich auch der Klimatransformation, Ob es Elektroautos sind und Akkuproduktion und Rohstoffe, so dass wir nicht die Einhaltung von menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten beispielsweise bei der Akkuproduktion hatten. Wir haben Konzepte zu Sonnenenergie etc. gesehen, die stark darauf bauen, fast wie eher ein koloniales Modell, wo sozusagen Sonnenenergie aus dem globalen Süden für die Welt zur Verfügung gestellt wird, aber in klaren Deutschland nicht. Also, ich glaube, da ist der Handlungsbedarf, wenn wir das meinen, sowohl als klares Monitoring, menschenrechtliches Monitoring, bevor wir überhaupt zu solchen Fragen kommen, wie machen wir das dann im internationalen, globalen, in der Zusammenarbeit. Dann habe ich noch eine Frage an Frau Baerbock, bevor wir zur Schlussrunde kommen. Und zwar, wir haben, wir sitzen ja hier schon eine Weile heute und haben viel auch über politische Rechte und die Sorge, dass Staaten einfach diese Pandemie ausnutzen für Unterdrückung gesprochen. Jetzt hat Wladimir Putin gesagt, dass er bei dem Treffen mit Joe Biden durchaus bereit ist, über Menschenrechte zu sprechen. Was müssten Sie da von einem Wladimir Putin hören, um zu sagen, ja gut, das mit Nord Stream, das kann man schon weiterbauen? Na, aus meiner Sicht ist keine gute Haltung zu sagen, man muss sich zwischen Menschenrechten oder dann wirtschaftlichen Gesprächen entscheiden, sondern man kann eine klare menschenrechtliche Haltung haben und sollte die auch immer aufrechterhalten und Menschenrechte an der Stelle nicht verdielen, in Anführungszeichen, und kann genauso darüber reden, was braucht es eigentlich im Bereich von Klimaschutz oder braucht es im Bereich von Technologien. Und deswegen ist mit Blick auf diese Nord Stream 2 Pipeline für mich jetzt nicht der Punkt, und deswegen bin ich auch gegen den Moratorium, das klingt jetzt erstmal gut, aber Moratorium bedeutet, dass man sagt, okay, und wenn es dann wieder ein bisschen gut ist, dann baut ihr diese Pipeline weiter. Aber diese Pipeline ist dazu ausgerichtet, die Ukraine geostrategisch abzunabeln, damit das, was derzeit in der Ukraine passiert, eben den Westen, die EU, nicht mehr so stark interessiert. Und deswegen habe ich ganz klar gesagt, diese Pipeline kann so nicht zu Ende gebaut werden, da kann kein Gas an der Stelle durchfließen. Weil es all das, was man mit Blick auf menschenrechtliche Fragen, mit Blick auf die völkerrechtswidrige Besetzung der Krim an dieser Stelle formuliert hat, als Europäer konterkariert. Plus, und das finde ich auch entscheidend, da muss sich auch jede Regierung, jede Partei ehrlich machen. Die Pipeline ist angelegt auf eine Laufzeit von mindestens 40 Jahren. Wenn wir jetzt mal 2020 plus 40 rechnen, dann sind wir schon beim Jahr 2060. Also sie widerspricht komplett den Klimazielen der Europäischen Union und den internationalen Klimazielen. Und wenn wir internationales Völkerrecht ernst nehmen, dann können wir nicht sagen, auf der anderen Seite bauen wir eine Pipeline, die dem entgegensteht. Und daher gilt für mich, dass wir dieses Projekt nicht finalisieren können. Gut, dann würde ich gerne noch eine Schlussfrage mit Bitte um sehr kurze Antwort. Wir gehen ja auf die Bundestagswahlen hier in Deutschland zu und die Wählerstruktur zeigt, dass fast 60 Prozent der deutschen Wähler 57,8 oder Jahre alt sind. Entschuldigung, fast 60 Prozent sind über 50 und 38,2 über 60. Also wenn wir uns diese Wählerstruktur anschauen, Herr Beko, wie groß ist denn Ihre Hoffnung, dass man bei dieser Wahl mit internationaler Solidarität und Zukunftsthemen punkten kann? Unabhängig vom Alter ist meine Hoffnung, dass wir so viel wie in den letzten 18 Monaten über Grund- und Menschenrechte, ob es die eigenen sind oder die von bestimmten Gruppen, wir haben so viel darüber gesprochen, wie zu keiner anderen Zeit, an die ich mich erinnere. Und ich glaube, wir sind alle gefordert, aber darin wird auch die neue Bundesregierung gefordert sein, das von uns allen und in der Gesellschaft wachzuhalten. Dieses Bewusstsein für Menschenrechte, was vielleicht jetzt ein abstrakter Begriff ist, aber ich glaube, jeder hat irgendwie in den letzten 18 Monaten erlebt, warum Menschenrechte so wichtig sind. Und wenn man das für sich selbst ernst meint, muss man das auch für andere ernst meinen. Und ich glaube, das ist das Wichtige, was wir mitnehmen müssen aus dieser Pandemie über den Gedanken der Solidarität hinaus. Einfach dieses Verständnis, Artikel 1 Absatz 2, das Bekenntnis zu Menschenrechten als Grundlage unserer Gesellschaft, vielleicht können wir das irgendwie aus dieser Pandemie retten. Frau Professor Rudolf, teilen Sie diesen Optimismus? Ja, ich glaube, dass wir in der Pandemie gesehen haben, dass Menschen wahrnehmen, wem es schlechter geht. Man erlebt das ganz oft, dass man jemanden fragt, wie geht es dir? Und dann sagt, eigentlich geht es mir nicht gut, aber es geht anderen noch schlechter. Ich glaube, das ist ein guter Ansatz. Trotzdem sollten wir uns nicht zurücklehnen. Ich teile das, was Markus Beko gesagt hat. Wir müssen die Menschenrechte immer wieder bekräftigen. Und ich sehe mit großer Sorge, dass wir politische Diskurse, politische Strömungen haben, die rassistische Positionen, völkische Positionen vertreten, weil Rassismus das Fundament der Menschenrechte angreift. Das Gleiche gilt für Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen, jede Form von Diskriminierung. Also das bedeutet, wir müssen die Menschenrechte nicht nur verbal bekräftigen, wir müssen sie auch leben. Und das bedeutet gerade, für Deutschland eben zu sehen, wo sind bei uns die größten menschenrechtlichen Probleme, ohne die Welt zu vergessen. Aber wir müssen eben auch bei uns selber genau nachfragen. Und ich glaube, es wäre ganz besonders wichtig, dann auch national wie international, dass man die Strukturen des Menschenrechtsschutzes stärkt. Ihr Beispiel Russland. Es gibt den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Man muss einfordern, dass Russland diese Urteile systematisch umsetzt und nicht einfach sagt, oh, sind wir verurteilt worden, zahlen wir Entschädigung. Sondern, dass es die Menschenrechte tatsächlich umsetzt. Das gilt weltweit für die Staaten. Fast jeder Staat der Welt hat mindestens einen Menschenrechtsvertrag ratifiziert, sie daran festzuhalten. Und national gilt es auch, Menschenrechtsstrukturen zu stärken. Und dazu gehört auf beiden Ebenen auch die Stärkung von Zivilgesellschaft. Denn letztlich, Wandel kann man von außen nur unterstützen, aber er muss von innen kommen. Und da kommt er von den Menschen, die sich einsetzen für Menschenrechte, für ihre eigenen und für die anderer. Und das ist das, worauf ich setze, auch national wie international. Frau Baerbock, wie groß ist der Spagat für Sie, für die Grünen in dieser Bundestagswahl, bei der Wählerstruktur, bei so vielen Menschen, die wirklich ganz konkrete Sorge haben, darüber, wie ihre persönliche Zukunft weitergeht und diesen großen menschenrechtlichen Wurf, diesen Zukunftsthemen, über die wir gerade gesprochen haben? Das ist für mich gar kein Spagat, weil in dieser Pandemie, so wie Frau Rudolf schon gesagt hat, sind wahnsinnig viele Menschen über sich hinausgewachsen. Und zwar ganz kleine Menschen bis zu ganz großen Menschen, alt wie jung. Und ich sehe da eher eine generationsübergreifende Verbindung, dass viele gesagt haben, in einer Krise stehen wir mehrheitlich zusammen. In einer Krise schaue ich, wie geht es eigentlich meinem Nachbarn, wie geht es eigentlich Kindern in der Schule. Und so viele Menschen über sich hinausgewachsen sind, muss jetzt Politik über sich hinauswachsen und deutlich machen, ja, wir haben aus dieser Pandemie gelernt, dass wir es in Zukunft besser machen und um vielleicht mal drei menschenrechtliche Dinge rauszupicken, die wir jetzt diskutiert haben. Eins ist für mich, Kinderrechte ins Grundgesetz. Das sollte die ganze Zeit gemacht werden und an einem Kernpunkt, der eigentlich in den internationalen Verträgen in der Kinderrechtskonvention ja drinsteht, Beteiligung von Kindern und dass Kinderrechte Priorität haben, dem hat man sich verweigert, derzeit von der Bundesregierung. Und das hat dazu geführt, dass bei der Abwägung von Menschenrechten Kinderrechte hinten runtergefallen sind. Das ist ein Punkt, der generationsübergreifend von ganz vielen alten Menschen massiv unterstützt wird, zu sagen, Kinder haben Rechte und Kinder sind mehr als kleine Erwachsene. Der zweite Punkt ist, glaube ich, dass wir auch sozusagen von unserem Blick, nicht immer nur und andere Länder des globalen Südens, die müssen von uns lernen. Da haben wir auch gesehen, im Bildungsbereich, also wenn wir im Ranking schauen, da sind ganz, ganz viele Länder, die viel, viel weiter waren, auch mit Blick auf die Digitalisierung gerade mit unterrichten. Also zu schauen, die Nachhaltigkeitsziele der UN gelten gerade auch für Deutschland als Menschenrechts-Mainstreaming. Und der dritte Punkt ist, glaube ich, schon der mit Blick auf die Gesundheitsfrage und an den Klimaschutz, den wir hatten. Wir haben jetzt gelernt, nicht nur bei einer Pandemie ist Impfung zentral, bei der nächsten Krise können wir uns nicht impfen und dass deswegen die Frage von Klimaschutz wirklich als Menschenschutz verstanden wird und eine Schlüsselrolle in der nächsten Legislatur sein sollte. Und auch da sehe ich große, so generationsübergreifende Bewegung. Viele ältere Menschen sind mit ihren Enkelkindern auf die Fridays for Future Demonstrationen gegangen und viele ältere Menschen sagen jetzt, ja, ich will meinen Kindern eine bessere Erde hinterlassen. Gut, weiteres finden wir am 26. September hier in Deutschland raus. Frau Baerbock, herzlichen Dank. Frau Prof. Dr. Rudolf, Herr Beko, vielen, vielen Dank für diese Diskussion. Und damit sind wir am Ende dieses heutigen Tages, wo wir sehr viel diskutiert haben, in sehr viele Richtungen, wo wir uns den Kompass der Zivilgesellschaft hier angeschaut haben, wie Verantwortung in dieser Covid-Krise aber auch darüber hinaus ausgestaltet werden soll. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie uns zugeschaut haben. Schauen Sie sich gerne noch mal die anderen Diskussionen an. Vor allen Dingen die Frage, ob Impfpatente denn überhaupt noch Bestand haben sollten, wurde sehr kontrovers hier diskutiert. Und ich bedanke mich bei Ihnen allen. Alles Gute. Untertitelung des ZDF, 2020